Der Job ist, bis aus 10.000 Meter mit Sauerstoff aus einem Flugzeug springen. Wie kommst du überhaupt raus? Die Klappe geht auf, springst raus. Danach wirst du gejagt. Würde man das einfach so eine Art Elite-Soldat nennen? Ja. Ich gucke, wann ich immer in meinem Leben weiter wachsen kann. Deswegen habe ich halt auch recht spät im Football angefangen. Habe es bis zur Bundesliga geschafft, in sechs Jahren in der Bundesliga gezogen. Das Fahrzeug wurde halt angesprengt. Einer meiner besten Freunde ist dabei gefallen. Bin danach mal wieder zurück in den Einsatz geflogen, nach zwei Tagen. Und so bricht einfach für dich auch eine kleine Welt zusammen. Da war Kanada jetzt. Ich liebe dieses Land einfach. Wir haben Grizzlies gehabt, wir haben Wölfe gehabt. Es war schon ein wirklich fetter, großer Grizzly. Der Bär war auf dem Weg zu uns, ja. Das war so eine Steilwand. Ich bin Fahrzeug langgefahren, um das Land zu erkunden. Dann sage ich noch zu meinem Fahrer, wenn wir hier abschmieren, dann war es das. Keine drei Sekunden später löst sich der Boden. 16, 17 Meter in die Tiefe gestürzt. Alter, wie habt ihr das überlebt? Keine Ahnung. Otto Bulletproof ist heute zu Gast hier. Und falls ihr euch fragt, wer ist Otto? Ist das irgendein YouTuber? Nein, Otto war Elite-Soldat und hat erstmal richtig viel Lebenserfahrung auf dem Buckel. Und zwar richtig krasse Sachen auch durchgemacht. Und über die spricht er hier heute im Podcast. Er macht auch YouTube, also wenn ihr die ganzen Seven vs. Wild-Kram und so kennt und in der Bubble unterwegs seid, werdet ihr ihn kennen. Falls ihr das nicht seid, dann werdet ihr es auch bald sein Kanada-Projekt sehen. Was crazy ist. Sind da 30 Tage durch Kanada quer durchgelaufen, ohne gar nichts, mit Bären und allem Möglichen dort. Und sein Leben als Elite-Soldat hat ihn mehr oder weniger darauf vorbereitet. Und er wird mir heute erzählen von Storys, wie er zum Beispiel aus dem Auto so eine Schlucht runtergefallen ist, die so 16, 17 Meter tiefer und irgendwie überlebt hat. Er hat mir auch sehr schlimme Sachen erzählt, wo er in Afghanistan war, sehr lange in Einsätzen und auch einer seiner besten Freunde dort verstorben ist. Und er dort dann kurzerhand den Einsatz weiterleiten musste, obwohl sie quasi in den Hinterhalt gerade reingemarschiert sind mit Autobomben und allem drum und dran. Und dann hat er mir erzählt, wie so Elite-Soldat-Prüfungen ablaufen. Dann hat Otto mir über Seven Ways Wilde auch erzählt, dass es für ihn so eine Art Spaziergang war. Und nachdem ich dann so Sachen gehört habe wie Arctic Warrior und andere Sachen, die er so gemacht hat in seinem Leben, kann ich gut nachvollziehen, wie so für ihn Seven Ways Wilde ein Spaziergang war. Weil es ganz interessant ist, mal aus der Perspektive auch zu sehen, wozu der menschliche Körper eigentlich alles imstande ist. Wir reden von seiner Militärsoldatenkarriere bis hinüber auch zur menschlichen Psyche und Situation, in der er war, wo, glaube ich, die allermeisten von uns abgekackt werden und sich gar nicht vorstellen können, wie viel sie noch aus sich rausholen können. Die Erfahrungen wird Otto heute mit uns teilen und ich sage euch, ihr werdet jede Menge davon lernen. Sehr, sehr, sehr inspirierender Mann. Bevor es mit dem Video losgeht, habe ich eine richtig gute Nachricht für alle von euch, die Ola Cala mögen. Nikos und meine Klamotten mag ich hier zum Beispiel. Die Jacke davon, die ich trage, die wird rauskommen am 19. Und es steht Black Friday vor der Tür. Weil wir eine neue Kollektion haben und Black Friday vor der Tür steht, haben wir gesagt, wir verbinden das Ganze und machen eine Early Access-Aktion, die am 19. November um 12 Uhr beginnt. Und ihr könnt euch Easy Early Access holen, weil wir werden dort dicke Rabatte haben. Im Endeffekt, wenn ihr noch nicht im E-Mail-Newsletter drin seid oder noch nicht im WhatsApp-Kanal drin seid, dann geht einfach unten hier auf diesen Link. Dann kommt ihr auf die Landingpage, da gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein und dann kriegt ihr safe per E-Mail alle Informationen, Codes und so weiter, damit ihr am 19. November um 12 Uhr Easy Early Access kommt. Da habt ihr Black Friday bis zu 60% Rabatte. Kriegt 20% auf die neue Kollektion, 24 Stunden lang. Beides könnt ihr entspannt einkaufen. Und ansonsten ein kleiner Geheimtipp ist WhatsApp, der WhatsApp-Kanal. Da sind noch nicht so viele Leute drin. Da posten wir zum Beispiel manchmal Gutscheincodes rein oder wenn irgendwas Interessantes, Spontanes, Schnelles uns einfällt. Da gibt es auf jeden Fall immer den einen oder anderen guten Deal oder auch guten Tipp. Lohnt es sich dort reinzukommen, weil ihr seid dann auf jeden Fall immer top informiert. Wir bei GIN, wir suchen neue Mitarbeiter. Und zwar, wir brauchen einen Financial Account, also einen Finanzbuchhalter. Und wir suchen bei MCI jemanden fürs Marketing. Wir brauchen Unterstützung bei Marketing und zwar die ganzen Low-Hanging-Fruits dort abzugrasen. Nein, also falls ihr Erfahrung habt im App-Marketing und Co., also alles, was mit MCI, unserer Fitness-App, in Berührung kommen könnte. Wir suchen keine Agentur, sondern jemanden, der hier arbeiten will. Meldet euch bei uns und schickt uns eine Bewerbung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, falls es auf euch nicht zutrifft, fragt einfach mal eure Freunde und irgendjemanden, den ihr kennt. Schickt denen ruhig dieses Video. Sagt denen, dass wir auf der Suche sind nach jemandem. Schickt denen die Stellen. Unten in der Beschreibung ist ein Link. Da könnt ihr euch alles ganz genau angucken, welche Anforderungen und Co. wir haben. Ich halte jetzt die Fresse. Ansonsten, den Podcast gibt es auch bei Spotify und allen anderen Streaming-Anbietern. Würde mich freuen, wenn, also, ja, guckt es euch hier an oder hört es euch dort an, dort, wo es für euch am angenehmsten ist. Ich habe immer vergessen, das zu erwähnen, dass wir halt auch auf Spotify und Co. hochladen, weil ich halt selber nur auf YouTube gucke. Wirklich, lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify und Co. Also das muss ich Real Talk sagen, hat mich krass motiviert, als ich gesehen habe, 4,8 Sterne. Das ist crazy. Okay, ich halte jetzt die Fresse. Viel Spaß mit dem Video. Wie ist das bei dir? Würdest du zum Beispiel das wie Arctic Warrior, das ist deins, oder? Ja. Würdest du solche Formate verkaufen, also würdest du es verkaufen? Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand kommt und sagt... Also ich glaube, jetzt noch nicht, weil ich es ja noch nicht... Weil es lief ja auch sehr gut. Ja, klar. Also, guck mal, bei mir ist ja YouTube noch nicht lang her. Ich habe vor zwei Jahren angefangen. Schon krass, wenn man überlegt. So, und habe jetzt in dem letzten Jahr fast eine halbe Million Abonnenten dazu gewonnen. Bin jetzt bei 540.000 oder was, glaube ich. Und ich hatte bei mir immer schon im Kopf, größere Projekte zu machen. Hat immer so im Kopf, ey, so wie Bundeswehrlehrgänge. Die Leute kommen an, aus verschiedenen Bereichen, dann eine Ausbildung zu machen, die auch begleitet wird. Dass die Leute was mitnehmen. Hey, wie jetzt für den Sascha, Icebreaking. Weißt du? Dass die Leute sehen, ey, krass, okay, wenn ich einbreche am Eis, komme ich so raus. Ist ja auch ein Mehrwert für die Zuschauer. Also, deswegen sind ja auch viele, die sagen, ja, jetzt kommt ja noch einer wegen Outdoor-Formaten. Im Grunde genommen, wer hat alles erfunden? Eigentlich die Amerikaner, die meisten davon, mit Alone. So, da hat Seven vs. Whitey gesagt, ey, geile Idee, bauen wir ein bisschen um. Eigentlich sogar noch viel besser, mit sieben Tagen, sieben Gegenstände, sieben Leute. Und ich dachte mir, okay, ich will es eigentlich ein bisschen militärisch haben. Bloß nicht zu, aber nicht zu militärisch, dass es noch für die Allgemeinheit verkraftbar ist. Aber ich möchte eine Ausbildung mit reinnehmen. Also Leute... Wieso nicht zu militärisch? Also, was wären da so die Probleme? Bei mir wäre so ein No-Go-Waffen zum Beispiel. Also, zu zeigen, wie man damit umgeht, oder? Ja. Ja. Weil ich finde, manche Sachen haben nichts in zivilen Händen verloren. Also, dass man einfach sagt, okay... Was? Weil ich auch jetzt kein... Viel denken ist ja immer, weil ich überhaupt kein Waffenfreak und nahe bin. Also, ich war halt immer die ganzen Jahre ein Werkzeug. Okay, verstehe. Wenn ich im Reservebedienst bin, ist es ein Werkzeug, mit dem man lernt, umzugehen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, wie geil. Okay, okay, dass du halt nicht so ein bisschen diese Tourist hinkriegst, die so... Okay, Otto, schön und gut, jetzt ab wann schießen wir? Genau, richtig. Nee, nee, genau. Ja, ja. Ich kann es mir ja genauso sagen. Ist so. Ja, aber ich kann verstehen, dass das eine Faszination ausübt auf Leute. Ja, ja, ja. Dass die Leute sagen, ey, ich finde Waffen interessant. Kann ich voll nachvollziehen. Aber das ist nicht mein Ding, das irgendwie so zu verbreiten, das Ganze. Aber so militärische meine ich mit, wenn du einen Active Warrior siehst, ist ja, die Leute, die es ausgebildet haben, alles Militär, ist auch aktive, auch Survival-Ausbilder der Bundeswehr, also auch einer der Top-Survival-Ausbilder mit dabei. Und die Leute vorzubereiten auf diesen, ich nenne es mal Abschlussübungen. Also eigentlich ist das Ganze wie so ein Lehrgang. Leute kommen an, werden eingekleidet, hier ist ein Schneehtan, dann kommt die Ausbildung. Okay, so baust du deinen Shelter draußen, das machst du, wenn du ins Eis einbrichst, so orientierst du, so bewegst dich auf Skiford, so packst du deine Pulker. Und dann kommt die Abschlussübung, wo du zeigen musst, okay, hey, habe ich das Erlernte, kann ich das anwenden, aber halt nicht alleine, sondern immer mit einem Profi an der Seite. Das sind ja alles Ex-Militärs oder Aktive gewesen, inklusive Frauen, die immer einen YouTuber-VIP-Wildcard an die Hand bekommen haben. Und das war so bei mir im Kopf. Klar, für die Zukunft jetzt, Desert Warrior steht an, bauen wir das Ganze noch ein bisschen um, aber das war immer so meins, sozusagen, alles klar. Wird das schwieriger als Arctic Warrior? Weil das hier überall Wasser hat, zumindest, obwohl es kalt ist. Also Arktis ist eigentlich die schwerste Klimazone. Ja? Tödlich. Ja, wenn du, du könntest da ja zum Beispiel jetzt nicht sagen, hier, ihr beide zieht los, oder du siehst los, hier sind die Klamotten, viel Spaß, hier hole ich in fünf Tagen ab. Dann würdest du höchstwahrscheinlich viele Fehler machen. Wir haben es ja gesehen bei so dem Stefan Pütz mit Erfrierungen. Bei einem Gerd Schönfelder, unser Paralympics-Star hier, der hat ja nur einen Arm und zwei Finger. Wie schnell man in eine Unterkühlung kommt, wenn man das alles nicht macht. Und das kannst du nicht machen. Und das ist tückisch, ne? Ja, klar. Also ich hatte das jetzt am Wochenende auch mit den Jungs ja gesprochen. Ich habe mal so, kann man gar nicht, gar nicht vergleichen. Aber so eine Eiswanne gemacht, bla bla. Und dann wollte ich halt 22,5 Minuten sozusagen durchhalten, so mir das so beweisen, so meditieren, bla bla. Die ersten zehn Minuten Hölle. Ja. Aber danach, so du chillst und ich bin eingepennt. Krass. Und ich habe Gott sei Dank einen Wecker gestellt. Und dann bin ich halt raus und es war so, ey, ist voll einfach, mir geht es voll gut, ich bin voll ruhig. Ich gehe aus der Badewanne raus, ich klappe um, meine Beine, nichts mehr gespürt. Ja, krass. Also so komplett, komplett weggeklappt. Und ich dachte so, okay, gut, kann sein, dass ich gleich ins Krankenhaus muss. Und mein Herz, also es war, mir ging es Katastrophe und ich habe echt so drei Stunden gezittert und so. Ja, du bist dann schon in der Kühlung drin. Ist nicht in so einer richtig krassen oder so, aber da merkt man schon, wie. Ja, die Körper, geht ja um die Körperkerntemperatur. Das heißt, es gibt ja echt Freaks, du gehst ja von der Körperkerntemperatur aus und so bei unter 30 Grad Celsius ist eigentlich absolute Lebensgefahr. Der Körper zieht das ganze Blut ja quasi zu den wichtigen Organen, also Herz und Gehirn. Weswegen du dann ja irgendwann einfach hier nicht mehr so starke Durchblutung hast. Und der Körper ist eigentlich in einer absoluten Extremsituation. Absolut extrem. Auch wenn du dann so gechillter liegst. Der sagt sich, okay, hier ist gerade was völlig nicht in Ordnung. Aber du kriegst gar nicht so dieses Paniksignal oder so. Ich dachte, ich werde so panisch. Checkst du, was ich meine? Ja. Deswegen schlafen ja Leute ein im Schnee. Ich bin ja eingepennt in dieser Wand. Ja, ja, zum Glück ja nicht. Nee, ernsthaft, du hättest einfach, bei so einer Nummer hätte man theoretisch wahrscheinlich auch sterben können, wenn man nicht aufwacht. Es gibt doch immer wieder Berichte oder Leute, wo man merkt, ey, da ist jemand einfach auf dem Hauseweg, leicht ange... Am besten noch wissen, was getrunken. Aber komm, ich leg mich hin, ruhe mich aus im Schnee. Spürst du die Kälte nicht? Schläft ein, tot. Und deswegen ist halt so, Arktis ist schon das Gefährlichste, was du eigentlich so machen kannst. Aber ich hatte immer, ich liebe halt die Kälte. Und deswegen wollte ich halt unbedingt das Ding als erstes machen. Ey, mir hat Sascha erzählt, so habe ich dich ja, so habe ich von dir gehört, ne? Ich war mit Sascha irgendwie unterwegs, wir haben dann irgendwann am Wochenende gechillt. Hat er mir erzählt, wie das war mit dir? Ich hoffe, er hat noch Gutes gesagt, weil, also ich fette es den Sascha, ich hoffe, er hat jetzt nicht gemeckert oder so, weil er ein super Typ, ein super Party-Hitro. Er hat gesagt, dass du da durchspaziert bist, also er hat gesagt, das war so, als wäre das für dich das Einfachste der Welt. Er hat gesagt, es ging nicht in seinen Kopf rein. Er hat gesagt, Tim, du kannst dir das nicht vorstellen, der Typ läuft dort rum bei minus 25 Grad und den juckt gar nichts, gar nichts. Du hattest scheinbar irgendwie so einen Pager oder sowas, wo die dich da hätten auch anrufen müssen und so oder keine Ahnung was, hast dich gemeldet und bla bla. Und dann irgendwann später sagt, ja, ihr wisst doch, mir passiert nichts und so weiter. Und die waren dann so abgefuckt auf dich und weil du einfach, ja. Wir hatten das Rettungsteam einmal morgens vor da, weil wir uns nicht an ein Meldefenster gehalten hatten. Ja, ja. Das Orga-Team, da tun die Jungs auch leid, die natürlich gesagt haben, alles klar, Alarm, Alarm, was los, wir haben keinen Kontakt. Bei mir ist oft das Thema, wenn ich so Outdoor-Dinge mache, bin ich halt voll im Element. Ich vergesse dann auch mal zu filmen oder sowas. Weißt du, ich habe also ganz, da denke ich so, nee, ich genieße das jetzt einfach hier. Also das ist so, da muss ich mich immer zusammenreißen. Ah, nee, warte mal, da muss ich eigentlich auch was filmen, weil es für die Zuschauer interessant ist. Aber ich fühle mich einfach dann wohl bei so Situationen. Krass. Ey, das, ich finde, ich finde das, ich habe, Sascha hat mir so eine Stunde oder so davon erzählt, ich habe den so angeguckt, ich fand das so krass. Ja, es war gut. Ich meine, jeder hat ja so seine eigene Komfortzone, weißt du. So, für mich wäre jeden Tag streamen nichts oder in einem Bürogebäude, das wäre für mich die Hölle. Aber ich muss sagen, also wir haben ja gerade auch schon darüber gesprochen, ich glaube, also keiner hätte gedacht, dass Sascha da so durchzieht. Das war schon crazy. Ja, ich glaube, die allerwenigsten haben das gedacht und aber genau deswegen habe ich ihn auch hiermit ausgesucht und war so happy, dass er zugesagt hat. Da muss man echt nochmal sagen, auch tausend Dank an Sascha, wenn er das einfach sieht, weil, du, wir haben telefoniert und gesagt, lass mir mal Bedenkzeit mal bis morgen, aber ich glaube, ich mache das. Und das, obwohl wir uns noch nie vorher gesehen haben. Klar, ich glaube, über Knossi kam, glaube ich, ein bisschen, kam, glaube ich, positives Feedback, wo ich gesagt habe, frage aus, ob man Knossi, wie er mich empfunden hat und so. Ich muss ja mal probieren, so ein paar Barrieren näher zu reißen und dann einfach Ja gesagt dazu. Und das, das finde ich schon vom Mindset her, weiß man eigentlich dann, wenn man sich ein bisschen mit auskennt, wie stark eigentlich so ein Sascha dann ist. Weil viele sehen ja nur den Sascha, ja, das ist ja so ein Streamer, der sitzt nur noch rum. Und ich dachte, was der schon geschafft hat in seinem Leben, der wird das packen. Aber wie war das für dich, hast du dort was, also was sind so Fragen, die du stellst? Was sind so Sachen, auf die du guckst, wo du halt merkst, okay, ich kann jetzt mit dem irgendwie zum Beispiel sieben Tage oder fünf Tage bei minus 25 Grad kann ich den mitnehmen. Weil du musst dich auch irgendwo auf den verlassen können, wenn hier vielleicht irgendwas passiert, was auch passieren kann. Gar keine Frage. Ich höre eigentlich vor allem aufs Bauchgefühl. Ist das ein Mensch, wo ich sagen kann, weil man hat ja eine sehr, man sieht nur sich selber, also das Buddy-Team hat sonst niemand anderen und muss durch so eine Situation durchkommen. Also braucht man eigentlich einen guten Draht zu dem anderen, wo man sagt, ich glaube, das funktioniert mit uns. Das Technische, ob Sascha jetzt eine Infusion legen kann, mich zusammenflicken, wenn irgendwas passiert, das habe ich ja gar nicht erwartet, sondern ist das jemand, wo ich sagen kann, ey, wir haben ja auch einen coolen Vibe, wir kriegen das hin. Das reicht mir eigentlich schon. Weißt du, so jetzt, ja, da gibt es ja keine gefährlichen Raubtiere, da hast du jetzt, also ich war ja schon öfter in so Situationen, auch in vielen Lehrgängen und allem in so Bereichen, deswegen war das wichtig, einfach, hey, wir brauchen den Draht zueinander und dann machen wir das. Team Sonntag, gute Laune. Da haben wir von Anfang an gesagt, Sascha, wir machen uns keinen Stress. Okay? Okay, wir ziehen das ganz spannend durch, genießen einfach die ganze Natur und wir rocken das. Habt ihr es genossen? Ich kann das von mir teilen sagen, ja, auf jeden Fall. Zwischendurch ging Sascha ja mal nicht so gut, weil ja doch aufs Essen, es gab ja Minuspunkte, wenn du Essen genommen hattest, das war so sehr fies gemacht von der Orga, in so Klarsicht, Folien war dann drin das Essen, weißt du? So Snickers und so Survival-Pakete und dann Kartoffeln und Möhren und die hast du halt die ganze Zeit immer in deinem Rucksack gesehen und denkst dir, hm. Und das war so ein bisschen vielleicht etwas Fehler von mir, aber ich dachte, wir kommen halt komplett ohne Essen durch, aber dann haben wir gemerkt, okay, der Energielevel geht gut runter beim Sascha und dann haben wir uns entschieden, komm, egal, dann machen wir die Dinge halt einfach auf. Und da ging es im Zwischendurch mal nicht so gut, am Ende war wieder alles, war ja gut. Er hat es auch nicht mit so viel Fett da reingegangen. Nee, leider nicht, also das ist ja, bei ihm ist ja leider nicht so viel dran, dass man sagen kann, der hat ja was, wovon erzählen kann. Ja, ja, ja. Und dann, ah, hat Bock gemacht. Aber du musst mir jetzt mal erklären, wie hat das alles angefangen? Du hast deine Karriere beim Militär begonnen. Ja, bei mir selber, ich glaube, wie hat es angefangen? Outdoor, ich bin am Land groß geworden, also meine Mutter ist Tierärztin, mein Vater Mineraloge und die hatten immer schon so eine Art Hobbybauernhof. Mineraloge? Ja, also sogar Doktor der Mineralogie. Ja, alles was zum Thema Steine und Erze und Sachen sich dreht. Also geologimäßig? Ja, nochmal feiner rein, also geht tatsächlich in Steinzusammensetzung und er arbeitet oder führt einen amerikanischen Großkonzern tatsächlich mit die Stellen Titanen Dioxide her, Beschichtungen für Farben, Lacke. Ah, okay, okay, okay. So sehr technisch das Ganze. Und tatsächlich, und dann auf diesem Bau noch groß geworden mit Wald und einem kleinen Teich dabei und Wiesen und war halt immer schon draußen gewesen. Ja, und dann kam halt irgendwann so, ja, Militär, bevor ich mich gezogen werde, in den Wehrdienst, den gab es ja noch, habe ich gedacht, komm, bewirbst du dich? Und dann, ja, bin ich einfach blauäugig zu so einem Wehrdienstberater hin und dachte, ich will falsch mega werden. Ich habe so ein Werbeblättchen gesehen. Was sagen dann die beiden promovierten Eltern? Ich bin gerade noch bei deinem Vater hängen geblieben, frag mich, ob es Chemie ist oder ob es ein Branch von Geologie ist. Ja, ich habe vier Geschwister, dadurch, dass ich der Älteste bin und die hatten für mich natürlich auch eine akademische Laufbahn vorgesehen. Das war das Letzte, was ich machen wollte, eine akademische Laufbahn. Da haben sie aber irgendwann mit angefreundet, dass es halt dann doch nicht so ist. Da war ich immer sehr so der Problemkind nicht, das überhaupt nicht. Also ich habe nie irgendwelche, weiß ich, Drogen, Alkohol, Esspaare, Baden oder irgendwas gehabt, sondern wollte ein Abenteuer erleben. Mein Vater selber war bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe vom Reiten. Beide Eltern kommen aus dem Reitsport und haben immer Pferde am Hof gehabt. Ja, ich glaube, die fanden das ganz gut. Und gesagt, ja, okay, komm, dann hat er zumindest mal, wo er die Energie rauslassen kann. Die haben das ganz gut, ja, tatsächlich. Okay, krass. Kennt man normalerweise das dann, ist so, ey. Natürlich, weil die halt wirklich wollten eigentlich, dass ich auch irgendein Studium anfange und halt irgendwas Vernünftiges mache. Für eine, ja, okay. Das ist ja immer so ein bisschen, weißt du. Ja, ja. Ja, man, jetzt, warum, ja. Aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, alles richtig gemacht. Und dann hast du deine... Mich direkt zwölf Jahre verpflichtet bei der Bundeswehr. Hast du direkt gesagt zwölf Jahre? Ja, ja. Direkt, bin dahin, hab den Test gemacht und wollte eigentlich erst nur vier, weil ich dachte, ja komm, vier Jahre. Aber was ist dein Unterschied? Also was ist das Minimum, was der Vorteil, wenn du dich auf zwölf Jahre fährst? Früher waren es vier Jahre, dann bist du in der Mannschaftslaufbahn, also die unterste Laufbahn, Mannschaftsdienstgrad. Dann gab es acht Jahre für Unteroffiziere und dann gab es zwölf Jahre für Feldwebel und Offiziere. So, dann habe ich diesen Test gemacht, wollte eigentlich nur vier. Dann haben die gesagt, ja, du kannst dir auch zwölf vorstellen. Und da dachte ich so, naja, zwölf ist ein bisschen länger als vier. Komm, ich mach's so. Dann habe ich dann unterschrieben. Dann war damals noch so, hey, ja, wir haben zwei Standorte, falsche Mäger, einmal im Norden, einmal im Süden. Da dachte ich, okay, was ist näher am Meer dran? Ja, das eine waren 305 Kilometer, das andere waren 301 Kilometer entfernt. Ich komme nämlich mit 301 zwei Brücken, nie gehört vorher von der Stadt und bin dann da zum Werdienst eingezogen worden. Und fand es von Anfang an richtig, richtig gut. Also ich glaube, für mich war das auch noch das Richtige. Erklär mir mal kurz diese Dienstgrade und so, also was da untersteht zwischen diesen ganzen... Wie muss ich das vorstellen? Also es kommt immer so auf die Truppengattung an, falsche Mäger. Stellt dir ein großes Gebäude vor, das ist eine Kompanie. Okay. Da gibt es dann vier Züge sozusagen. Ein Zug besteht aus ungefähr 30 Männern mit einem Zugführer. Der Zugführer ist entweder ein alter Feldwebel oder halt ein Offizier. Und der Kompanieführer ist der Kompaniechef und ich war in der Feldwebe laufbar. Und das heißt, in diesem Zug, der 30 Mann ist, besteht eigentlich aus drei oder maximal vier Gruppen. Gruppenführer, also zwölf Mann zu führen oder dann auf Sicht halt die 30 Mann. Das war so meine Laufbahn, so zum einen Ort. So am Anfang fängst du an, natürlich arbeitest du nicht, arbeitest du nicht hoch, sondern es wird ganz klar, wann du befördert wirst. Es sei denn, du machst irgendeinen Mist. Was ist der Unterschied zwischen einem Offizier und einem Feldwebel? Als Offizier konnte ich genauso zwölf Jahre verpflichten. Ein Offizier kann noch ein Studium machen während der Bundeswehrzeit und hat natürlich nach oben hin noch viel mehr Luft. Also könnte dann Kompaniechef werden oder Bataillon, Kommandeur, also eine ganze Kaserne leiten oder noch halt viel höher kommen. Und als Feldwebel ist halt meistens Schluss bei so einem Zug oder halt eine Verwendung in Stäben oder an Schulen zum Beispiel in der Bundeswehr. Also das war so Maximum ein Zug für 30 Mann. Was natürlich auch mit vielen Lehrgängen verbunden ist, Führungslehrgänge, Englischlehrgang, ja alles was dazu gehört, Menschenführung, Taktik und so weiter. So und das war so eine Laufbahn, die ich direkt eingeschlagen habe. Deswegen war, von Anfang gab es schon fixe Lehrgänge, die ich besuchen musste. Und ich wollte unbedingt immer Falschum springen. Dazu, ja, da zählt halt alles als Falschumlehrger da bei mir. Was habe ich an Lehrgängen gemacht? Ich habe einen ganzen Ordner voll mit irgendwie, ATNs nennt sich das, also einen Urkunden sozusagen, die du hast mit normaler Falschumsspringerlehrgang. Dann bin ich irgendwann aber dann von der normalen Kampfkompanie in den, es gibt zwei Falschirmspezialzüge nennen die sich in Deutschland. Das sind Vorauskräfte, das heißt, der Job ist bis aus 10.000 Meter mit Sauerstoff aus einem Flugzeug springen. Fallschirm oben öffnen, 30 Kilometer mit dem Fallschirm irgendwie ins feines Land gleiten, da dann landen, Landezonen erkunden, Freikämpfen von Landezonen für reguläre Falschumlehrger. So, das heißt, das... Ist das aus 10.000 Metern mit Sauerstoff? Ja, aber sonst ist es erstens, genau, Sauerstoffmangel und kalt. Wie ist das aus 10.000 Metern? Wie kommst du überhaupt raus? Klappe geht auf, springst raus, läufst hinten raus. Ja, aber das ist... Das ist wie dein Ferienflieger, wenn dein Ferienflieger sitzt und hinten würde... Ja, klar, aber das ist ja was anderes, aus dem rauszuspringen oder irgendwie aus zwei Kilometern Höhe. Also du bist auch nicht so schnell unterwegs, so Absatzgeschwindigkeit, ich weiß gar nicht, was haben wir denn? 250 kmh oder so? Okay, also nicht irgendwie 1.000 oder so? Nein, 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 das kannst du nicht, das überlebst du ja nicht. Ja, nee. Also weiß ich nicht, ob man es überlebt, gute Frage, aber... Vielleicht stopp für ein neues Video. Vielleicht stopp für ein neues Video, überlebe ich 1.000 kmh abzuspringen. Nein, das ist so der Hauptjob der Spezialzüge. Das heißt, du bist sehr gut ausgebildet, natürlich alles, was natürlich Schießen angeht, Überlebenstaktiken. Also es gibt, klar, so einen klassischen Einzelkämpferlehrgang, die habe ich beide gemacht. Einzelkämpfer Teil 1 und Teil 2 gibt es. Dann der herreste Lehrgang war eigentlich so dieser Combat Survival with Resistance to Interrogation, nennt er sich. Was passiert, wenn ich hinter feindlichen Linien von meinen Einheiten getrennt bin? Was mache ich dann? Das ist so ein Lehrgang, der findet in Schullendorf statt. Auch ein internationaler Lehrgang war das, also mit Kräften, Spezialkräften aus Dänemark, aus Belgien, noch dabei Italien, England und so weiter. Ja, erstmal auch wieder völlig allein überleben. Also wirst du zum Beispiel eine Woche völlig allein gelassen im Wald, also so wie Seven is Wild. Aber halt im Winter und... Und gottloser. Und gottloser, genau. Das ist das richtige Wort dafür. Danach wirst du gejagt, also von der Hunter Force. Da gibt es dann halt mehrere, teilweise über 100 Leute, die versuchen dich zu cachen. Du hast halt jeden Tag so einen gewissen Korridor, den du überbrücken musst. Wo es heißt, okay, selbstgezeichnete Karte auf Fallschirmseide, weil du bist ja abgeschlagen von feindlichen Teilen. Hast also auch kein großes Winter-Equipment mit dabei. War im Winter das Ganze. Und da heißt es halt immer, okay, sei morgen an dem mit dem Punkt. Distanz 20 bis 40 Kilometer pro Tag. Oder pro 24 Stunden. Du musst entscheiden, gehe ich tags, gehe ich nachts. Und dann wurdest du halt gesucht von vielen anderen Einheiten. Ist das Teil von einer normalen Fallschirmjäger-Ausbildung? Ne, den Lehrgang haben nur sehr, sehr wenige. Der Combat Survival ist also Bestandteil für alle. Mittlerweile heißt er anders der Lehrgang. Für jeder, der im KSK ist, ist das, meine ich immer noch so, musst du diesen Lehrgang bestehen. Und also eigentlich nur für Spezialkräfte und spezialisierte Kräfte. Also nicht reguläre Fallschirmjäger. Also und du hast dann quasi auch Spezialkraft-Ausbildungen gemacht, oder was? Ja, es gibt spezialisierte Kräfte und Spezialkräfte. Spezialkräfte in Deutschland ist nur KSK und Kammschwimmer. Oder KSM. Und der Fallschirm Spezialzug zählt zur SOF, Special Operation Force. Also in den USA wäre es Spezialeinheit, hier ist es spezialisierte Einheit. Ist sau schwer zu verstehen, weil du immer so denkst, ja, okay. Okay, 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 krass. Also was hast du dann gemacht? Weil dann bleiben dir zwei Sachen übrig. Also entweder du machst das oder du machst da KSK oder du machst... In diesem Lehrgang wurde ich hingeschickt, weil die im Spezialzug bei uns, wir gehörten an oder früh hieß es DSO, Division Spezielle Operationen. Okay. Jetzt heißt es DSK, Division Schnelle Kräfte. Da ist das KSK und die Fallschirm Spezialzüge und ein paar andere Einheiten noch drin. Also für alle Spezialeinsätze, die es halt so gibt. Und dann hat man eine enge Zusammenarbeit mit dem KSK. Und dazu brauchst du halt auch die Jungs, die halt auch die Länge machen, um miteinander arbeiten zu können. Okay, die bilden euch dann aus. Okay, okay. Genau. Jetzt muss ich mal... Das ist jetzt ein bisschen hier quer und ich habe... Ey, sorry, Alter, ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht, weil, Alter, ich bin gerade dieser... Nein, ich war so, als ich ein Kind war, ich habe wirklich mir alles mögliche über das KSK damals versucht reinzuziehen, was es gibt. Und du findest natürlich nichts. Oder nicht viel. Gott sei Dank auch nichts, ne? Ja. Aber es sind ja so 2000 Leute. Und das ist ja, sage ich mal, also von dem, was ich weiß, die Speerspitze, das allerkrasseste, was du hast. Absoluter, ja. Wie ist das, wenn du das A zu einem normalen Zivilisten vergleichst, B, wenn du das vergleichst mit einem, also ich sage mal, einem sportlichen Zivilisten, wenn du das vergleichst mit einem normalen Soldaten oder so bei der Bundeswehr und wenn du das international vergleichst. Also wie, was kann so ein KSK-Soldat alles? Also das KSK selber ist natürlich auch eine, wie du schon sagst, so eine recht große Einheit, aber die richtigen Kommandosoldaten sind viel, viel weniger. Hm, verstehe ich. So, super hartes Auswahlverfahren natürlich. Ich glaube, das ist dumm schwer. Total. Also ich habe den Einstellungstest auch gemacht, das Geburt, früher ist das ERV, Einstellungsfeststellungsverfahren. Teil 1 habe ich bestanden, Teil 2, diese Höllenwoche, bin ich an Tag 3 raus, weil ich gestürzt bin am Knie und das komplett knieoffen war und der Arzt mich rausgenommen hat. Und was musst du denn machen bei Woche 1 und 2? Woche 1 war viel Sportgeschichten, also Sporttests, Psychologiegeschichten, wurde ganz viel gemacht zum Beispiel, Intelligenztest, also erstmal so grob und fassend, holen wir uns da eine faule Nuss mit rein oder nicht. Also vor allem die Psychologen drehen dich halt auf links, weil du brauchst halt weder einen Rambo-Typen, noch irgendeinen Nazi, noch irgendeinen, weiß ich nicht, Verschwörungstheoretiker oder sonst was. Aber erklär mal kurz diese erste Woche, weil das finde ich spannend. Also was musst du sportlich alles leisten können? Gibt es dann irgendwie? Ich weiß nicht, wie der Test jetzt mittlerweile aussieht. Also da sind so Kleinigkeiten drin mit, ich weiß nicht, so und so viele Klimmzüge machen. Fünf, gern gesehen, sind aber 15 bis 20 Klimmzüge. Okay. Dann, weiß ich nicht, 7000 Meter Gepäcklauf zum Beispiel. 7 Kilometer mit 20 Kilo Gepäck und in Uniform und Stiefeln. Die musste unter 52 Minuten laufen, gern gesehen sind aber um die 40 Minuten. Bergauf, bergab, also nicht mit Sportstüchen hier auf der Tartanbahn. Schwimmen, ich weiß gar nicht, wie lange das nochmal so war, ist echt schon ein bisschen her. Kleiderschwimmen, ich weiß nicht, wie lange ging das Kleiderschwimmen, halbe Stunde. Ich glaube, halbe Stunde oder sowas. Also es ist eigentlich körperlich Teil 1 überschaubar, wo aber schon mal grob gesiebt wird. Okay, also viel mehr wird gesiebt bei den Intelligenztests und psychischen Tests. Was ging dann bei den IQ-Tests, da gibt es ja keine Ahnung, unter, da gibt es ja in Amerika, gab es doch dieses Ding, dass die unter 85 keine nehmen. Ja, garantiert werden wir irgendwas rausfiltern. Also mir ist nicht bewusst, wonach die genau sind. Ich weiß nur, dass halt bei dem Teil 1 in dieser Woche weit über die Hälfte rausgeflogen sind. Echt? Ja, bei dem IQ-Test. Ja, nicht nur IQ, sondern halt dieses Gesamtding, also Mischung aus Sport, die ganzen Psychologengespräche und so, weil die wollen ja auch gucken, was holen wir uns da für Menschen hin. Du suchst halt nicht nach einem Rambo-Typen, überhaupt nicht, weil du brauchst halt einen Teamplayer und du brauchst jemanden mit einer oder so passend gesagt, die gucken, was ist das Skill-Level und was ist das Trust-Level. Oh, interessant. Oder Skill und Trust. Und Trust schlägt immer Skill. Du kannst die Leute ja trainieren. Ja? Aber ist das eine Person, wo ich weiß, okay, der hat, gibt ja auch viele Einteilungen, bist du ein roter Typ, sehr, sehr dominanter oder grün, einfühlsamer, also gibt ja auch einen Zivilen. Super interessant für Firmen tatsächlich auch so Persönlichkeitstests zu machen, um auch sich besser zu verstehen. Was für einen Typen habe ich vor mir? Wie tickt der? Und du brauchst halt jemanden, der super hilfsbereit ist, der bereit ist, sich natürlich auch aufzuopfern, der bereit ist, über seine Grenzen hinaus zu gehen und nicht als erster Stelle sich sieht. Und das wird bei so Tests natürlich geguckt, dass du halt den absoluten Teamplayer hast. Das machen die ja gerne auch bei diesem CIA-Profiling-Ding, dass sie den immer in das Dossier noch den Persönlichkeitstyp vom Target oder so mit reintun. Ja. Also super, super spannendes Thema. Und da wird erst geguckt, in diesem ersten Teil, wie... Hab's früher immer im Podcast gemacht, hab immer gestern quasi Persönlichkeitstests machen lassen. Echt? Ach geil, okay, cool. Aber ein Big Five, also jetzt nicht so... Ja, okay. Keine Ahnung, also ja. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele, die du machen kannst. Und ich finde es immer sehr spannend, auch wenn du Mitarbeiter hast, um zu sehen, wie ticken die alle eigentlich, ne? Irgendwann hat man so ein gutes Gefühl dafür, aber ja. Was bist du? Sehr grün. Du bist sehr einfühlsam und... Ja, grün, aber auch, also bei mir ist es sehr ausgeglichen tatsächlich, ich kann gucken, ob ich es im Handy finde, bei mir ist tatsächlich extrem, außer normalerweise hast du ja einen extremen Außenschlag bei irgendwas. Am stärksten ist grün, dann kommt rot, blau und gelb ist ein Tick weniger, ja. Erklär mal kurz die ganzen Farben. Blau ist zum Beispiel der ganz analytische Typ, also das so typisch... Blau ist der CFO, also alles was wir zahlen und sowas, ganz nüchtern. Nein, die Couch macht keinen Sinn, die grüne, weil die kostet so und so viele Euro mehr und ich habe geguckt, die Reinigung kostet 3,50 Euro mehr als bei der roten. Du denkst, ich will aber die rote Couch haben, so. Also, rot ist ein sehr dominanter Typ, grün ist halt dieses einfühlsame Menschlich sozusagen. Gelb, kann ich gar nicht sagen, kann ich aber nicht mal nachgucken. Ich bin mir schon länger, weil ich die letzten so gemacht habe, aber ich habe es bei allen Mitarbeitern schon gemacht. Ja, super spannend. Und bei dem Persönlichkeitstest, was sind da zum Beispiel Dinge, die Red Flag sind, wo du sagst, da wird rausgefiltert? Ego, absoluter Ego-Typ. Ja, Ego-Typ fliegt raus. Woran merkt man das? Naja, es wurden so verschiedene Aufgaben gegeben. Achtung, du bist in der Gruppe, einer, oder bist du dritt, einer hat sich da und da verletzt. Die Hilfe in die Richtung ist so weit entfernt, Hilfe kann aber nicht von der Seite kommen. Also, wie verhältst du dich? Achte ich auf den anderen oder sage ich, okay, die Mission ist mal das, ich will die durchziehen, ich lasse den jetzt hier im Wald? Das sagt natürlich eigentlich keiner, aber... Das ist ja wie beim Führerschein, so dumme Fragen. Ja, so ein bisschen schon, aber da ist schon sehr genau, haben sie es rausgefiltert, ja, bei so Dingen. Krass. Ja, schaffst du es, andere zu motivieren, schaffst du es, Leute mitzuziehen, und, und, und. Weil du musst dich ja aufeinander verlassen. Du bist ja, wie bei uns in der Einheit auch, war ja auch im Einsetzen gewesen, mit wenigen Leuten, dem nirgendwo unterwegs, wo du weißt, Hilfe kommt nicht so schnell. Dann musst du ja wissen, ich kann mich auf den verlassen. Zu 100 Prozent. Okay, verstehe, also so eine Mischung quasi aus Selbstüberschätzung, Trust Level, was niedrig ist. Ja. So eine krasse Selbstbeziehung. Okay, okay, das ist schon krass, dass es rausgefiltert wird. Und die zweite Woche sind dann wahrscheinlich so... Die Höllenwoche ist halt einfach, wie weit kannst du Schmerz ertragen? Also, da kann man leider nicht, darf ich nicht so viel drüber sagen, aber trage einfach einen unfassbar schweren Rucksack, unendlich lange. Mit unfassbar wenig Schlaf, wenn überhaupt, und Spielchen zwischendurch, um zu gucken, wie weit bist du bereit zu gehen. Was ist so eine ultra-gottlose Variante von Räuber und Gendarm mit viel Rucksack und einfach weglaufen von Leuten, die dich simuliert töten wollen? Ja, das ist so bei dem Combat Survival. Okay. Da hast du nur jetzt keinen ultra-schweren Rucksack, weil du deine Ausrüstung verloren hast hinter feindlichen Linien. Also nicht den warmen Schlafsack im Winter dabei hast, sondern natürlich nur das, was du im Körper trägst. Und auf diesem Läger musst du, hast du dann diese bisher Run- oder Escape-Phase, wo du gejagt wirst, hast du halt nichts, auch nichts zu essen. Also du kriegst am Anfang dieser ersten sieben Tage eine Forelle, warst damals ein Hase, Kartoffel, Zwiebel, Möhre und ein Brühwürfelchen. Und das muss eigentlich für fast zwei Wochen reichen. Und dann im Winter. Da suchst du natürlich überall. Ich habe dann im Wald Schweinefutter gefressen für die Wildschweine. Ich habe mir so einen Leckstein gefunden für Rotwild, mir das Salz daraus gemacht, mit einem Messer, um ein bisschen Salze zu mir zu nehmen. So war es halt. Eine alte Birne habe ich gefunden, also im Sommer noch, die ich dann gefuttert habe. War bitter ohne Ende, aber egal. Hauptsache war zu essen, ja. Pferdefutter, für mich zu essen, aber das ging nicht. Pellets waren irgendwie so heu gepresste Dinger. Ey, aber und das, diese zweite Variante von diesem Ding-Training ist dann noch schlimmer? Das, was du ja gerade beschreibst, ist ja so eine Art KSK-Training, wo du quasi mitgemacht hast. Das ist dieser Lehrgang, den auch die, damals zumindest mal die Kommandosoldaten machen mussten, in ihrer Ausbildung. Weil du bist ja nicht, du brauchst ja mehrere Jahre, bis die Ausbildung durch ist. Wie lange dauert das, bis man Kommandosoldat wird? Früher waren es, glaube ich, über zwei Jahre, zweieinhalb. Hängt mal davon an, ob du irgendwelche Lehrgänge noch wiederholen musst. Okay, krass. Also besteht aus ganz vielen verschiedenen Varianten, bis du dann quasi Combat-Ready bist und ein Patch bekommst. Und wenn du jetzt, okay, diese zweite, ich bin gerade, ich muss sagen, ey, das ist schon komplett krass. Es ist immer schade, dass man keine Einsicht so wirklich hat, weil es halt wirklich Menschen sind. Du musst nur überlegen, der Job ist es, im Absolut Verborgenen zu arbeiten, ohne große Anerkennung von draußen. Keine weiß es. Ohne, dass die Leute wissen, manchmal auch engster Verwandten im Bekanntenkreis, was du gerade tust. Leute, zum Beispiel, klar, Geiselbefreiung. So, das heißt, wenn irgendwer auf die Idee kommt, in einem tollen Land Urlaub zu machen, was eigentlich kein Urlaubsland ist, müssen die Jungs jederzeit bereit sein, alles dafür zu holen, um dich da rauszuholen. Ohne, wie gesagt, Anerkennung und alles von draußen. Und das sind halt schon besondere Charaktere, die du einfach da hast, die einfach sagen, ja, das ist halt unser Job. Ich weiß, es gibt keine Anerkennung, kein Applaus, gar nichts. Ich mache das. Aber wie ist denn das? Weiß zum Beispiel die Frau, die Familie, die Mutter, wissen die, dass das Kommandosoldaten sind? Oder wissen die das nicht? Oder wissen die zum Beispiel nur über die Operationen nicht Bescheid? Das ist eine gute Frage. Ich habe mehrere Freunde, die dort sind tatsächlich. Und so blöd das klingt, stelle ich halt auch manche Fragen einfach nicht. Weil ich weiß, okay, ich will einfach gar nicht in die Modulie bringen, da irgendwie was sagen zu müssen. Aber wahrscheinlich wissen die sehr wenig, wenn dann die, also schon, dass sie da sind. Aber auch eine Familie wird ja auch durchleuchtet. Also bei der Bundeswehr gibt es verschiedene Überprüfungsstufen, also Sicherheitsüberprüfungen. Weil es kann ja sein, dass du dir jetzt hier da irgendeinen Spion-Nazi-Verschwörungsfritzen da ins Boot geholt hast. Das geht dann teilweise, dauert es mehrere Jahre in den Backcourt, also eine richtige Überprüfung. Hat Tim in der Schule vielleicht immer das Anarchiezeichen mit dem Messer bei den Lehren im Tisch oder bei dem Auto des Lehrers angezündet? Keine Ahnung oder sowas, weißt du? Oder mit irgendwelchen Schmiereien. Wenn so eine Ausbildung fertig ist, was unterscheidet zum Beispiel so ein Kommandosoldat von einem normalen Soldat und so einem Zivilisten? Also was würdest du sagen? Das wäre da auch eine Frage, ne? Ja, einen normalen Soldat gibt es auch gar nicht so richtig, weil die Bundeswehr ist ja so riesig groß. Es gibt ja Logistikeinheiten, die stapeln halt Paletten und sehen zu, dass die Logistik läuft. Oder selbst die Küche oder irgendwas anderes. Das ist eigentlich ein ziviler Job, auch wenn die alte Uniform anhaben. Ja, verstehe, verstehe. Das ist einfach die absolute Speerspitze. So, mit zivilen, tja, kann man das mit zivilen vergleichen? Ich weiß bei mir zum Beispiel bei dem Teil 2, wo ich gewesen bin, hast du auch so ein Buddy, den du zugelost bekommst. Bei mir war damals so ein Ultra-Triathlet. Austrainiert hoch 10. Und ich dachte so, ah, gute Nacht. Der zum Beispiel ist in der ersten Nacht, hat er aufgegeben. Weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr. Also diese Ultra-Sportler sind ja gewohnt, gut zu schlafen, regelmäßige Mahlzeiten, den Physiotherapeuten, den Masseur, keine Ahnung was, am Start zu haben. Und das ist da halt nicht. Sondern da wird geguckt, mit wie wenig kannst du auskommen und wie weit kannst du Trapazen und Stress und Schmerzen ertragen. Das kannst du einfach irgendwie nicht vergleichen. Ja, ja, ja. Aber da ist auch dieses Mysterium, was Leute so reizend dran sind. Was für Menschen steckt dahinter? Aber es gibt halt keine Bilder dazu. Nee, weil man guckt sich das ja an und dann sagt man so, ja, okay, ich kann ja jetzt unter optimal Bedingungen. Bei Sonnenschein kann ich ja das alles auch irgendwie so, verstehst du, was ich meine? Und dann sagt man, ja, gut, könnte ich ja auch, aber ich will nicht, weil es mir unangenehm ist. Genau. Aber ich glaube, es ist ja dieser, also diese, also ich glaube, dass der, also jetzt von außen betrachtet, ist jetzt auch eine Frage, diese Ausdauer ist ja das Entscheidende darüber. Du musst ja nicht der beste Schwimmer sein, du musst ja nicht der beste Läufer sein, du musst ja nicht der beste, was weiß ich, Schütze sein oder so. Sondern du musst... Die Mischung aus allem macht das, also du hast natürlich da Leute dabei, wie bei uns in der Einheit. Ich weiß nicht, aber bei mir, mein Kompaniechef, du wirst ja alle zwei Jahre beurteilt immer, um zu gucken, kannst du, wenn du Berufssoldat wirst, also nach zwölf Jahren kannst du sagen, ich möchte Berufssoldat werden oder vorher natürlich schon, aber du... Nach dieser Verpflichtungszeit ist immer wieder das Ende oder du wirst Berufssoldat und das werden halt nur die besten paar Prozent und dafür wirst du beurteilt. Und da sagte mein damaliger Kompaniechef, okay, Beurteilung, Otto, jetzt erzähl mir nicht, deine und meine Hobbys sind Fallschirmspringen, klettern und draußen sein. Ich sag, ja gut, Fallschirmspringen, klettern und draußen sein, weil halt uns aus dem Spezialzug nahezu alle diese Hobbys irgendwie haben. Also du beschneidest dich, du hast schon den Typ Mensch, der natürlich Bock hat, auf draußen zu sein und Abenteuer zu erleben und natürlich dann sich Sportarten sucht, wie halt Mountainbiken und Klettern und Fallschirmspringen und Tauchen und was weiß ich was alles. Und ja, die sind schon, das sind schon so natürlich teilweise in ihren Bereichen Extremsportler. Wir hatten Leute dabei, die extremst laufen konnten, also wirklich krass auf Marathonzeit noch hingelegt haben. Oder dann hast du einen Extremkletterer dabei. Aber es macht eigentlich die Mischung aus allem. Das Wichtigste ist halt einfach so ein Durchhaltevermögen, also mit wenig auszukommen. Da sind wir auch wieder bei dem Begriff, was ist auch Survival? Survival ist halt durch eine schwere Situation durchzukommen, bis du die Situation überlebt hast oder gerettet wurdest. Und das wird auf diesen Lehrgängen oder halt in so Einheiten natürlich, probiert immer weiter diese Grenze zu verschieben. Zu sagen, alles klar, da geht noch mehr. Da geht noch weniger Schlaf und noch weniger Essen, noch mehr Kilometer und noch mehr Gepäck. Wo ist der Unterschied zwischen so einer simulierten Trainingssituation, wo du quasi Eignungstest machst oder so, so einem YouTube-Format? Ja. Und einen echten Einsatz. Boah, okay. Also Lehrgänge, eigentlich heißt es ja immer trainen as you fight oder versuche härter zu trainieren, als der Einsatz sein kann, damit du sagen kannst, okay, haben wir schon gemacht, ist jetzt gar nicht so wild. Beim Lehrgang wird schon versucht oder in so Einheiten richtig das Maximum auszukitzeln. Wie weit kann ich gehen? Du hast natürlich immer im Kopf, okay, das ist ja nicht ein scharfer Einsatz, sondern nur eine Übung. Verschiebt sich aber bei manchen Sachen im Kopf, nimmst du es nicht wirklich wahr. Wenn ich an diesen Common Survival denke, muss ich dir vorstellen, ich setze dich eine Woche lang allein im Wald aus. Du musst dabei leben. Du kriegst die Forelle, den Hasen und das Gemüse. Danach wirst du fast eine Woche lang gejagt mit deinem Buddy zusammen. Danach kommt nämlich noch die Verhörphase zum Schluss. Fast zwei Tage am Stück verhört werden ohne Schlaf. Irgendwann, dein Gehirn schaltet ja auch mal, also du denkst ja nicht, ah ja, das ist ja hier nur eine Übung, das ist ja gleich vorbei. Sondern du bist so fix und fertig, also ich weiß von Leuten, die halt fast 20 Kilo abgenommen haben in diesen knapp zwei Wochen. So, und das ist für den Körper eine Ultrastresssituation und extremst anstrengend. Das kommt dir dann schon vor wie echt. Also du, ne, wenn du jetzt aufstehst und sagst, ja, ich verhör dich jetzt, dann denkst du, gut gegessen, gut geschlafen, läuft. Aber es ist was anderes, wenn du vorher schon mal wie so ein Tier gelebt hast, zwei Wochen. Das im Vergleich zu YouTube. Okay. Wenn ich jetzt im Vergleich bei mir mit den Projekten, wenn ich jetzt so einen Ocean Warrior oder Arctic Warrior jetzt nehme oder was ansteht, Desert, muss ich das natürlich runterbrechen für den allgemeinen Menschen, sag ich mal so, wie so ein Sascha, um natürlich auch ein Format zu schaffen, was die Leute gerne schauen wollen. Denn die Leute würden ja auch nicht gerne schauen wollen, zehn Profis, dann wäre das langweilig. Ja, okay, cool, ja, so schwer kann es ja gar nicht sein. Da wirst du wenig Drama haben, du wirst wenig Action, Anführungsstrichen, dann dabei haben, weil es wäre einfach langweilig zum Zuschauen. Es wäre langweilig, da nur Profis reinzusetzen. Weil du halt dann zehn gleiche Reaktionen hast. Ja, irgendwie nahezu gleich. Ja, ich verstehe. Ja, okay, gut, sind halt noch zehn Kilometer. Okay, ja, komm, wir bauen Lager auf. Okay, jetzt Feuer machen, jetzt trocknen. Wow. Und dann hast du halt nicht so einen Sascha, der sagt, was ne Scheiße. Davon lebt ja auch so ein YouTube-Format. Also bei YouTube, ich probiere schon so ein bisschen rauszukitzeln, wie weit kann man gehen. Was natürlich schwer ist, wenn du es vorher noch nie gemacht hast. Ja, bei so einem Arctic Warrior Erkundung, und ich habe es ja nicht gemacht, sondern weil ich als Teilnehmer gesagt habe, ich will auch gar nicht wissen, was ihr macht. Oder nur bei Dingen, die jetzt wirklich wichtig sind, Großentscheidungen, aber nicht wirklich so, ja, wie viele Kilometer habt ihr pro Tag geplant? Wie sind die Routen? Gar keine Ahnung. Dass ich das trainieren und blablabla. Genau, so, sonst wäre es ja wieder unfair. Und das ist ja echt schwer zu gucken, ist das zu wenig, dass die Leute viel zu schnell am Ziel ankommen? Oder ist das zu hart, dass gar keiner ankommt? Also, das weißt du halt vorher einfach nicht, ne? Das haben die Jungs jetzt erkundet haben, probiert rauszufinden, indem sie Leute mitgenommen haben, die noch nie auf Ski gestanden haben, welche, die schon immer auf Ski gestanden haben, wie schnell kommen die durch, wie viele Kilometer können wir zuordnen. Also bei YouTube ist es natürlich deutlich abgeschwächt, aber trotzdem auch mit so Bestandteilen, dieses Icebreaking, was wir gemacht haben, wird eins zu eins so auf Arctic Lehrgängen ausgebildet. Ausgeschnitten das Eis, du marschierst dann da rein. Normalerweise noch mit deinem ganzen Gepäck und mit Skien oder Skistöcken. Wir haben jetzt einfach nur reinspringen gemacht und dann wieder rauszukommen. Wie viele Stöcken hast du das gemacht? Na ja, angenommen, du bist halt im arktischen Gefilde und brichst mit deiner ganzen Ausrüstung ein. Wie komme ich da raus? Wie überlebe ich das? Dann heißt ja, ist ja sofort eine Notsituation, der muss gecovert werden, du musst sofort irgendwie Feuer ankriegen, wenn es taktisch erlaubt werden kann, Feuer zu machen. Wie kriege ich den Mann trocken und wieder einsatzbereit? So, also ich probiere schon, die Härte mit reinzubringen, um das sehr nahe daran zu haben, aber all in ist natürlich nicht vergleichbar. Alter Digga, das muss ja übel schlimm sein, wenn du da in dieses Wasser brichst. So blöd es jetzt klingt, an dem letzten Tag hatten wir das ja bei diesen unfassbaren Windstärken, da wirkte das Wasser warm. Du warst im Wasser und dachtest so, krass, ist gar nicht so kalt. Weil das Wasser ja nur 0 Grad hat oder leicht über 0. Und oben pfeift es halt bei minus 25 Grad und 60 kmh der Wind. Ja, was machst du, wenn du da rauskommst und kein Feuer hast? Dann hast du ein Thema. Deswegen haben wir das da natürlich auch beim Arctic Warrior unter sicheren Bedingungen gemacht. Das Haus oder beziehungsweise wir hatten halt Luftlinien, was waren das, 500, 600 Meter, Hütten, eine Sauna an. Also falls irgendwas passiert wäre, da war natürlich der Auftrag, du gehst erstmal raus aus dem Eis, rollst dich erstmal im Schnee, um einfach die Feuchtigkeit aus den Klamotten zu ziehen. Der andere, dein Buddy, bereitet einfach ein Feuer vor. Wieso zieht das Feuchtigkeit aus dem Schnee, wenn du dich im Schnee rollst? Schnee ist ja eigentlich recht trocken. Also du schmilzt sie natürlich und zieht wirklich nasse Klamotten, also natürlich nicht komplett trocken, aber erstmal einen Großteil der Feuchtigkeit raus. So rollst du dich einfach dann nach dem Schnee. Und dann heißt es so schnell, der Buddy bereitet halt vor, den Schlafsack, Feuer und sofort ausziehen, rein in den Schlafsack, um schnellstmöglich wieder auf Temperatur zu kommen. Also da müsst ihr euch mal überlegen, wie gottlos die ganze Situation ist, dass das im Schnee rollen dir hilft. Ja, aber man denkt das nicht. Aber das ist ja der Grund, warum ich so gerne bei so Projekten nicht einfach sage, hier, guck mal, wir gucken, wie die Situation mit den Leuten läuft, sondern auch denen was beizubringen. Cool für die Teilnehmer. Ich meine, Sascha wird wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben in ein Eisloch reinhüpfen, mit Klamotten. Aber er hat es mal gemacht. Und kann sagen, ich habe es schon mal gemacht. Und wüsste, wie ich draußen meinen Shelter baue und wüsste, wie ich draußen Schnee verdichte und wüsste, wie ich eine Unterlage baue, wüsste, wie ich Feuer ankriege. Ja, das muss ich sagen, das ist echt geil. Oder? Ich beneide den auch voll drum, dass der so eine Erfahrung gemacht hat, weil das nimmst du ja auch mit. Vor allem, ich glaube so, jetzt gerade ist, ich glaube, der Bequemlichkeitsgrad von einem Leben, von einem Durchschnittlichen in unserem Alter ist echt so zu bequem. Also ich glaube, man braucht so ein bisschen dosiert, weißt du, was ich meine? Genau das, was du machst. In einem sicheren Umfeld zu zeigen, ey, guck mal, dein Körper ist imstande, schon sowas alles zu machen. Auf jeden Fall. Wir Menschen können ja so viel mehr leisten, wie wir denken. Ich meine, bitte, was haben wir für eine Luxusgesellschaft? Ich kann ja keine 300 Meter durch die Stadt gehen, ohne nicht fünf Essensläden zu finden. Brauche nicht mehr laufen, kann mit einem E-Scooter von A nach B fahren, kann mir alles Essen nach Hause liefern. Wir sind ja eigentlich völlig in der Komfortzone. Und ich finde es halt wichtig, auch für das Mindset, immer wieder die Komfortzone zu verlassen. Mach dich halt einfach zu einem, sagen wir mal, stärkeren Menschen. Und wenn du siehst, eben hat es ja die Frage, mit dem Vergleich, Lehrgang, YouTube oder dann Einsatz. So, und dann, wenn du Sachen schon so trainiert hast und über die Komfortzone hinausgegangen bist, ist das bei einem Einsatz ein Abrufen der Sachen, die du gelernt hast. Und klar, du kannst natürlich jetzt nicht, ich habe ja auch in Afghanistan ein paar Anschläge erlebt. Ich habe vier Kameraden tatsächlich verloren, einer meiner besten Freundinnen, die ich in Köln begraben. Da ist vor mir das Fahrzeug in die Luft gesprengt worden. Und das kannst du halt nicht vorher trainieren. Aber wenn du auf dem Weg dahin schon ganz oft deine Komfortzone verlassen hast und wirklich bis zur Erschöpfung Dinge getan hast, dann bin ich der Meinung, gehst du deutlich gestärkt in so eine Situation rein und bist eher Herr der Lage. Freunde, wenn ihr jetzt zugeguckt habt und euch so ein bisschen fragt, ey, alter Scheiße, Mann. Ich habe auch ein bisschen Abenteuerlust bekommen, aber ich hocke auf der Couch hier rum und ich esse immer noch nur Scheiße. Ich will vielleicht anfangen, Sport zu machen, mich gescheit zu ernähren, aber jetzt nicht sofort in den Dschungel gehen oder in die Wüste. Dann ist vielleicht das Gym eine erste gute Anlaufstelle und gescheite Ernährung. Und dafür haben wir die MCI-App entwickelt über die letzten Jahre. Die App ist wirklich krass. Einfach nur die App kurz runterladen, sich zwei Minuten für das Onboarding Zeit nehmen, dann kriegt ihr individuell das auf euch zugeschnitten. Und wenn ich sage individuell, dann ist es nicht so Scam, sondern es ist wirklich so. Wenn ihr die App dann habt, ihr habt eine All-in-One-Lösung. Ihr habt alles da und dann trackt ihr das einfach. Ihr gebt einfach ein, was ihr macht. Und das ist nicht nur krass motivierend und macht auch Spaß, sondern liefert euch einen richtig geilen Überblick über das, was ihr tun wollt und könnt. Ich verwende die App selber und ich bin sehr pingelig mit meinen ganzen Sachen, wenn es um Ernährung, Training und Co. geht. Mit dem Code TIM20 kriegt ihr eine verlängerte Gratisperiode. Das heißt, ihr könnt die App 14 Tage auf Herz und Nieren gratis prüfen, ohne dass auch nur irgendein Cent anfällt. Dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Das heißt, ihr kriegt alle Pläne. Ihr könnt einmal das gesamte Onboarding durchgehen. Also alles austesten, alles ausprobieren, alles sehen. Wenn ihr euch dazu entscheidet, ein Jahresabo abzuschließen, dann kriegt ihr nochmal 20 Euro Rabatt obendrauf. Auf unserer Website teilen wir auch immer die Entwicklungsziele, also die Roadmap, was wir an Entwicklung gerade vorhaben. Da steht Home als nächstes auf dem Programm. Das heißt, diesen Monat könnt ihr auf jeden Fall damit rechnen, dass nochmal das dicke Update dazu kommt. Das sind alles Sachen, die nicht teurer werden oder so. Das heißt, wir arbeiten stetig jeden Tag dran, dass die App besser wird. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Jeder von euch, der schon als Tester Anfang des Jahres dabei war. Was für eine krasse Entwicklung die App gemacht hat, jetzt nur in den letzten paar Monaten. Ich sage euch, wenn ihr trainieren wollt, gescheit. Das ist das beste Produkt, was es dafür gibt. Wird das dann ausgesucht? Kann man im Vorfeld die Risiken abschätzen, bevor ihr zum Beispiel eine Operation entsandt werdet? Also zum Beispiel, dass du jetzt weißt, du hast jetzt 30 Testeinsätze gehabt, du hast übel viele Eignungsprüfungen gehabt und jetzt gehst du halt in deinen ersten Einsatz und du weißt dann, okay gut, das wird jetzt nicht, wobei man es auch nie so sagen kann. Nee, kannst du nicht. Also erstens, die meisten freuen sich, in den Einsatz zu gehen, so gut das klingt. Echt? Ja, ich vergleiche es mal mit einem Maurer. Guck mal, ein Maurer lernt Mauern. So, zieht die Wand hoch, geht abends hin, guckt die Mauer an und sagt, steht, steht er am nächsten Tag noch. Als Soldat lernst du ganz viele Sachen, bist in der Einheit, bist auf tausend Übungen, aber stellst dir immer die Frage, wie ist denn das in echt? Wie ist denn das, wenn das wirklich ein scharfer Einsatz ist? Das ist der Grund, warum sich viele tatsächlich auf den Einsatz freuen. Falls ihr sonst nie weißt, sag mal, habe ich jetzt hier fünf Jahre, drei Jahre, acht Jahre, je nachdem, wann dein erster Einsatz ist, habe ich das richtig gelernt oder habe ich das nicht richtig gelernt? Was war dein erster Einsatz? 2008, da war ich sechs Jahre bei der Bundeswehr. Ja, weil ich am Anfang noch in der Feldwebel-Ausbildung war. Das heißt, während der Zeit darfst du nicht in den Einsatz gehen. Dann waren wir abrufbereit für die sogenannte European Battle Group, also quasi so ein Abruf bereit für Einsätze, falls es irgendwo brennt, bis zu Combat Ready. Also das heißt, so ein Einsatz ist ja auch verbunden mit einem Impfstatus. Also ich habe ja Impfbücher voll bis zum Abwinken. Mit Krankheiten, die ich vorher noch nie gehört habe natürlich, weißt du? Damit du überall halt schnell hin kannst. Genau, bis hin natürlich dem, ob vom Ärztestatus, ob vom, also da zählt halt ganz viel dazu. Und dann waren wir halt ein Jahr abrufbereit für die European Battle Group, aber da ist halt beim ein Jahr nichts passiert, dann bist du halt nicht im Einsatz. Und dann war aber 2008, da wurde das Lager in Kunduz, Afghanistan, immer wieder mit Raketen beschossen. Kunduz war mal ein recht sicherer Bereich. Und Raketen sind jetzt einfachste Bauweise, nicht gelenkt, einfach gegen den Erdhügel gestellt oder gegen irgendwelche Gestelle Richtung Lager, grob von uns anvisiert und abgefeuert. Also welche, die einfach detonieren beim Aufschlag, aber auch nicht immer das Lager getroffen haben, sondern drüber hinweg links, rechts. Aber es war halt immer wieder Raketenangriff. Genau, so mehr oder minder auf gut Glück, kann man schon sagen. Und da wurden wir gerufen quasi als, okay, jetzt muss halt das irgendwie unterbunden werden. Und sind wir angekommen und der Auftrag lautete, das zu unterbinden, diese Raketenangriffe, oder zu stoppen, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Das heißt, ihr musstet diese Stellung zerstören, erobern. Genau, ja. Auch andere Sachen, wo man jetzt nicht drüber reden kann, aber genau, das war eigentlich der Auftrag, zu schauen, dass das nicht passiert. Und wir sind halt dann vor allem viele Tagerkundungen, dann irgendwann nachts viel unterwegs gewesen, einfach auf dem Gelände zu stören, präsent zu zeigen, dass halt nicht irgendwer wieder seine Abschlussbasis aufbauen kann. Aber wie viel, was für Informationen oder wie viel Informationen kriegt ihr im Vorfeld? Kriegt ihr dann so Satellitenaufnahmen? Das kriegt ihr auch, ja. Kriegt ihr Personen, Zielpersonen? Was wisst ihr, bevor ihr jetzt zum Beispiel in so einen Einsatz geht? Ja, du kriegst schon ein gutes Briefing. Also du musst dir vorstellen, das war klar, wir bleiben zwischen vier und sechs Monate dort. Und dann hast du halt immer wieder vor Ort von der Führung, kriegst du halt Informationen, die natürlich auch von den Simic-Leuten, das ist Gesprächsaufklärung, Geheimdiensten von anderen, die werden halt von oben runtergebrochen. Und dann kriegen wir halt einen Auftrag, Achtung, in der und der Ortschaft sind glaube ich da und da, Stellungen werden ausgehoben. Oder da wurden Buddeleien an der Straße gemacht, aufklären, ist da eine ID, also ein Sprengsatz vergraben worden, ja oder nein, den haben dann die Pioniere entschärft oder gesprengt oder was auch immer. Und deswegen so ein Einsatz kannst du nicht sagen, das ist die eine Aufgabe, sondern es ist von bis, was du halt machst. Also von Aufklärung, wie gesagt, zerstören von so Abschlussdingern zum Beispiel, dann so Checkpoints zu errichten, zu kontrollieren, schmuggelt irgendwo Waffen im Fahrzeug und solche Sachen. Und wart ihr erfolgreich? Ja. Also wir hatten, ja, was ist erfolgreich? Womit will man Erfolg, wie willst du den messen? Das ist ja eh auch die große Frage bei so einem Afghanistan-Geschichte, wie lange war man jetzt in Afghanistan? Knapp 20 Jahre. Okay, also jetzt nicht nur auf den Einsatz, beziehungsweise auf die Gäste. Ja, weil es oft immer so eine Frage ist, wie der denkt, ja, da geht es da hin mit so einem Kadavergehorsam. Also ich konnte ja sehen, was in der Zeit sich geändert hat. Also ich finde, zum Beispiel 20 Jahre lang konnten in den meisten Gebieten Afghanistan Mädchen zur Schule gehen. Konnten sich ganz normal frei bewegen. Wurden Schulen gebaut, wurde natürlich versucht, eine Infrastruktur zu schaffen. Trotzdem bin ich der Meinung, haben wir immer das Recht, als westliche Kraft irgendwo in ein Land zu gehen? Also man darf sowas natürlich auch mal kritisch hinterfragen. Aber in den Jahren, wo wir da waren, war es ja zumindest mal so, das ist meine Hoffnung, dass gerade so eine jüngere Generation, was ja auch gut ist. Weißt du, viele eigentlich, zum Beispiel in Europa, glaube ich, zumindest bei uns hier in Westeuropa, glaube ich, wird es einfach nie wieder Krieg geben. Ich meine, kennen wir auf den Gedanken, Frankreich wieder anzugreifen? Nee, wieder denken, hä, ich fahre doch gerne nach Paris in Urlaub. Oder meine Freundin ist so Französin. Oder ich habe einen Kumpel in England. Also damit meine ich die, ich glaube, die jüngere Generation hat man hoffentlich so einen positiven Samenkorn da gepflanzt, wo man sagt, alles klar, die haben einfach alle keinen Bock mehr auf Krieg, weil Krieg einfach scheiße ist. Aber kann das auch eine Illusion sein? Also, das ist nie, das kann natürlich ganz Illusion sein, weil Menschen sind ja auch verschieden auf der Welt. Weil guck mal, weißt du, es gibt ja nicht, weißt du, wir gehen ja jetzt, ich sage das mal wirklich so, als überhebliche Deutsche hin oder Europäer und sagen sich, ja, in dem Land, das kann ja nicht sein, dass es da so Stammesälteste gibt und dass Frauen nichts zu sagen haben. Aber es ist ja auch eine Kultur und die afghanische Kultur ist erstens ein wunderschönes Land und jede Kultur hat ja auch ihre, weiß ich nicht, Vor- und Nachteile. Und nur weil wir jetzt so groß geworden sind, wie wir sind, das, in Deutschland kannst du ja alles machen. Wir können jetzt beide als Frauenverkleidung rausgehen. Juckt keinen. Ist eine super Freiheit, die eigentlich hier schon erkämpft worden ist. Aber vielleicht ist das für das andere Land nicht das Passende? Keine Ahnung. Also ich glaube, wir dürfen aber sowas nicht zu überheblich sein. Ja, ich meine, man sieht das jetzt auch in dieser Israel- und Palästinenser-Geschichte, dass einfach, also Terror ist Horror, aber auch wie schnell Leute, weißt du, da anfangen, den Politikexperten, den Nahost-Experten raushängen zu lassen und irgendwie moralische Urteile dort, weißt du, was ich meine? Ganz schwer. Ganz, ganz schwer. Das ist ein anstrengendes Fuck. Völlig. Ich halte mich doch ganz zurück bei solchen Sachen. Also wer bin ich schon, um da mir wirklich eine Meinung erlauben zu dürfen? Also ich versuche natürlich immer in Länder zu reisen auch. Also ich war auch im Iran gewesen schon mal, klettern auf dem Damawarn, das ist der höchste Berg im Iran, 5600 und ein paar zerquetschte Meter. Und da haben viele in meinem Umfeld gesagt, boah, du kommst da bloß hoffentlich wieder und wer weiß, was passiert. Ja, die Politik ist bestimmt fragwürdig, aber das Land ist wunderschön. Ich habe total viele, nicht nur nette Menschen getroffen, ultra gastfreundschaftlich. Das ist in Afghanistan genauso. Da gibt es ja manche Regeln, was Gastfreundschaft angeht, Schutz im Hause. Die finde ich faszinierend und die könnten, auch wenn man so Familienzusammenhalt sieht, könnten wiederum bei uns besser sein. Also ich glaube, es gibt nicht den, das ist eine Familie. Ja, nee, aber da erleben wir halt wirklich, wo man echt sagt, so tolle Begegnungen in Afghanistan tatsächlich gehabt. Oder eine Dankbarkeit war, es gab mal, waren wir nachts unterwegs auf einer Mission. Da waren ein paar Straßen weit, haben wir noch mitbekommen, in unserer Aufklärung, da ist ein Unfall passiert, ganz normaler Verkehrsunfall. Und die ist natürlich jetzt nicht so wie Krankenhäuser und alles, was sie haben. Wir haben bei uns natürlich ein Krankenhaus im PET gehabt, also im Lager sozusagen. Und dann waren Kinder mit dabei, weil die natürlich auch Kinder auf der Ladefläche mitfahren, bei Pickups, 20 Leute gefühlt im Auto und sowas. Und die haben wir versorgt. Und zwei Kinder wahrscheinlich damit auch das Leben gerettet. Und haben eine Dankbarkeit erfahren von der Familie davon, wo ich immer noch von zehre. Wo ich sage, das war so ein schöner Augenblick, also auch Leben natürlich dann da zu retten. Also wo ich dann, wo hast du eine herzliche Familie da, so zum traditionellen Essen eingeladen zu werden. Also das ist, also wer sind wir, die sich, dass wir unsere Meinung über alles erlauben. Wie du schon sagst, jeder lässt dann den Ostexperten raushängen. Schwer. Ja, 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 ich finde es, ey, ich finde es, ich finde es voll anstrengend. Also ohne dort gewesen zu sein, ohne sich darüber wirklich informiert zu haben, damit man dann halt schnell irgendwie mit seiner Moral flexen kann auf Instagram für fünf Minuten. Ja, völlig. Ja, genau. So, weißt du, wow, ja. Ich bin so informiert und intellektuell und ich habe so eine tolle Moral. Ich stelle mir so, du kleiner Bastard. Ja, aber sind die Leute dann die, die auch sagen würden, jetzt im Ernstfall, ich stehe dann auch damit, wie ist es dann, wenn bei uns sowas passieren würde in Deutschland? Vertimulisieren sich die ganzen Leute oder sind die, die sagen, oh, jetzt habe ich auch die Chance, da wirklich mal für einzustehen und zu sagen, jetzt, weiß ich nicht, verteidige ich hier irgendwas oder gehe weltweit. Ich bewundere Leute, die in Pflegeberufen sind oder die, die halt auch in wirklich armen, armen Länden unterwegs sind und da Leuten helfen. Und da rede ich jetzt nicht von, als Soldaten mit einer Waffe rauszugehen, sondern ganz im Gegenteil, sondern einfach wirklich, oder? Es gibt Leute, die leisten unfassbares unter grausamsten Bedingungen und das sind für mich so Helden, die halt keiner kennt. Ja, Krieg muss nicht mit. Nee. Aber zu der Frage von davor, denkst du, es gibt so ganz interessante Theorien, so mäßig, dass quasi alle 100 Jahre mäßig das kollektive Gedächtnis von Menschen resettet oder gelöscht ist. Weil ich habe jetzt keine, ich kenne es vielleicht von meinem Opa, der kann ein bisschen was über den Zweiten Weltkrieg erzählen, aber halt auch nur aus seiner Perspektive bla bla. Und dann ist der tot und dann gibt es es halt nicht mehr. Also ich höre das von niemandem mehr. Dann kenne ich es vielleicht aus Geschichtsbüchern, aber wir wissen jetzt, allein jetzt schon, du hast ja sehr viel, ist ja immer die Frage, wer hat das geschrieben, wie ist das? Dann stimmt das so ein bisschen, viel Information fehlt. Zum Beispiel, keine Ahnung, dass du jetzt so eine Anekdote aus deinem Leben erzählst, das nennt man eine Anekdote und das ist dann irgendwie auf einmal nichts mehr wert. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Im Geschichtsbuch. Und dann hast du ja, und dann leben wir quasi gerade in der Situation, wo wir sagen, ja, wir wollen nie wieder Krieg, aber solche Zusammenhänge wie beispielsweise, dass du halt eine große Inflation hast, dass du auf einmal eine krasse Ressourcenknappheit hast, das sind ja alles so Vorboten von dieser Art von Konflikten, wo, egal wo du jetzt halt hinguckst, ob das jetzt sowas ist wie Russland und Ukraine oder sowas wie jetzt diese Nahostgeschichten, all das destabilisiert ja die Welt weiter und dann kann ja auch zu so Domino-Effekten führen. Völlig, ja klar. Wo es dann hier schnell auf einmal heißt, macht euch alle bereit und willst du nicht so Weltkrieg-3-Szenarien? Nee, nee, ich war so eins, ja, ja. Ich will nur sagen, wir sind in Deutschland so extrem bequem geworden, dass wir so denken, wir haben die moralische Vorstellung, ja, wir wollen nie wieder kämpfen. Genau. Wir haben gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg, wir sind nicht mehr so. Also ist die Welt friedlich und wir müssen nie wieder trainieren. Deswegen machen wir es nur noch Zivildienst. Und weil wir sind über dem barbarischen Level von Krieg und wir sind so transzendiert darüber. Und ich denke so, äh, Freunde, wir sollten trotzdem immer bereit sein. Voll. Also das ist ja schön, ne? Also ich denke mal so, guck mal bei uns, wie lange gibt es Frieden in Deutschland? So, Zweite Weltkrieg, unfassbar grauenhafte Zeit, natürlich. Was sehr im Gedächtnis, glaube ich, natürlich eingeprägt ist bei uns Deutschen. Natürlich, dass wir immer wieder vielleicht ein schlechtes Gewissen haben und obwohl wir jetzt natürlich... Wir schämen uns für etwas, wofür wir nicht verantwortlich sind. Wo wir persönlich nichts verkönnen, wo unsere Eltern persönlich nichts verkönnen, wo man bei den Großeltern vielleicht anfangen müsste oder mit Opa, wo man sich dann ja vielleicht wieder fragt, ich meine, was für eine Zeit war das? Wir konnten ja leider, da können wir uns nicht dahin beamen. So, da gab es jetzt nicht, das Handy aufzumachen, du kriegst eine Menge Informationen. Heutzutage vielleicht auch ein Teil natürlich irgendwie gestreute Feeninformationen, gar keine Frage. Und jetzt sehen wir sowas für Länder wie vielleicht, weiß ich nicht, Nordkorea oder so, wo es so ähnlich ist und die Leute, wir stellen sich die Frage, ich sag mal, warum, 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 begehen die da nicht auf? Die wollen doch eigentlich, müssen doch nicht alle frei leben. Aber wir wissen ja gar nicht, wie die leben und vielleicht gar nicht mitbekommen, wie die restliche Welt da funktioniert. Und ich glaube, dass wir, wie du sagst, 100 Jahre kollektives Gedächtnis vergessen. Ich merke das jetzt schon, wenn ich, ich bin ja Reserveoffizierenwärter, das heißt, wenn ich mit meinen ehemaligen Kameraden spreche oder in Einheiten bin, da gibt es nicht mehr viele, die jetzt in Einsätzen, also ja, gibt es schon welche in Einsätzen, aber die ganzen neuen Generationen, die haben einen Satz nur gehört von, ja, die waren mal in Afghanistan. Das heißt, das Wissen da wird eigentlich noch viel schneller getilgt. Da gibt es ja von einem, von Klauswitz, glaube ich, war das, der gesagt hat, eine Armee, die sieben Jahre nicht im Krieg gestanden hat, sollte eigentlich aufgelöst werden, weil das gelöscht ist, sozusagen. Weil, ja, der Alte erzählt vom Krieg. Krieg ist übertrieben gesagt, vom Einsatz, weißt du? Und ich glaube schon, dass bei so einer Gesellschaft, wenn wir uns jetzt anschauen, wie so eine ganz junge Generation tickt, natürlich nicht alle, aber zu Recht vielleicht die einen sagen, ey, das ist so lange her, ich habe damit eigentlich gar nichts mehr am Hut, aber auf der anderen Seite man natürlich trotzdem Lernen draus ziehen sollte. Also natürlich, ne, ich meine, das ist einfach nur schlecht, nur trotzdem muss man sich auf der anderen Seite vorbereiten, weil wir können es nicht auf Krieg jetzt vorbereiten, aber wir können ja nicht darauf hoffen, dass der Amerikaner immer den Schutzschirm über uns hält und sagt, oh ja, wenn da mal was ist, dann stehen wir euch beiseite. Also schaut immer die Länder an, die jetzt zum Beispiel in der Ukraine drumherum sind, so Polen rüstet auf wie kein anderes Land in Europa. Die haben noch ein bisschen länger Russland sehr, sehr nah erlebt und noch eine sehr schlechte Einstellung dazu und sagen sich, boah, auf gar keinen Fall, wollen wir da irgendwas, wir müssen uns einfach absichern. Also ich glaube, es ist notwendig, dass ein Land einer mehr hat, aber hoffentlich niemals brauchen wird. Ja, gibt ja immer, wie sagt man immer so schön, lieber ein Krieger im Garten als ein Gärtner im Krieg. Irgendwie schon, ja. Also es ist irgendwie blöd, ne? Also ich würde mir auch wünschen, wenn man theoretisch die gesamte Menschheit sagen würde, wie diese Atomwaffen- und Abrüstungsabkommen, was es immer gab, wo was, was wäre das toll, wenn einfach alle und wirklich, so, siehst du, da lächelst du schon, weil wir beide wissen, ja klar, und die einen sagen, ja komm, wir behalten Nummer 50 da zurück, dann haben wir so ein... Ja, dann warten wir, bis die Abrüsten, und dann sind wir drückend nach unserer Pfeife getanzt. Genau. Und das ist einfach... Das ist halt naiv. Völlig. Also das ist der Mensch, ich weiß nicht, was ist das Mensch gewesen, das ist echt manchmal, das ist tatsächlich so eine Sache, weil ich denke, ich hoffe, dass nie jemand so eine dumme Idee kommt, und dann so zu sagen, okay, ich habe jetzt eh alles verloren, egal. Ich bin jetzt eh alt. Ja, ja, okay, aber damit spielen ja die Russen auch sehr gerne, ne? Mit diesem, Putin ist ein bisschen verrückt geworden und der ist so in die Enge getrieben und kann schon sein, dass der sich da verklickt und dass dem so scheißegal ist. Ja, da möchte man eigentlich gar nicht über nachdenken bei sowas, ne? Also es ist... Aber es sind ja auch so ein bisschen, sind es nicht auch so ein bisschen Geheimdienst-Taktiken? So ein bisschen... Garantiert, natürlich psychologische Kriegsführung, ja. Welche Rolle spielt das? Das interessiert mich jetzt mal so aus deiner Sicht, weil du bist ja jetzt... Ich meine, guck mal, du machst jetzt im Endeffekt quasi ja auch Social Media auf eine Art und Weise, die ich extrem geil finde. Also ich habe es ja auch auf dem Parkplatz gesagt. Ich sage dir ehrlich, ich glaube, ihr könnt mit dir fünf Podcasts an einem Tag easy durchdrehen, so viele Fragen, wie ich an dich habe. Nein, Real Talk, also du faszinierst mich ohne Ende. Danke dir. Aber so wie ich das gerade so ein bisschen sehe, sehe ich vor allem sehr viel so Informationskriegsführung. Also sehr, sehr, sehr krasse Propaganda, die gemacht wird. Egal ob auf TikTok, egal ob auf... Aber auf so eine subtile Art und Weise, die echt schon... Also wie soll ich sagen? Das ist schon wirklich krass, wie viel du sich sozusagen selbst regeln lassen kannst, indem du Menschen... Na klar. Das ist halt einfach schwer, wenn du jetzt schon mal schaust durch Social Media, wie viele Leute ja eine Stimme haben. Und es ist auch gut, dass eigentlich jeder eine Stimme hat. Aber das verunsichert einen natürlich viele. Und du ziehst schnell Leute in Bann durch irgendeine charismatische Art und dann glauben die ja Leute und sagen sich, okay, die Amis sind die Bösen, die Russen sind die Bösen, die sind die Bösen. Und ich sage mir immer, wenn Leute mich da fragen, weil sie ja, ob jetzt Iran das Beispiel oder Afghanistan, denkst du ja, was meint ihr denn? Auch da stehen jeden Morgen Familienfette auf und sagen zu ihrer Tochter, ihrem Sohn, ich liebe dich, ich wünsche dir einen schönen Tag. Also weißt du, wenn... Das ist das, was ich ja nicht reinkriege, dass halt ein Paar auf der Welt das immer schaffen, egal wer, irgendeinen Stunk anzufangen und das, obwohl wir alle Menschen sind und überall liebevolle Familien gibt. Das ist ja nicht so, als würde man sagen, ja, also die schlagen ja alle ihre Kinder und das sind ja nur darauf gedrillt, dass die die nächsten Terroristen werden oder die die nächsten, weiß ich nicht, Dispoten oder sonst irgendwas. Ich komme, wenn man alle Familien an einem Tisch hätte und sagen, okay, wer ist dafür, dass wir nie wieder Krieg aufhaben, alles klar, gut, hier sind die Waffen, wir schmeißen alle ins Meer oder zerstöten, dann wäre wahrscheinlich dieses Thema ein für alle mal auf dem Tisch. Aber du kriegst halt die Menschen nicht an den Tisch, alle. Ja, und du kriegst sie bestimmt alle an den Tisch, aber sie schmeißt halt ihre Waffen dann nicht weg. Ja, weil irgendwer dabei ist, sagt, ah, warte mal, wenn ich das nicht mache und die anderen machen das, egal, dann kann ich ja das Gebiet haben von denen. Oder dann kriege ich ja die besseren Weidegründe oder kriege ich den Wasser, Zugang zum Wasser oder irgendwas. Was denkst du, wenn wir jetzt mal, du hattest vorhin dieses Beispiel, wir können uns beide als Frauen verkleiden und sind frei in Deutschland. Und das ist eine tolle Sache, dass wir hier diesen Grad an Freiheit haben. Und ich glaube auch, dass, sage ich mal, all diese Kämpfe, die man führt, ja letzten Endes in diese Richtung gehen sollen, dass wir den Freiheitsgrad, den jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten hat, erhöhen. Dass jeder Mensch ein schöneres, angenehmeres, gesünderes, glücklicheres, erfülltes, freies Leben leben kann. Und das sind Werte, die uns vereinen. Und das finde ich wichtig. Aber jetzt mal aus der, das Ding ist ja, Lüge und Wahrheit sind ja immer sehr, sehr nah beieinander, vor allem, wenn du, sage ich mal, so ein bisschen so Geheimdienst-Taktiken machst. Ist es vielleicht aber auch denkbar, dass viele von diesen Dingen, ob das jetzt vielleicht auch Algorithmen sind im Internet, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ob es jetzt TikTok ist, YouTube, ob da vielleicht auch Einfluss genommen wird, welche Inhalte man platziert oder was für diese Informationskampagnen man fährt. Dass man zum Beispiel auch so eine Sache wie Verteidigung in Deutschland uncool macht. Dass man sagt, das ist barbarisch, das ist schlecht. Lass vielleicht den anderen Weg gehen und sagen, ey, verstehst du? Also das sind ja auch Sachen, wo du dir natürlich so das Stimmungsbild nimmst von jemandem und sagst, ach, die wollen alle gar keinen Krieg, weil das ist den, ne? Die wollen nicht kämpfen. Und dann fütterst du halt all das mit Content und mit und so weiter und so fort. Garantiert, ja. Also das ist ja auch mal so, wenn jetzt, ich meine, ich habe zwar einen TikTok-Account, aber das ist nicht bei mir im Handy und betreue das auch nicht. Also erstens, weil ich mich nicht überschütten möchte mit sozialen Medien tatsächlich. Und naja, du musst aber schauen. Du produzierst nur. Don't get high on your own supply. Genau, ja. Der Drogendealer, nicht selber Drogen oder irgendwie sowas. Genau, genau. Ne, aber das schade ich, also ja, konsumiere ich ein bisschen Instagram und YouTube natürlich. Aber komplett mit bedacht, weil wir, guck mal, wir schauen, welche Firmen stecken dahinter. TikTok gehört zu. Ist das zum Beispiel, dass jetzt in Geheimdienstkreisen oder jetzt bei euch, bei der Bundeswehr oder so, dass da gesagt wird, okay, ist alles schön und gut, wir haben einen freien Markt, aber dort ist halt ein Sicherheitsrisiko, weil die können ja, weil Algorithmen sind ja letztendlich, haben ja die Strahlkraft von dem Gesetz. Ein Gesetz bestraft dich, wenn du es quasi nicht befolgst. Ja. Und ein Algorithmus belohnt dich, wenn du ihn befolgst. Und dann kannst du ja, dort hast du ja auch eine gewisse Lenkungswirkung auf Verhalten von Menschen. Ach, sowas von, natürlich. Ich meine, guck mal, wie hat man das geschafft, wenn heutzutage mit unserem Wissen, wie konnte man im Zweiten Weltkrieg in Deutschland die Leute so verblenden für so eine Sache. Und das sind ja unsere Omas und Opas, wo man sich denkt, sag mal, habt ihr keine Zeitung gelesen? Und so viel Dümmer als wir. Ja, haben sie, aber was für eine Zeitung und was stand da drin? Das und das ist böse, der Russ ist böse, der Jude ist böse, bis die Leute das geglaubt haben. So, und das heißt, dasselbe kannst du, kannst du mit sozialen Medien ja genauso machen, wer und wie so ein Algorithmus gesteuert, verstärkt wird oder was unterbunden wird oder gefördert wird, ist natürlich, also damit ist, das ist eigentlich die größte Waffe, die du hast, weil du damit Millionen von Menschen in eine Richtung drängen kannst und sagen, ja, das ist scheiße oder das ist gut. Ich finde, kannst du den Glauben verändern. Völlig, ja, klar. Anders kannst du das nicht erklären, oder kannst du das erklären, dass unsere Großverältern weil, klar, im Nachhinein, ja, ich hatte damit nichts zu tun. Aber irgendwie hat die gesamte Masse ja mitgemacht. Vielleicht nicht die gesamte Masse, aber ein Großteil hat das mitgetragen. Das muss ja nicht mal jeder mitmachen. Das ist ja das Perverse. Es reicht ja. Also, wenn 20 Prozent der Leute mitmachen auf so eine intensive Art und Weise, da hält der Rest einfach die Fresse und versucht, unter dem Radar zu bleiben. Völlig. Es gab eine super, war das auf Netflix-Doku, ganz normale Männer heißt es, glaube ich. Ich glaube, das ist richtig. Da ging es um so ein Erschießungskommando, der Waffen-SS, also wahre Begebenheit, die rekrutiert worden sind von ganz normalen Landwirten, Zimmermännern, irgendwas, Postboten und so weiter. Und die wurden eingezogen und dann hieß das, alles klar, das war unser Auftrag. Und der Chef von denen sagte, wer das nicht machen möchte, ganz ohne Probleme, muss nicht mitmachen und kann, braucht das nicht tun. Und dann wird in dieser Dokumentation, ich glaube auf Netflix, oder Amazon, ich weiß es nicht, belegt, wie diese Menschen sich verändert haben, abgestumpft sind und das einfach ausgeführt. Also einfach, weißt du, wenn man zu dir und mir was jetzt sagen würde, und wir sagen, auf gar keinen Fall. Und das war einfach so dieses, so erkläre ich mir das auch noch mit unseren Großeltern, sage ich jetzt mal genau, so dieses Stück für Stück und dann irgendwann bist du dann voll da drin. Und das ist schon die Gefahr bei Social Media, finde ich, dass du halt das auch recht abdriften kannst. Das auf einmal, weiß ich nicht, vielleicht mache ich mir als Feinde mit, aber mir ist es völlig egal, als was man sich fühlt und auf welche Toilette man geht. Aber gefühlt muss man sich ja, muss man jetzt echt auf, mir ist das, also wie gesagt, mir ist das wirklich völlig egal. Ich habe auch Freunde, die homosexuell sind oder Nationalitäten, wenn ich jetzt eben im Football komme, ich bin mit 14 Nationalitäten. Das verdrängt ja andere Dinge, über die auch diskutiert werden muss. Genau, genau. Und das andere ist doch, hier ist doch eigentlich, so empfinde ich es zumindest mal, für fast alle Freiheit doch wirklich gesorgt. Du kannst, es gibt Christopher Street Days, wenn man das Thema nimmt, du kannst auf die Toilette gehen, wo du hinmöchtest, du kannst dich anziehen, wie du möchtest. Also ich finde, wir haben schon für sehr, 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 sehr viel Freiheit, haben wir doch in Deutschland, oder? Also du wirst hier nicht, hier ist nichts unter Strafe gestellt, wenn du als Mann einen Anhänger hatten möchtest. Nein, nein, und es ist ja auch eine, da wird ja auch unter, also guck mal, ist eine Sache, was du im Internet sagst, die andere ist, wie du dich verhältst, Alter, ich glaube, 99 Prozent von meinen Freunden und Leuten, die ich kenne, wenn ich irgendwie sehe, dass einer, weil er schwul ist, auf der Straße verprügelt wird, bin ich der Erste, der die Leute geschlagen wird. Aber jeden, der geschlagen werden würde, würde ich halt verteidigen und sagen, weißt du, egal, wer es ist, aber genau, das ist, und dass ein Prozent immer noch zu viel ist und so weiter, das ist, ja, ich finde es nur, also ich finde es nur schade, wenn, ja, diese ganze Kanzlei, die dahinter steckt, irgendwann ist man einfach anstrengend, weil ich glaube, dass man so ein bisschen auch aus dem Auge verliert, was es auch für andere Themen gibt, die wichtig sind, die sich vielleicht dann nicht gut anhören oder die vielleicht nicht so sexy klingen, oder die vielleicht auch aufs erste Hören nicht so gerecht klingen oder auch brutal klingen, wie zum Beispiel zu sagen, so ey, ist halt wichtig, eine Bundeswehr aufzubauen. Völlig, und ich ziehe auch bei mir zum Beispiel immer noch positive Dinge daraus und ich habe ja wirklich eine Menge Mist damit erlebt, gerade bei diesem 1628 und vor mir war das Fahrzeug, wurde halt angesprengt, der, mein Kamerad, der da raus saß und einer meiner besten Freunde ist dabei gefallen, wir hatten das volle Programm da abgegriffen, also Hinterhalt, Attentäter, krass, ansprengen und alles und habe seine Leiche nach Deutschland überbracht, zu seiner Mutter und seiner Verlobten damals, bin danach mal wieder zurück in Einsatz geflogen, nach zwei Tagen und treffe uns jedes Jahr mit den Kameraden bei ihm am Grab, zu seiner Mutter habe ich auch einen sehr, sehr guten Draht tatsächlich und ich habe aber auch nie schlecht davon geträumt, das ist ja auch so das Ding, was nehmen die Leute an PTBS, also was nehmen die Leute mit auch so einsetzen, sondern ich ziehe, konnte immer rausziehen, glaube ich viel über diesen Tag nachgedacht, was hätte ich anders machen können, weil er war Patrouillenführer, ich war stellvertretender, das heißt in dem Moment, wo das Fazit luftgesprengt ist, war ich in Charge für 40 Mann, aber ich hatte im Nachhinein alles so abspulen können, das kann man nur sagen, abspult wie gelernt, dass ich sagen konnte im Nachhinein, ich hätte nichts anders machen können, also es gibt nichts, was ich hätte anders machen können, deswegen habe ich auch noch nie schlecht davon geträumt oder irgendwelches an seelischen Schäden danach mir hat sich nachgezogen noch damit, aber andere, das ist ja auch das T-Shirt irgendwie an, Invictus Games, war jetzt vor kurzem in Düsseldorf, ist von Prinz Harry ins Leben gerufen worden, so eine Art, ich sage es mal, eine Art Olympiade, für versehrte Soldaten, Soldatinnen, ob körperlich oder geistig und da kann halt nicht jeder das Positive draus ziehen und manche sind einfach seelisch verletzt dadurch und tragen da halt ein gutes Päckchen mit sich rum, ich kann zumindest mal das Positive draus ziehen und sagen, ey, das Leben hier ist so lebenswert und man lasst uns auch so ein Land hier nicht nur das Negative immer sehen, sondern auch das Positive in Form von wir haben eine Freiheit, Schulbildung, jeder kann eigentlich noch in der Schule gehen, du kannst Berufe wählen, du kannst dich verwirken, also, wir haben echt viel hier, egal welche Länder ich sonst so sehe oder wo ich gewesen bin, Venezuela, wunderschönes Land, unfassbare Katastrophe für die Menschen, die dort leben, was wir alles hier haben, ist einfach, also, lass das Positive sehen, lass was draus machen, wir haben so ein tolles Land. Das ist glaube ich auch, was vielen Leuten da so ein bisschen manchmal fehlt, ist so eine Auslandserfahrung, also meine Familie kommt aus Jugoslawien und dann weiß ich halt so, ich habe halt so den Vergleich und dann, weil hier gibt es ja so Sachen, wo Leute hier rumjammern, wo ich mir so denke, ja, ey, komm mal raus aus Deutschland, Bro. Dann gehen wir da rüber und sieh immer noch, was da auch teilweise, was man jetzt noch sieht, wo man sagt, ach krass, so und so sehen die Straßen bei uns aus, so und so ist die Müllgeschichte, so und so ist die Schulbildung und alles und das ist ja nicht weit weg, ne, das ist ja, nein, das ist überhaupt nicht weit weg. Quasi direkt um die Ecke das Ganze und dann, wir haben was wirklich Tolles hier und anstatt immer nur auf das Negative zu schauen, was ist alles Scheiße und dies, das dann einfach zu gucken, ey komm, wie können wir das hier einfach nicht nur bewahren, sondern besser machen, weil ich immer so ein bisschen die Befürchtung, ich habe immer die Frage mir gestellt, Römisches Reich war damals das Nonplusultra. Wir liefen hier im Bärenmantel durch den Wald in irgendwelchen Strohhütten oder Holzhütten und die haben Aquadukte und haben die halbe Welt eingenommen mit lesen können und schreiben können und alles mögliche. Wie kann so etwas zerfallen? Und das ist immer so die Angst, die ich jetzt heutzutage habe. Wir haben uns so einen Wohlstand aufgebaut, dass wir alle faul und ohne Energie und einfach zu bequem geworden sind. Man sagt immer so schön, tough times, create tough man, tough man, good times, good times, weak man und weak man, tough times oder hard times, genau. Und ich habe das Gefühl, wir sind hier in eigentlich jetzt weak man und tough times steht bevor. Und weißt du, was ich da so interessant finde bei der ganzen Wave an Content, die zum Beispiel jetzt bei dir da ist, ich denke, dass das eine Art, ich denke im Leben an Training. Also ich denke quasi, für mich, in meinem Kopf ist, ich will in meinem Kopf stabil bleiben. Stabil heißt, ob ich jetzt morgen, also mir geht es gar nicht darum, dass ich mich jetzt morgen so ultra gut fühle oder so, sondern mir geht es einfach darum, dass ich stabil das mache, also dass ich die Kontrolle über mich habe, was ich tun will. Heißt, wenn ich jetzt sage, ich will mit dir in dieses Eisding gehen, dann will ich das irgendwie machen können. Natürlich muss ich das trainieren, natürlich kann ich das nicht von Anfang an, aber für mich ist alles irgendwo Training. Natürlich will ich Frieden, aber ich weiß, dass ich muss auch trainieren. Das ist ja wie mit meinem Körper. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich will Gesundheit, aber ich bewege mich nicht. Nee, funktioniert nicht, ja. So. Das heißt, ich brauche eine Dosis an Kälte, ich brauche eine Dosis an Hunger, ich brauche eine Dosis an körperlichem Widerstand, ich brauche eine Dosis an geistigem Widerstand. Also ich brauche Widerstände dosiert in meinem Leben, in meinem Verhalten, weil sonst lebe ich in dieser Mentalität, dass die Couch immer weicher werden muss, damit mein Leben besser wird. Genau, ja. Und das ist Bullshit. Ja. So. Und das ist für mich, das ist so ein Vorbote von Untergang, von dem du gerade sprichst. Und ich habe da, ich denke halt, dass gerade ihr, zum Beispiel so jetzt, ob es Fritz ist, ob es du bist, mit dieser Art von Content, dass man halt Leute draußen dazu bewegt, dass man sagt, ey, wir können Leimroller fahren, wir können an allen 200 Metern Sachen uns aussuchen, die wir essen können, haben die krasse Qual der Wahl, können das auch genießen. Wenn wir aber dosiert Exposure haben mit zum Beispiel Grenzerfahrungen von uns selbst. Kontrolliert. Ja. Und dadurch aber auch bereit sind, also auch psychisch sozusagen halt in die Lage kommen, dass wir uns verteidigen können, dass wir das Beste aus unserem Leben rausholen können, dass wir unser Potenzial halt entfalten können und so weiter. Aber das wirst du halt nicht können, indem du sozusagen Opfer bist von, oder süchtig bist nach deinem Handy, süchtig bist nach Zocken, süchtig bist nach Gras. Also so, das ist ja das Gegenteil von Freiheit. Völlig. Also wir müssen meiner Meinung nach immer gucken in unserem Leben aus der Komfortzone in uns rauszukommen. Und das bedeutet ja nicht nur das Körperliche, sondern auch zu sagen, also es gibt so einen Spruch von, jetzt muss man wieder aufpassen, Native Americans, also früher Indianer, ich habe geliebt das, also ich war immer früher als Winnetou verkleidet, als für mich. Nee, jetzt ist der Podcastaufnahme vorbei. Du bist ein Menschen verachtender. Für mich war das mein Held. Und ich habe gesagt, das wollte immer Indianer-Häublein werden. Die sagen wir so schön, ein Baum, der nicht wächst, der stirbt. Oh, schön, schön. Das heißt für mich immer, ich gucke, wann ich immer in meinem Leben, und da sind wir wieder bei der weichen Couch-Thematik, was finde, wo ich weiter wachsen kann. Ob das eine neue Sprache ist, ob das eine neue Fertigkeit ist. Also ich lese auch halt super viel. Und das Sportliche, immer wieder so guckt, ey, deswegen habe ich halt auch recht spät im Football angefangen. Bist du Bundesliga geschafft, in sechs Jahren in der Bundesliga gezeugt. Krass. Wo ich gedacht habe, okay, mal gucken, Mann, wo ist denn da die Grenze? Und dann ist es nach so und so vielen Jahren, dann denke ich, okay, jetzt reizt mich aber das. Also zu gucken, dass ich als Baum probiere, immer in allen möglichen Bereichen zu wachsen. Ich gehe zum Beispiel mehr hin, Ende des Jahres, ich habe mein Leben in mehrere Lebensbereiche eingeteilt, zu sagen, was ist für mich eine 10 von 10 bei Körpergeist, bei Soziales, bei Familie, bei Finanzen, bei Karriere. Für mich mal so eine 10 von 10 definiert. Dann zu gucken, wo stehe ich bei welcher Nummer? Eine 5 von 10, eine 6 von 10. Und mir je Bereich immer vorgenommen, fürs nächste Jahr, was möchte ich da in diesem Bereich tun? Und das schreibe ich halt über ganz viele Jahre schon auf, auch wirklich in einem Buch tatsächlich. Krass. Und suche mir immer wieder Sachen. Erstmal hilft es einem selber, Ziele zu definieren und rückblickend zu sehen, krass. Alter, vor 8 Jahren war mein Ziel damals, einen im Lager angestellt zu haben, damit ich nicht die Paletten selber packen muss. Und jetzt guckst du, jetzt habe ich irgendwie 6 Leute da arbeiten. Oder mein Ziel war es, mit der Familie das und das zu erleben. Jetzt kann ich schon das machen. Und also wirklich zu gucken, dass ich als Baum immer weiter wachse, dann verschieben sich natürlich auch mal Ziele im Leben. Wenn du Anfang 20 bist oder so, will jeder die fette Karre haben mit einer dicke Uhr und immer merkst du, erfüllen tut mich das ja nicht. Es gibt ja Glück und Freude. Freude ist, dir den Lambo da hinzustellen, aber richtiges Glück kommt von ganz anderen Dingen. Und so probiere ich immer, meine Komfortzonen zu erweitern. Und dieses Sprichwort mit einem Baum nehme ich halt irgendwie da, so für mich mitzugucken, in allen möglichen Bereichen Neueste zuzulernen. Und für mich ist das jetzt zum Beispiel, von so einem Fritz Videos anzuschauen, weil der Film technisch für mich die Champions League ist mit so einem Dave. Wie fangen die das ein? Und da muss ich dann besser werden und zu sagen, ey cool, da kann ich da einfach noch wachsen oder in anderen Bereichen. Was ist für dich dann sowas wie Stillstand? Also, weil kommen jetzt Leute die sagen, ja, aber du hast doch jetzt genug, du hast doch schon viel erlebt, hab doch jetzt einfach mal Spaß. Der Stillstand wäre, ich hacke mir die Wurzeln von dem Baum ab. Der Stillstand wäre, nee, ich habe eins meiner Vorbilder, leider gestorben vor ein paar Jahren, Rüdiger Nehberg. War so der erste Outdoor- und Survival-Papst. Er hat auch viele Vorträge gehalten, für Bücher geschrieben, der hat sich mit dem Hubschrauber am Amazonas absetzen lassen, bei den Eingeborenen gelebt, sich alle Truppenkrankheiten dieses Planeten eingefangen. Was? Ein unfassbar krasser Typ, mit Paaren 80 gestorben. Der hat als letztes sich die Mission gegen die Beschneidung der Frauen zum Beispiel in manchen Ländern. Oh, krass. Und am letzten Vortag sagt er dann noch so, und ich habe noch so viele Ziele. Es ist echt ein Mist, dass meine Lebenszeit nicht mehr ausreicht. Und das möchte ich von mir sagen können. Dass ich alles versuche umzusetzen, aber immer wieder Ziele trotzdem habe, dass irgendwann einfach eher das Leben vorbei ist, anstatt zu sagen, ja gut, jetzt zählte ich halt ja rum. Für mich ist das abschreckende Beispiel, Renten, Leute, die dann so, ja noch sechs Jahre, dann bin ich in der Rente. Das klingt für mich wie, boah, nach sechs Jahre, dann geht der Sarg auf. Dann sitzen die am Fenster und gucken raus. Weil, ich meine, kennst du selber, es gibt 70-Jährige da draußen, wo du denkst, huh, ja, so möchte ich mit 70 auch sein und das schreibe ich sofort. Und andere, wo du siehst, okay, der sieht ja eigentlich schon aus, als wäre der schon längst hinüber. Ja, ey. Das ist, glaube ich, und das hängt damit zusammen, ob du immer was für die Birne tust, immer was für den Körper tust, also es muss eine Mischung aus allem sein, um einfach fit zu sein. Also Körper fit halten, gesund ernähren, weiterbilden, also einfach auch Ziele haben. Da gibt es ja so super starke Korrelationen, da gibt es so super Agers heißen, die sind so Leute, die quasi halt nicht nur super alt werden, sondern auch quasi gesund alt werden. Und da gibt es quasi dein ACC, so ein Hirnareal, was du hast, was stark in Verbindung gebracht wird mit quasi Willenskraft und ich nenne es mal so mentaler Ausdauer, so Leistungsfähigkeit. Also und da hat man halt gesehen, gibt es halt so korrelative Studien, dass quasi bei den Leuten, dass dort halt quasi bessere Konnektivität und halt mehr Volumen ist in dem Hirnareal und dass die halt genau das, was du gerade beschreibst, dass die halt, man weiß nicht so ganz, woher das kommt, war das schon vorher da, haben die da, ist es für die leichter, das zu machen, ist es etwas, was du lernst und so weiter und so fort. Aber also die Moral der Geschichte ist irgendwo, es sind halt Leute, die so ein bisschen halt genau dieses Mindset haben, heißt quasi so eine Art Growth Mindset, die halt sagen, ey, unabhängig jetzt von meinen Talenten und Co., ich muss Leidenschaft entwickeln in Sachen und ich muss Ausdauer halt haben in den Sachen irgendwo, heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich werde Soldat, dann wird das halt nicht in die ersten drei Trainings halt passieren, sondern ich werde auf die Fresse fallen, es wird nicht so gut laufen, dann würde es mir mal Spaß machen, mal nicht, ich ziehe das stabil durch und lerne etwas Neues und lerne etwas Neues und lerne etwas Neues und werde besser und besser. Und die Leute sind glücklicher, gesünder und halt gealterter und älter geworden. Ja, sich mit Zielen und immer an irgendetwas arbeiten. Und deswegen, ich feiere alte Leute, Ich finde das Baumbild von dir krass. Ja, das ist eigentlich ein Megaspruch, ein Baum, der nicht wächst, der stirbt. Ja, aber auch so mit diesem Entfalten so in jede Richtung und so. Du hast mir gerade so eine, ich finde das krass, also ich kann dir das jetzt schon sagen, das wird so eine Metapher sein, die jetzt so, ich so für mein Leben mitnehmen werde. Aber ich kann ja auch, das ist ja das Schöne, wenn man sich mit Leuten austauscht, man lernt halt von jedem dazu. Ich lerne von dir, du lernst für mich, also Austausch finde ich ist so wichtig, wo man einfach merkt, ey, geiles Ding da irgendwie mitgenommen. Und ich habe schon so viele Leute getroffen, wo man sagt, krass, da habe ich noch nie über die Sache nachgedacht. Ja, und wir hatten es ja vorhin auch, bevor wir reingekommen sind, dass so Leute so da sagen, ja, okay, Soldat, stumpf, dumm, so leichte Nazi-Vibes. Jaja, voll. Ja, das ist halt so eine Sache, da probiere ich natürlich so ein bisschen, weil, guck mal, jeder muss ja irgendwie so seinen Bereich finden. Und am Anfang habe ich echt gedacht, boah, du wirst wahrscheinlich ohnehin auf die Fresse kriegen, wenn du das so im militärischen Bericht hast. Sorry, ich muss nur jetzt den hier machen, weil ich bin, ich habe versucht, ich bin jetzt, jetzt bin ich am Ende meiner, ich merke es gerade, sorry, ist echt scheiße. Ja, nee, ich muss gucken, dass das besser wird, damit ich dann da nützlich bin, bei so, in der Wüste oder im Schnee. Der Schnee, hast du zum Glück, wenn da wäre Wüste oder Dschungel als nächstes. Also Wüste kommen als nächstes, dann Dschungel. Denkst du das, also ist, du sagst, Wüste ist nicht so schwer wie Arktis? Es ist keine tödliche Klimazone, wenn du Wasser hast. Ja, das ist ja die, so hast du. Du kannst erstmal nicht erfrieren. Bei Arktis, wenn du still stehst und nichts machst, bist du tot. Ja, bin der Wüste. Übertrieben gesagt natürlich, ne, also, aber, ja, eine Wüste ist, ja, leichter. Wo finde ich da Wasser? Du musst dich lang da bewegen, wo du halt Bachbetten hast oder wissen, wie du Wasser generierst aus Kakteen, wenn du die da hast. Warst du mal, du warst sicher schon ein paar Jahre in der Wüste, oder? Ja. Also, ich liebe Wüste eigentlich überhaupt nicht. Ich mag es überhaupt nicht warm. Ich mag es sehr kalt. Also, ich liebe aber den Dschungel. Das ist leider mein Ding. Ich liebe halt Grün und Pflanzen und alles. Also, ich bepflanze auch den Garten bei mir zu Hause und habe immer schon hier Hibiscus mir aus der ganzen Welt mitgenommen und Palmen im Büro und alles voll Kletterpflanzen und so. Dschungel liebe ich. Wenn er kühler wäre, dann wäre es genau meins. Alles saftig Grün und Artenvielfalt ohne Ende. Aber es ist leider scheiße heiß, aber da muss man halt dann durch. Ist halt dann so. Also, der beste Spruch bei der Bundeswehr ist halt so. Ist halt so. Oder ist so. Oder ist aber noch ganz schön weit. Ja, ist so. Was ist, also jetzt so von den Einsätzen her, warst du wahrscheinlich in jeder Klimazone? Ne, Einsätze in der Arktis, gibt es eigentlich keine Einsätze. Also das hat sich da Klimazone wirklich im Einsatz war, nur Afghanistan. Okay, also quasi, was hast du da? Wüste. Wüste. Ja, sehr staubig, sehr, also kann man gar nicht beschreiben. Der Geruch von Afghanistan werde ich nie vergessen. Und dieser, ist ja nicht nur nicht Sand, sondern so ein unfassbar feiner Staub, der in jede Ritze eindringt. Also wie, du bist manchmal, gerade du dich nachts ist gerät, wir waren viel nachts unterwegs, ein bisschen mit dem Fahrzeug irgendwo lang, ein bisschen abgesessen, also dann zu Fuß weiter sind, dann siehst du manchmal von einem Reifen, das schiebt sich wie so eine Flüssigkeit fast vor. So weich und fein ist dieser Staub, der geht in alles rein. Krass. Kann man kaum beschreiben, du hast immer einen Schemak angehabt, also so einen Gesichtsschutz. Leute haben auch viele Nasenbluten bekommen, weil natürlich viele Bakterien und Keime und alles dann irgendwie auch überall drin sind. Fäkalbakterien gerade. Da haben die Leute ordentlich runtergelitten, ja. Krass. Also das sind so Sachen, die denkt man gar nicht. Überhaupt nicht. Aber wenn man jetzt so von den Einsätzen her das mal durchgeht, also wie viele Einsätze hattest du? Boah, wie viele Einsätze waren das da vor Ort? Ich kann dir die Nummer gar nicht, die Zahl gar nicht sagen. Meistens war es so, dass wir einen Tag draußen, einen Tag drinnen, 40, 50 oder sowas. Und die gehen dann Monate, Wochen? Teilweise nur Tage. Also es gibt zum Beispiel, die Fallschirmjäger gibt es immer einmal, es gibt verschiedene Aufträge. Das eine war Schutz und das andere war Evakuierungsoperationen. Wir waren ganz viele Jahre Evaku in Zweibrücken und haben dann abgewechselt mit den Seedorfern. Evaku war zum Beispiel ein Einsatz, wo Afghanistan aufgegeben worden ist. Die Bilder, die wir im Fernsehen gesehen haben, wo die deutschen Maschinen gelandet sind und Zivilisten mitgenommen haben, das war eine Evakuierungsoperation. Das heißt, reinfliegen, zwei, drei Tage, Leute einsammeln, Listen gucken, zurückfliegen. Also von High Value bis den Deutschen, der ausgewandert ist, bis den Sprachmittler, der mit uns zusammengearbeitet hat oder sowas, Leute dann in die Sicherheit zu bringen. Hatte ihr auch mal so Sachen, wo ihr so Geisel-mäßig... Nee, das ist tatsächlich ein Auftrag vom KSK, die Geiselbefreiung. Dann bilden wir, es gibt die Fallschmäger und ein Teil der Fallschmäger ist EGB, das nennt sich erweiterte Grundbefähigung, mit dem KSK zusammenzuarbeiten, also wie die Spezialzüge, wo ich drin war. Die machen dann diese Geiselbefreiung und wir bilden den äußeren oder inneren Ring. Das bedeutet, wenn jetzt irgendwo ein Gebäude ist, wo die Geiseln drin sind, dann sichern wir alles nach allen Seiten ab und sehen zu, dass eine Landeszone da ist und dass keiner von draußen reinkommt oder von drinnen nach draußen kommt. Aber die richtige Geiselbefreiung, das macht nur das KSK. Oder die Kampfschwimmer halt. Also Kampfschwimmer sind quasi wie KSK, nur fürs Wasser? Fürs Wasser, ja. Wie viel gibt es davon in Deutschland? Boah, Kampfschwimmer kann ich ja gar nicht sagen, aber es ist noch eine kleinere Einheit, weil es natürlich maritim gebundene Einsätze und nicht so viele gibt. Ah, das muss auch übel schwer sein. Genau, und selbst beim KSK selber, ich kann natürlich nicht zu viele Sachen darüber sagen, weil ich jetzt nicht da so aktiv mit dabei war, aber da auch gibt es verschiedene Spezialisierungen, also luftgebundene Einsätze, das sind die, die halt ohne Ende dieses Freifall, also du kannst ja teilweise mit hunderten Kilo Gepäck springen auf so einem Rollcontainer raus oder mit einem Drog, mit Sachen, die halt einzeln, also wo Gepäck unter einem einzelnen Schirm hängt. Dann gibt es natürlich landgebunden, dann gibt es wassergebunden, also ja, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten. Manche sind im Gebirge unterwegs, es gibt ja auch die Gebirgsjäger und dann den Hochgebirgszug, die also nichts anderes machen, als eigentlich wie die Gämsen oben im Gebirge rumtouren. Können halt Ski fahren wie die Götter und kennen sich halt im Gebirge ohne Ende aus. Alter, krass. Also es ist schon spannend, also auch dadurch, beim Gebirgsjäger habe ich auch Lehrgänge gemacht, Kampf im schwierigen Gelände, alpine Grundlagen, wo halt auch bei mir eine Einheit war der Vorteil, der Spezialzug ist sehr klein, also besteht aus maximal 30 Mann, davon gibt es nur 60 Leute in ganz Deutschland, maximal, wenn sie volle Stärken gerade haben, sind im falschen Spezialzug. Und extrem spannende Ausbildung, weil du halt alles machst, vom Gebirge rumtouren, weil du eine maritime Ausbildung mitmachst, weil du von Freifallspringen, Fastrope, also Helikopter schwebt über den Boden, 10, 15 Meter, und du bist am ticken, dicken Tau und rutscht da runter ohne Sicherung. Medicausbildung habe ich gemacht, ich kann Infusionen legen, ich kann nähen. Also es gibt so viele spannende Lehrgänge, die man aber besucht, die ich besucht habe, also das war für mich genau das Passende. Einfach spannend. 60 Leute maximal, das was du gemacht hast? Ja. In Deutschland? In Deutschland, ja. Es gibt die Luftlander Brigade 31 und 26, 26 ist wo ich war, zwei Brücken, 31 ist Seedorf und jeweils jeder von diesen, ich sag einfach Kasernen für dich, hat einen Zug, einen falschen Spezialzug. Der ist aber nie auf voller Stärke, aber maximal so 30 Mann. Ja, also jetzt nur mal so plakativ jetzt, also für Leute, die jetzt zugucken, das heißt, das ist dann, bist du ja auch so, also würde man das einfach so eine Art Elite-Soldat nennen? Ja, kann man das sagen. Elite ist, dieser Begriff ist natürlich, klar, ich verwende den auch bei manchen Videos bei mir, weil die Leute sich nichts runter vorstellen können. Aber Elite ist ja genauso gut eigentlich der Hochgebirgszug, da gibt es auch wieder nur zwei von, Hochgebirgszug. Ja, kann man schon sagen, ja. Also von den Anforderungen, von den Lehrgängen macht das, was ich gemacht habe, weiß nicht, ein Prozent der Bundeswehr, vielleicht zwei, keine Ahnung, weniger wahrscheinlich. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du noch gerne machen wollen oder fehlt dir für dich persönlich noch an Ausbildung oder an... Tatsächlich, ich habe auch einen Tauchschein ja schon sehr lange, den habe ich mit 14 gemacht und habe Freunde, die bei den Minentauchern und Kampfschwimmern sind. Alter Minentaucher, what the fuck? Ja, wenn du so Geschichten hörst mit, die Kampfschwimmer gehen dann durchs Torpedo-Rohr unter Wasser aus dem U-Boot raus, im Dunkeln, der eine geht mit den Füßen zuerst Richtung und der andere mit dem Kopf, damit die Kopf an Kopf sind, im Dunkeln, Atemregler, damit falls einer ausfällt, du das dem anderen geben kannst, nur mit Klopfzeichen, Zug nehmen, dem anderen geben und dann daraus zu tauchen ins Dunkle, ich würde das schon mal gerne machen, ja. Was für... Du würdest in so ein Torpedo-Rohr reihtauern? Also ich würde schon mal gerne, ja. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, gar keine Ahnung, aber das reizt mich schon, so dieses... Oder so Minentaucher, schon mal vor, du tauchst dann durch die dunkle, Nord- und Ostsee und die beseitigen ja immer noch nach wie vor Sprengse alte Seeminen und dann taucht vor dir auf einmal das runde Ding auf mit den Dingern dran und du tauchst da dran, bringst den Sprengsatz an und sprengst das Ding. Alter, ich würde mir die Hosen scheißen. Ja, ich mir wahrscheinlich auch, aber ich fände das schon... Ich gebe bei sowas halt immer dran, bei allen Sachen, hat ja jemand schon mal vor mir gemacht. Geht also. Ja. Also ich sage mir immer, das hat ja schon mal jemand vor mir gemacht. Ey, krass. Also geht es. Und wenn du dann Ausbilder hast oder Leute, mit denen man da zusammenarbeitet, die das schon gemacht haben und die dich anleiten, habe ich immer ein total sicheres Gefühl. Da denke ich so, ja gut, das haben wir ja schon gemacht. Okay, okay, ja gut. Das ist ja eine Anleitung. Ich denke gerade immer so, okay, ich bin jetzt alleine vor diesem Ding und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, natürlich. Aber wenn die sagen, oh, pass auf, wir üben das erstmal trocken in einem Art Schwimmbad, was die ja meistens dann da haben. Also wir haben ja, ich habe als erstes Großprojekt ja gehabt, diesen Ocean Warrior, habe ich ihn genannt. Weil ich hatte bei mir auch so eine Art Interview-Serie, Warrior Talk, wo ich mit ehemaligen Kameraden spreche, über deren Werdegang, was mich interessiert. Was macht ein Dorganer? Was macht ein Feldjäger? Dann habe ich einen Kampfschwimmer getroffen, einen Clemens-Klausen, der ganz oben im Norden lebt. Und der betreut so eine zivile Trainingseinrichtung, wo aber die Kampfschwimmer, die SEKs und andere Einheiten, Spezialeinheiten hinkommen, um maritim zu trainieren. Das ist also ein Riesenschwimmer, stell dir vor, wo du zum Beispiel einen Helikopter-Nachbildung drin hast, wo du dich dann einsetzen kannst, anschnallen kannst. Das wird dann über Wasser runtergelassen, kann sich um 90 Grad, 180 Grad drehen. Und dann mit verbundenen Augen das Ganze, was mache ich, wenn der Helikopter abstürzt? Mit ruhig bleiben, Scheibe rausschlagen, prepare for ditching, 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 heißt es dann. Das hatte ich damals auch gemacht. Da war so ein Fritz Meinecke mit dabei, ein Fabio Schäfer, ein Robert Mark Lehmann und so. Und das war so das Erste. Und das war mega spannend für die Leute, die auch, da war es hinter dem Hisparcours nachher, für die noch nie vom 10-Meter-Turm gesprungen sind, alle nachher gesprungen. Wie tauche ich richtig ab? Nö, wie kann ich das trainieren, länger unter Wasser zu atmen? Dann konntest du da so Wellen anstellen, dunkel machen, Nebel, Sound einspielen, dann hat man mit dem Schlauchboot, das sich umkippt. Wie gucke ich, dass alle aus dem Schlauchboot rausgekommen sind? Also ich habe da immer Spaß an so Trainingssachen, weißt du? Deswegen mag ich auch so Situationen, wo ich jetzt völlig frei denken kann, wie bei so einem Desert Warrior, der ansteht. Okay, was können wir da vermitteln? Was ist an Wissen interessant für die Wüste? Dass die Teilnehmer und die Zuschauer rausgehen mit, krass, habe ich nicht gewusst. Und bin besser geworden, habe meine Komfortzone verlassen und bin gewachsen. Ey, crazy. Ich muss sagen, ey, ich finde das voll geil. Das klingt irgendwie nach einer sehr geilen Sache, auch wenn es, aber jetzt mal, so faszinierend, wie ich das finde, du wirst doch auch jetzt Situationen gehabt haben, wo du zum Beispiel Schusswechsel und so hattest, oder? Also, dein Puls ist bei 200, keine Ahnung. Oder bei so einem Anschlag, bei dem einen, wenn du ihn vergessen hast, da hast du halt, wo ich von jetzt auf gleich sofort Führer der ganzen Patrouille war, für alles verantwortlich. Oder wenn du bei einem Unfall eine Klippe runtergestürzt, mit meinem Fahrzeug und 16, 17 Meter in die Tiefe gestürzt in den Fluss, kopfüber mit dem Fahrzeug. Wir sind zum Glück rausgeschleudert worden, sonst wären wir alle ertrunken, waren nicht angeschnallt, also mit Absicht nicht. Ganze Fahrzeug offen, der Wolf, damit wir immer in alle Richtungen wirken können. Da ist dein Adrenalinpegel aber sehr, sehr hoch. Wie ihr seid 17 Meter runtergefallen? Das war recht am Anfang von so einem Einsatz. Unten war dieser Kundusfluss und da war so eine Steilwand und wir sind oben mit den Patrouillen lang, mit den Fahrzeugen lang gefahren, um das Land zu erkunden. Um erst mal zu gucken, weil wir hatten erst mal Kartenmaterial, welche Straßen gehen überhaupt noch, um dann in der Mitte Nacht sich besser zurechtfinden zu können. Und mein Fahrzeug war ein bisschen schwerer. Ich habe diesen, also alle hatten Wölfe, also G-Klasse, für Militär, also da ist jetzt kein Radio drin und keine Klimaanlage. Und bei uns ist immer alles so, dass wir, wir sagen mal, wirken können, also schießen können auch zu allen Seiten. Scheibe nach vorne abgeklappt, kein Dach mehr drauf, alle Sachen, also so, dass man komplett offen ist, auch nicht angeschnallt. Du hast immer noch schussigere Weste an und mein Fahrzeug hatte oben eine Granaten-Maschinenwaffe drauf, also eine sehr schwere Waffe, die Granaten verschießen kann. Dadurch ist der Schwerpunkt höher, das Gewicht höher von dem Fahrzeug. Wir sind oben an diesem Rand lang gefahren, ich weiß nicht mehr, wie viel das Fahrzeug war. Der hättest dich aus der Kurve. Ja, aber wir waren nicht schnell, das waren vielleicht 10 kmh. Und dann sah ich noch zu meinem Fahrer, sag ich, boah, weil das sah wunderschön aus, dieses Flussbett, oder halt da unten der Fluss, wie hier oben. Ich sag, boah, wenn wir hier abschmieren, dann war es das. Und keine drei Sekunden später löst sich der Boden oder bricht weg und wir sind runtergestürzt. Mir fehlen ein paar Sekunden, den anderen auch. Es gibt aber ein Foto, ich sag das mal, leider nicht mit uns im Flug, aber man sieht diese Staubwaffe. Hinter uns hat einer ein Foto von dieser Szenerie gemacht, weil er gesagt hat, boah, wie cool sieht das denn aus. Dann hat er auf einen Auslöser gedrückt, wo man noch die Staubwolke sieht, wo wir gerade runter ins Wasser gefallen sind. Und da war es zum Beispiel so, die ersten Sekunden weg und dann war das erste, was ich wieder gespürt habe, Wasser über mir. Mit Weste an, die wiegt ja auch mit allem drum da, Munition und, 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 irgendwie 20 Kilo. Abstoßen vom Boden, irgendwie schwimmend nach oben, hab einen noch mit an Land genommen, zu der Seite, wo wir gefahren sind. Dann gesehen, boah, Ausrüstung treibt ab, weil das ja Material, was nicht in feines Hände geraten darf, also Nachtsicht, Wärmebild, Kameras und sowas. Bin durch eine andere, durch die Flussseite zum anderen Fluss geschwommen. Hab mir dann, im Nachhinein vielleicht nicht smart, die schlussliche Weste, die ist eigentlich zu, keine Ahnung, wie ich hier auch so komme, aber mit einem Rupp ausgezogen. Hatte nachher alles von, so Wunden halt hier. Aber du hast halt so eine Power in dem Moment, weil du halt voll Atomalien bist, damit ich schneller laufen kann, um die Ausrüstung einzufangen. Jetzt habe ich die Weste ausgezogen, weil die auch einfach nass, also nass ist nicht so schlimm, aber wiegt halt 20 Kilo und hab dann Material eingesammelt und da bist du und dann bin ich irgendwie zurück, hab die Sachen eingesammelt, da haben mir noch, weiß ich noch, da waren Ziegenhürte mit seinem Sohn da und die haben mich wirklich so ganz verdutzt angeschaut, weil ich bin halt einfach da vorbeigerannt, an diesem Fluss entlang, das Material da einzusammeln. Du warst alleine? Da bin ich alleine runtergerannt, dann hat der mir sogar noch geholfen, der Junge von den Ziegenhürten und dann kamen aber die Kameraden, die auf der Seite, wo wir ablang gefahren sind, mir auf der anderen Seite entgegen, haben dann noch mitgeholfen. Dann sind wir zurück zu den Fahrzeugen und gut, da hatten ein paar innere Verletzungen dadurch, hier Milzriss, Leberriss und sowas. Du? Ich hatte nichts, ne. Aber du warst mit Kollegen im Auto oder warst du alleine? Ja, nee, mit drei Mann war ich im Fahrzeug. Alter. Fahrer, ich als Kommandant sozusagen und der Schütze hinten drauf, Granat, Maschinenwaffe. Alter, aber wie habt ihr das überlebt? Keine Ahnung. Ich habe Bilder davon, ich habe danach unter Schmerzen mit meinem Fahrer oben, der konnte noch stehen. Ich sage, ey, ich brauche unbedingt ein Foto davon. Oben stehen wir, dann siehst du diesen Abhang und unten siehst du nur von diesem Wolf, der hat sich am Kopf gedreht, war also Kopf über dem Wasser, siehst du nur ein bisschen vom Reifen. Wir fähren einfach ersoffen. Wären wir angeschnallt gewesen, wäre es das gewesen. Wieso? Weil ihr euch hättet nicht mehr abschneiden können? Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ohnmächtig unter Wasser gedrückt und dann liegt das Ding im Schlamm und dann liegt das Fahrzeug ja auf, ob du da aus dem Loch wieder rauskommst mit der Ausrüstung. Oh, weiß ich nicht. Also, und ihr wurdet quasi dann, als ihr runtergefallen seid, neben das Auto? Rausgeschleudert, ja. Das Fahrzeug ist so weggebrochen und quasi, wenn es so fährt, so auf den Kopf gekippt und wir wurden halt rausgeschleudert. Habst du es mitbekommen, als ihr gefallen seid? Nö. Die Sekunden fehlen mir, den anderen aber auch. Ob Schutze, Reaktion vom Körper oder durch den Aufschlag, keine Ahnung. Alter, und was war dann? Dann seid ihr, seid ihr dann ins Krankenhaus und alles angeguckt? Wir haben erst mal sechs Stunden auf den Heli gewartet. Ich hab dann noch Infusionen gelegt bekommen, weil ich dann aber immer voll die Schmerzen eingesetzt, also hier echt eine große Wunde gehabt tatsächlich. Wie Wunde? Platzwunde. Einfach alles auf. Keine Ahnung wovon. Vielleicht bin ich auch beim Fahrzeug entgegengekommen oder er ist auf die Böschung geknallt. Ich weiß es nicht. Junge. Da haben wir sechs Stunden gewartet. Und so eine Situation ist natürlich mir sehr gefährlich, weil Fahrzeug da unten drin, Patrouille stockt, mitten im Nirgendwo. Und die haben ja alle, Taliban da unten, natürlich jeder hat eine Handyverbindung. Alles klar, hier ist gerade noch passiert. Und dann Menschenmengen sammeln sich eh aus dem Dorf und wenn du Pech hast, sagt sich jemand, das ist die Situation, um jetzt Überfall zu machen oder selbst mal einen Täter loszuschicken oder sowas. Und wie geht dir dann um mit so einer Situation? Trommeln, also was passiert dann? Du bildest halt auch einen Ring, sicherst nach allen Seiten, keiner darf näher so und so nah rankommen, alle müssen da stehen, absichern und also dass halt keiner zu nah rankommen darf. Krass. Und wieso war dein erstes Instinkt, dieses ganze Material zu sichern? War da irgendwas wichtig? Erstmal den Mann, ich habe einen, der nicht so gut schwimmen konnte mit dieser Ausrüstung und das war irgendwie sehr lustig, weil wir hatten, ach sehr lustig, im Vorfeld haben alle immer so was gesagt, Otto seine Gruppe ist die Sportfördergruppe, weil ich mit den Jungs Sport gemacht habe bis zum Abwinken vom Einsatz, weil du musst natürlich auch, wenn jemand verwundet ist, den bergen können und dann wiehst du plus deine Weste nochmal 20 Kilo oben drauf, ich habe eine Weste nochmal drauf, also dann würde ich dich und bin auch sehr viel geschwimmen gegangen mit denen und alle so, Otto, warum gehen wir schwimmen? In Afghanistan ist es trocken und da mussten wir schwimmen. Um mit dieser Weste an Land zu schwimmen, habe ich einem noch geholfen an Land zu kommen, die haben sie dann mit einem Seil hochgezogen und da haben wir sechs Stunden gewartet, bis der Heli kam, weil es gab irgendeine Fehlinformationen, die kamen, dass halt einfach irgendwas anderes passiert sein soll, also irgendwelchen zivilistischen, irgendeinen Unfall zwischen Zivilisten, weswegen der Heli, der muss aus Mazar-Sharif kommen, das war halt anderthalb Flugstunden entfernt. Bis er dann kam und dann lage ich da auch eine Woche im Krankenhaus, ja. Die anderen sind nach Deutschland überführt worden. Eine Woche? Ja, bis ich wieder gehen konnte, weil es im Pastenwald alles offen war und dann bin ich wieder zurück. Wie tief war der Fluss? Also wie tief und breit? Ja gut, wenn das Fahrzeug da, wo es lag, am Kopf lag, schätze ich so zweieinhalb Meter, drei Meter, also war nicht besonders tief. Okay, aber nicht so, dass du nicht, da konntest du nicht stehen. Zum Glück hatte der so viel Wasser. Wenn da so ein Rinser gewesen wäre, dann willst du den Flug nicht machen, da oben oder runter. Und ihr seid quasi ins Wasser gefallen? Ja. Okay, aber da habt ihr geisteskrankt Glück gehabt. Ja, aber sowas von. Das ist bei mir ein Geburtstag neuer gewesen, ja. Ich schnallte in dem Moment nicht. In dem Moment, ich habe nur dieses Gefühl, boah, Wasser über mir, ich muss mich abstoßen, stoßen, um nach oben zu kommen. Holy fucking shit, das ist ja wirklich geisteskrankt. Also, und vor allem, aber 17 Meter, ein drei Meter tiefes Wasser oder so ist auch nicht so... Ist nicht so eine geile... Also da kommst du schon auf den Boden? Ich kann dir nicht sagen, ob ich auf den Boden... Ich weiß nur, dass ich mich vom Boden abgestoßen habe, ja. Alter, alter. Hast du noch solche Situationen, wo du denkst, okay, da... Ja, so ein paar Mal hat es halt irgendwie... Oh, okay, war Glück gehabt. Einmal wurde mal beschossen. Da war man auf so einem nächtlichen Einsatz mit einer RPG, also mit so einer... Na gut, wenn du zockst, weiß, was eine RPG ist. Also eine Art Panzerfaust quasi, die ist dann aber abgeprallt. Wie abgeprallt? Am Fahrzeug tatsächlich. Wie kann der Panzerfaust am Fahrzeug abprallen? Durch schräge Panzerung. Wenn so die schräge Panzerfaust in den Kopf kommt so, geht der vielleicht nicht automatisch rein, sondern wird es abgelenkt. Und explodiert noch nicht? Und explodiert. Setzt dann nicht da um mit Glück, sondern erst oben. Ja. Also da gab es auch viel Fehlfunktionen von gegnerischen Waffen, die nicht funktioniert haben. Alter, was geht da bei euch ab? Ja, und da hast du halt vorher eine Information vorher bekommen. Achtung, die haben jetzt Thermal geschossen. Thermal bedeutet, Ding geht durch und verbrennt den ganzen Innenraum. Und das war so genau vor diesem Einsatz hieß noch, Aufklärung hat ergeben aus irgendwie... Woher waren die Burschen? Irgendwelche Scharfschützen aus... sondern aus Tschetschenien war das, glaube ich, gewesen? Die haben die angeheuert. Plus halt, ja, es wurde aufgeklärt, es gibt Thermalgeschosse mittlerweile. Und er so, mhm. Da denkst du so, alles klar. Seid ihr nicht so sicher im Auto davor? Im Auto zu sitzen, ist eine Katastrophe. Also für mich war, gerade nach den Anschlägen, wo ich gesehen habe, wie vor mir ein Fahrzeug in die Luft fliegt, war für mich nach im Autositzen oder in so einem... Selbst im... Wir hatten ja selten gepanzerte Fahrzeuge. Wir waren ja nur mit... Manchmal nur mit Wölfen unterwegs, weil wir mussten ins Hinterland kommen wegen Raketenbasen. Da gab es keine Abschussbasen, da gab es ja keine breiten Straßen und gar nichts. Da kommst du nur mit einem leichten kleinen Fahrzeug durch. Und dann hatten wir aber größere Operationen, wo wir dann mit Transportpanzern abgesetzt worden sind. Aber dann sitzt du halt hinten unter Luke nebeneinander und denkst nur so, okay, hoffentlich gibt es nicht gleich irgendeinen Schlag. So, gut hast du dich mal gefühlt, ausgestiegen, zu Fuß weiter. Das war immer so ein Gefühl, wo du sagst, okay, bei Nacht, Nachtsichtgeräte dabei, dann dem Gegner überlegen, hier bin ich her der Lage. Weil ihr bessere Geräte hattet. Bessere Geräte und zu Fuß was anderes. Du kannst dich ducken, du kannst wegspringen, du kannst diesmal, du kannst besser kommunizieren. Hockst nicht da mit zehn Mann und wartest, okay, guck mal, was passiert. Aber was haben die dann, also was haben die da, was waren so, sag ich mal, deren Wege? Wie haben die da gekämpft? Haben dann die Wege vermint, weil es wenig Straßen gab? Das ist ja, die wurden dann vor Graben halt dann so IDs, also Improvise Explosive Device, die abgehört, also ein Sprengsatz. Und die waren gut genug, um den Panzer hochzujagen? Ja, halt alte, ja nicht so ein Kettenpanzer, wie du dir vorstellst, obwohl die damit auch leicht knackbar sind. Echt? Es gibt ja sowas wie den, zum Beispiel Dingo, das ist ein Fahrzeug der Bundeswehr, der ist sehr hochgelegen, der hat die Wanne so, aus Metall unten runter. Das heißt, wenn da ein Sprengsatz hochgeht, geht die Kraft nach links und rechts weg. Da sind die Sitze an der Decke festgeschraubt, weil du musst überlegen, wenn von unten einen riesen Sprengsatz detoniert und das kickt dir unter die Wirbelsäule, dann ist es halt nicht gut. Also ein echter, richtiger Panzer ist nicht so gut gegen so Sprengsätze geschützt, wie so ein Dingo, der aber nur Räder hat. Und wie war das mit deinem Kollegen da, als dieses Auto in die Luft gejagt worden ist? Also wie ist das passiert? Das war halt ein Sprengsatz, den die vergraben hatten, sehr, sehr viel, haben sogar mehrere Sprengsätze. Eigentlich war der, die Aufklärung hat ergeben, im Nachhinein, hatten wir halt Informationen, das Ziel war, die gesamte Patrouille zu vernichten. Die hatten also vorne einen Sprengsatz, hatten noch mehrere andere Sprengsätze, und dann machst du mal halt vorne, hinten, weil da kommst du an diesen Spraßen nicht links und rechts vorbei, das war an so einem Fluss, da konnte man jetzt nicht links und rechts großartig ausweichen. Und dann plus halt noch Hinterhalt mit Maschinengewehren und ja, RPGs und Selbstmordattentätern. Eigentlich war das Ziel, alles auszulöschen. Wie viel wart ihr da? 40 Leute? Knapp 40, ja. Hat aber nicht funktioniert. Also weil sehr schnell gehandelt, also weil in dem Moment war, muss ich vorstellen, ich war ja, du bist ja auch nicht die ganze Zeit voll in Anspannung, weil das passiert ja auch zig Tage oder mal Wochen, auch mal wenig oder gar nichts. Und in dem Moment schlag vor mir, die Riesenrauchsäule. Fuck, Anschlag. Okay, vorne sitzt der Mischer, Führer vor Ort, der wird gerade nicht funken können. Da habe ich gesagt, Achtung, ich übernehme, rückwärts Marsch, rückwärts Marsch. Also weil mir klar war, die, in dem Gelände, in dem wir befinden, ist das prädestiniert für so einen Hinterhalt. Und weil mir klar, wir können nicht weiter, weil danach war offenes Feld, da waren dann halt die ganzen Kämpfer von denen, da haben wir das nicht auf den ersten Blick sehen können, die eigentlich gewartet haben, dass wir nach vorne vorbeifahren und dann das Feuer auf offener Fläche zu öffnen. Rückwärts Marsch, so schnell wie es geht, alle Fahrzeuge rückwärts, um erstmal Abstand zu gewinnen zu diesem Fahrzeug. Hinter mir das Fahrzeug, da saß ein Sprachmittler drin, die waren halt einfach geschockt von diesem Moment. Das Fahrzeug habe ich nach hinten weggeschoben. Also ich bin nicht Fahrer, sondern Kommandant. Also mein Fahrer gesagt, schieb den, schieb den, schieb den, schieb den. Bis der dann gemerkt hat, okay, klar, ich muss rückwärts Marsch machen. Also da, das geht halt super schnell. Also du hast ein sehr schlechtes Gefühl dann für die Zeit. Rückwärts Marsch, Rückwärts Marsch, Rundumsicherung befehlen, also alle Mann, alle Bereiche sichern, sofort Tick ausrufen, Troops in Kontakt, dass du Luftunterstützung dabei hast, dass Medivac unterwegs ist, weil mir klar war, okay, da wird es wahrscheinlich Verwundete oder Tote geben und dann unter Feuer nach vorne gehen, bergen, versorgen, abchecken von den Leuten und sowas. Aber was macht ihr dann, weil du erwartest ja dort einen Hinterhalt mit Leuten, die wahrscheinlich mehr sind als ihr. Ja. Die besser vorbereitet sind als ihr. Du weißt vorne nicht, ob der Tod ist oder verletzt. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht einfach gehen. Nein, ich bin ja nach vorne gegangen noch. Was dann? Dann kamen mir erst mal zwei entgegen, die mit auf dem Fahrzeug waren, die ich erst mal abgetastet, also erst mal abgecheckt habe, weil ich zum Beispiel auch Medic bin und ganz hinten hatten wir zwar einen Arztrupp mit dabei, weil da war klar, das ist zu weit nach hinten. Da habe ich die erst mal, ich hatte bei mir beim Fahrzeug mit dem Maschinengewehrschützen noch gesagt, alles niederhalten, was irgendwie auch von uns zukommt. Also drauf, schieß. Genau. Kam zum Glück dann da nichts, also beziehungsweise sind die halt nicht raus aus ihren Gräben. Die beiden, die gekommen sind, habe ich halt erst mal überall kontrolliert, weil das gefährlich bei so einem Anschlag ist. Ein kleiner Splitter, kann ja irgendwie unter die Wässer durchgehen und du merkst den wegen Adrenalin nicht. Deswegen musst du alles ein, komplett abtasten, fühlen und kümmern. Und dann sagst du so, no blood, no injuries. Also das heißt, ich würde dich überall abstreifen und gucken, okay, kein Blut, keine Wunden. Kein Blut, keine Wunden, auch am Rücken und überall, weil es reicht ein kleiner Splitter, der den Kopf eindringt oder irgendwas, oder den du nicht mitkriegst, aber lebensgefährliche Verletzungen mit sich ziehen. Oh mein Gott. Die dann nach hinten geschickt, dann nach vorne und dann beim Mischer. Ich meine, ich würde dann nie nicht so gerne ins Detail gehen, was dann passiert ist, aber ja, dann war er auf jeden Fall, hat das leider nicht überlebt. So und das sind so Dinge, die ich glaube, da kannst du dich auch nicht so drauf vorbereiten, dass man sagt, ja klar, easy für dich, geht gar nicht. Also das ist glaube ich immer so, dass sowas ist ja nicht alltägliches. Das ist vielleicht ein bisschen, weil du hast ja nicht nur den Eindruck, da ist jemand verletzt, jetzt angenommen, zum Beispiel am ehesten kommen vielleicht Polizisten, Feuerwehrkräfte, die schlimme Verkehrsunfälle mit ganz wilden Dingen erleben, glaube ich daran. Aber da haben die ja keine Gefährdung für Leib und Leben. Also nicht, dass die Situation dann easy ist für die, weil ich glaube, es sehr belastend ist, gerade für die Einsatzkräfte, deswegen also auch so ein Ding, das Thema, ey, wer leistet in unserem Land was. Wenn ich so sehe, was an Silvester passiert in manchen Städten, denke ich so, ey, die Leute fahren aber als Rettungswagen, um Leuten zu helfen und werden damit Stein berorfen, geht halt gar nicht. Aber bei uns hast du ja noch die eigene Gefährdung des Lebens mit dabei. Ja, du sicherst das von einem anderen und wirst dir dein eigenes dabei. Genau, bist du halt in einer Gefechtssituation und das macht noch ein bisschen was anderes mit dir. Wieso haben die euch nicht angegriffen? Also wenn ihr schon sozusagen da so schnell nach hinten weg ausgewichen sind und die Schützen so positioniert waren, die Maschinengewehrschützen und dass deren Plan einfach kollabiert ist. Die wollten halt noch mehr Sprengsätze, aber wir waren nicht mehr da, wo die Sprengsätze waren. Das heißt, das hätte denen nichts mehr gebracht und dann hatten wir auch sehr schnell dann Luftunterschützung da vor Ort, also so, dass die, okay, wenn die dann jetzt loslegen, was fällt, laufen, wäre schlecht gewesen für die. Hey, und wenn man solche Sachen hört, dann wieder, als wir da beim Anfang waren mit lieber vorbereitet sein als nicht. Ich verstehe voll, Alter, wenn man sowas hört, da kriegt man Schiss. Keiner hat Lust, in der Situation zu sein, in der du da warst oder Gott bewahre derjenige, der gestorben ist. Völlig. Also das ist so eine Sache, da will keiner sein und deswegen ist Krieg oder was auch immer absolut grauenhaft und bringt niemandem was. Das ist so, egal welche Seite, wie gesagt, in jedem Land stehen jetzt Väter und Söhne oder sonst was, ich dann aus verschiedenen Ortschaften gegenüber und du denkst dir so, ich könnte ich mit dem eigentlich auch zusammen angeln gehen. Wahrscheinlich. Hattest du so Momente, wo du mal einen, also keine Ahnung, wo ihr mit Feinden vielleicht sogar dann befreundet wart oder so komische Sachen? Befreundet nicht, nee, da hast du ja nicht wirklich Kontakt zu. Das ist ja keine Armee, wo Kombatanten gegeneinander greifen. Also du hast ja nicht ich ein Uniform, der ein Uniform, der ist böse, also der ist böse, das ist die Gegenpartei, das ist mir nicht. Kann sein, dass du dem seinen Sohn gerettet hast bei dieser einen Sache, weißt du was ich meine? Und dann, genau das meine ich. Und das ist, wie gesagt, das ist ja nicht erkennbar, wer dies und das ist. Also ich bin garantiert an unfassbar vielen Taliban-Campfern vorbeigefahren, vorbeigegangen, getroffen, keine Ahnung. Diese, welchen Unterschied macht denn vor allem bei euch jetzt so, wenn du jetzt die Bundeswehr vergleichst mit zum Beispiel so Terroristen, was sind da die Vor- und Nachteile? Weil die sind ja super unkonventionell in ihrer Kriegsführung, basteln da viele Sachen zusammen, rekrutieren Leute, die ja gar keine Kampferfahrung haben, haben Selbstmordattentäter, also die spielen, sag ich mal, das ist ja sehr dreckig ohne Regeln und so weiter? Ja, ich meine, man hält sich natürlich an, es gibt ja nicht umsonst sowas wie die Genfer Konvention und das heißt, man kämpft ja schon wieder anhand Regeln, die man befolgt, die die andere Seite nicht befolgt. Das Schwere ist natürlich, die sind halt nicht erkennbar. Wie gesagt, bei einem regulären Krieg weiß man, die eine streckt die Uniform, die andere tragen die. Gut, auch da wird natürlich, ich glaube, kein Krieg nach allen Regeln gespielt, aber das macht es halt so unplanbar irgendwie. Das ist ja nicht so, ja, die haben die Ortschaft besetzt, wir kämpfen jetzt frei, alle, die da drin sind, sind Feinde. Das wäre einfach. Ja, sondern wir fahren in die Ortschaft, genau, richtig. Und die hatten auch dann gefühlt, nichts zu verlieren haben, weil sie halt vielleicht indoktriniert sind. Das ist so doppelt schlimm. Und dann tun die Leute halt auch leid und du hast halt in diesem Land auch unfassbar viele Kinder und es gab so viele tolle Begegnungen mit Kindern. Also wir haben halt, ob es angefangen ist, mit Kuscheltieren zu sammeln, die wir da verschenkt haben oder Schreibmaterialien waren ganz beliebt, selbst Wasser, was wir mal auf einem Fahrzeug mit hatten. Und da denkst du dir, ey, man hat es genauso Kinder, wie sie bei uns sind. Und warum müssen wir uns jetzt, also warum haben wir jetzt hier so eine Scheißsituation? Ja, wir sind in dieses Land gekommen. Zurecht, dickes Fragezeichen dahinter. Das ist so eine Frage, die muss ich, also eigentlich, habe ich dadurch, aber ich, weiß nicht, habe ich einen Pazifismus davon mitgenommen? Bestimmt. Weil Krieg einfach nur noch Scheiße ist. Also, aber ja, es wird immer Leute auf dieser Welt geben, weswegen man selber Kräfte vorhalten muss, um dagegen vorgehen zu können. Oder halt, weil wir halt auch gerne die Welt alle bereisen, weil irgendwer im Urlaub gekidnappt wird und dann brauchst du halt Kräfte, die die Leute rausholen. Hattest du sowas? Ne, ne, Begeisebefragen haben wir ja gar nicht gemacht. Das ist krass, das muss man auch erstmal irgendwie so verarbeiten, auch wenn man es nur hört. Aber was machst du zum Beispiel nach so einem Einsatz? Also, du bist dort und dann danach wieder im Auto zu sitzen, danach wieder dort hinzugehen, danach die Truppe aufzumuntern, weil da wird ja jeder von den 40 Leuten, da sitzt ja jeder drin und macht sich irgendwie Schuldgefühle. Oh, ich habe da vielleicht was gesehen, ich habe da was gehört, ich hätte vielleicht, ich habe da ein Instinkt gehabt, ich habe, warum habe ich die Fresse gehalten? oder? Du quatschst sehr viel nacheinander. Also für mich war das so, weil ich ja die Erfahrung hatte von dem, wo ich vorher abgeschmiert bin, die Klippe, das war ein paar Wochen vorher. Okay, es kann super lange dauern, bis der Rettungsflieger da ist. Wir verlegen einen Teil, Kräfte lasse ich vor Ort, um alles abgesichert zu lassen und ich habe ihn mit zwei Gruppen sozusagen rein verlegt zur Basis zurück und das ist jetzt sehr beschissene Straßen, hat also gedauert, wusste, okay, das dauert ungefähr anderthalb Stunden. Der Flieger braucht auch mindestens anderthalb Stunden. Ich muss die Verletzten so schnell es geht ins Camp zurückbringen zu den Ärzten und bin dann zeitgleich mit den Rettungshelikoptern im Lager angekommen und wo klar war, dass er tot ist, der Mischa jetzt, die anderen haben alle überlebt tatsächlich, die anderen sind trotzdem eingeliefert worden ins Krankenhaus, kam er in einen Kühlcontainer sozusagen, die Leiche, die wir dann nachts immer wie so ein Ehrenposten dann da gestanden haben. Ich habe natürlich Rotz und Wasser geholt, weil ein wirklich guter Freund das war, wurde echt, erstmals mir bis dahin echt ein Druck abgefallen, weil ich gesagt habe, okay, mehr kann ich nicht tun, als die Verwundeten abzuliefern. Und natürlich, wenn dann so ein guter Freund von dir stirbt, denkst du nur, also bricht einfach für dich auch eine kleine Welt zusammen. Weinen tut in dem Fall aber natürlich dann ganz gut. Also es gibt auch, ich habe es mir in ein paar Zeitungsartikel aufgewahrt, ich habe tatsächlich bei einer großen Tageszeitung aus Deutschland ein großer Titelblatt tatsächlich, da habe ich seinen Helm getragen, jemand hat sein Barret, glaube ich, dann habe ich mir mit ihm nach Deutschland, weil ich alle wusste, ich bin einer meiner besten Freunde war, nach Deutschland zurückverlegt und alle, wir haben schon sehr, viele Dinge vorher erlebt, da haben viele gesagt, Otto, pass auf, dann bleib doch in Deutschland, weil du kriegst nach jedem so psychischen Dingern so einen Zettel, wo drauf steht, harte Eindrücke, dann könnte man theoretisch den Einsatz verlassen. Also kannst du theoretisch eh jederzeit, ne? käme für mich aber wie ein Fahrrad, wäre das gleich gekommen, weil ich ja immer noch meine Jungs da unten hatte, den Rest von meinem Zug. Und für mich war irgendwie, war ich nur in diesem Mach-was-Modus, also ihn nach Deutschland überbringen, dann zurückkommen, für die Jungs ein paar Wünsche erfüllen. Ein Burger von Meckers oder Burger King war das. Der war natürlich dann zwei Tage alt, wo ich angekommen bin, konntest du trotzdem noch essen, weil das Essen natürlich überschaubar gut ist, ne? Dann habe ich ein Wirkenkreuz mit ehemaligen Kameraden, die nicht mit ihm im Einsatz waren, in Deutschland geschlagen, also Birke mitgebracht, dann habe ich Blumenär mitgebracht, dann hatte ich Pflanzen, da haben mich so ein Beet dann da angelegt damit. Ich habe mich eigentlich immer mit den nächsten Aufgaben beschäftigt dann, also hatte gar nicht so die Zeit in so ein vielleicht so ein Loch reinzufallen oder so, aber klar, der Tag hat sich dann ganz oft im Kopf wiederholt, was hättest du anders machen können, aber ich hätte wahrscheinlich nicht eine Sekunde irgendwas schneller machen können. Und das war, also mit der einen einzelnen Tag bei mir bis jetzt im Leben. Wie schützt du dich davor, dass du da nicht so, es ist ja auch vielleicht oft die Deutung, die man selbst dann so reingeht und sagt, ja vielleicht hätte ich ja doch was machen können, weißt du, diese Zweifel so, wo du dann anfängst, vielleicht dann nicht mehr so logisch zu sein, sondern sagst, weißt du dich selber halt kaputt machst, dich niedermachst, dich verantwortlich fühlst, dich verantwortlich machst. Ich weiß nicht, ob man da entweder der Typ dafür ist oder nicht, weil er hat sich freiwillig für diesen Job entschieden, freiwillig für so eine Einheit, auch mehr oder weniger freiwillig für so einen Einsatz, hat das geliebt, was er getan hat. Es hätte auch mir passieren können, ich hätte ja ein paar Wochen vorher schon sterben können. Also, weißt du, so dieses, warum hat es jetzt ihn getroffen, es hätte jeden treffen können. Wie ist es dann, wenn du da hingehst, hast du dann, wie kriegst du dich emotional in den Griff? Also, weißt du, ich weiß nicht, ist es vielleicht falsch, dass ich da so von mir ausgehe, aber ich wäre da so voll mit Rache gefühlen und so, weißt du, was ich meine? man muss ja einen kühlen Kopf bewahren, kannst du jetzt da nicht hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie zehn Leute abknallen, weil die mein Homie, also, aber das sind ja verständliche Gefühle. Natürlich, also Rachegefühle habe ich ja nie gehabt, tatsächlich. Natürlich denkt man sich, boah, wenn man den erwischen würde, der da drauf gedrückt hat, aber ich, ich versuche immer zu verstehen, warum Menschen so handeln und denkt mir, ich meine, die werden von klein auf indoktriniert teilweise. Wenn du jetzt aufwächst und hast keine anderen Medien und die erzählt dir, dein Nachbar ist Deutscher und ist ein blöder Nazi und dein Vater trichtet dir ein, dem musst du irgendwann aus dem Maul hauen oder in die Kehle durchschneiden, dann würdest du das irgendwann machen. So erkläre ich mir das einfach. Also, ich bin da nicht mit Rache gefühlen darunter. Tatsächlich nicht, weil es ist ja auch, Krach ist da fehl am Platz. Bestimmt hat, also, habe ich das mal gedacht, das ist eine gute Frage, hat noch nie jemand gefragt. Ich wüsste nicht, dass ich Rache gefühle gehabt hatte. Und Leute in deiner Truppe? Bestimmt, der eine oder andere, ja. Wie hast du die Gruppe zusammengehalten nach sowas? Weil da gibt es ja echt, der eine will vielleicht nach Hause gehen, dem einen ist es zu viel. Das war tatsächlich, das haben manche mit mir Gespräche geführt natürlich, weil ja dann der Gruppenführer von dem war, sagt Otto, ich kann nicht mehr. Ich habe gesagt, du, ey, alles gut. Lass uns zusehen, dass du nach Hause kommst. Also mehrere gesagt, die können es aber nicht mehr, weil so viele Sachen werden. Und nochmal, ein sehr so Anteiter auf dem Motorrad, der hat sich in Luft gesprengt, da ist einer halb verbrannt von uns, der hat zum Glück überlebt. Der andere dabei war, der ist ein Jahr später gestorben im Krankenhaus an Gelbfieber, äh, Gelbsucht. Also da haben viele, dann war noch ein Anschlag gewesen, bei einem äußeren Ring, den wir gebildet haben, da hat sich einer auf einem Fahrrad in Luft gesprengt, viele afghanische Kinder drumherum, die auch mit gestorben sind, mehrere, plus zwei von uns verbrannt. Und das, also dann, meine Mama hat gesagt, also ich kann es nicht mehr. Ich habe gesagt, alles gut. Also wo ich ihn überbrachte, habe ich gesagt, Jungs, da war klar, in den nächsten Tagen passiert jetzt eh nichts mehr, weil jetzt erstmal sich, ne, wir geschont wurden. Ich habe gesagt, pass auf, ich bringe eine Mischer, ich komme dann zurück und dann entscheiden wir gemeinsam, was wir tun. Aber ich hätte es nie in das Herz gebracht, in Deutschland zu bleiben, wenn meine Jungs noch da sind. Dann bin ich halt zurückgeflogen, dann war halt von manchen Entscheidungen, ich muss zurück nach Hause und manche haben gesagt, okay, wir ziehen es noch durch. Dann sind wir noch zwei Monate geblieben. Alter. Würdest du sagen, dieser ganze Afghanistan-Einsatz, weil es gibt ja viele Leute, die dann so sagen, ja, das hat nichts gebracht, 20 Jahre waren wir dort und jetzt sind dann die Leute weg und man hat es nicht geschafft, sage ich mal, Demokratie aufzubauen und das war eine riesengroße Geldverbrennungsaktion und Menschenverbrennungsaktion und so weiter und so fort, was man eigentlich alles gehört hat, als es dann vorbei war. Was sagst du? Weil du warst vor Ort. Also ich glaube, da muss man unterscheiden, wem hat was gebracht. Haben in den 20 Jahren viele Menschen besser leben können, bin ich fest von überzeugt. Sind Mädchen zur Schule gegangen? Ja. Also kann man das schon mal, also so für mich kann ich sagen, okay, in 20 Jahren hat sich für viele Leute, glaube ich, einiges verbessert. Harter Satz jetzt, aber früher sind im Zweiten Weltkrieg pro Stunde umgerechnet tausend Menschen gestorben. Die Bundeswehr hat verloren um die 60. 60. 60.000 Menschen? Nee, 60 Menschen, 60 Soldaten. Achso, ich. 60.000 wäre ja sehr krass. Also nicht viel. Und wie gesagt, einer meiner besten Freunde ist gestorben. Die Bundeswehr hat dadurch, weil sie vorher so diese Friedensarmee war, sich extrem gewandelt hinsichtlich Ausrüstung, Ausbildung, also sich, ich sag mal, verbessert, weil sie im Gefecht stand. Also wie so eine Aufwachaktion? Irgendwie schon, ja. Hat es dauerhaft was gebracht fürs Land? Keine Ahnung. Ich würde mich freuen. Haben wir ein Recht dazu, eine Versuch, eine Demokratie zu implementieren? Glaube ich. Ich finde, man darf sie nicht über andere Völker hin aufspielen. Also, wir haben was verbessert, garantiert. Wahrscheinlich auch dauerhaft, weil Leute das, ne, eine junge Generation gemerkt hat, oh, alles klar, vielleicht doch gar nicht so schlecht. Das eine oder andere. Ich glaube, das wird man sehen in den nächsten Jahrzehnten. Aber jetzt gefühlt ist das ja völlig vom Tisch, was da passiert. Da sind wir wieder beim Thema Medien. Also ich würde gerne sehen, wie haben sich die Ortschaften entwickelt. Wir hatten ja zu verschiedenen Ortschaften einen richtig guten Draht. Also zu Dorfältesten, mit denen ausgetauscht und sowas. Ich würde mich gerne manche Ortschaften jetzt mal rein teleportieren und mit denen widersprechen. Aber du könntest da nicht einfach hin, Also jetzt gerade wäre es schon sportlich, ja. Sehr schwierig. Da sind ja alle Soldaten abgezogen. Sollte ich was, ja. Ich glaube, jetzt keine westliche, keine Menschen mehr da, ne. Aber was heißt das jetzt fürs Land? Das heißt, das ist jetzt quasi... Jetzt sind die Taliban wieder in der Regierung. Kannst du mir mal die Interessen erklären, wenn ihr jetzt dort wart? Also warum ist dieser, ich weiß, das jetzt vielleicht ein bisschen geht noch ein bisschen weiter über das hinaus, was wir eigentlich reden wollten, aber warum ist das passiert? Was sind die Interessen? Und... Hintergrund war, sagen wir mal, wir laden 9-11, die Drahtzieher. Mhm. Das war der Hintergrund. Also eigentlich muss ich denken, so, ja gut, bräuchte man ja nur den Mann, aber es war ja die Terrororganisation, die weltweit dafür gesorgt hat, dass man gedacht hat, ups, okay, wenn das jetzt die Zwillingstürme sind, vielleicht ist als nächstes der Berliner Bahnhof oder Stuttgart irgendwas. Aber welche Rolle spielt da der Glaube? Also welche Rolle spielt der Glaube und welche Rolle spielt der, sag ich mal, vielleicht der Glaube auch als Mittel zum Radikalisieren, zum Rekrutieren? Sehr stark. Tatsächlich dort, ja. Und welche Rolle spielen dann, sag ich mal, harte finanzielle Interessen und Co.? Boah, da sind wir natürlich wieder bei manchen Dingen, die ich, also wo ich mir gar nicht ein Urteil über bilden mag, ob man vielleicht was angefangen hat, um welche Ressourcen zu sichern. Da vor Ort spielt der Glaube schon eine sehr, sehr große Rolle. Ja? Ja, ja. Also auch in den obersten... Also da ist ja sehr, Afghanistan ist ja ein Land, wo sich jeder, der es hat versucht zu erobern, die Zähne dann ausgebissen hat. Von, ich glaube, Alexander in dem Großen, ein bisschen großen, als ich glaube, jeder hat es ja irgendwie mal versucht und alle sind gescheitert. Hätte man eigentlich drauf lernen können. Ich frage jetzt, muss man so ein Land überhaupt erobern, aber sehr, naja, in verschiedenen, du hast verschiedene Sprachen, Pashto, Dari, du hast verschiedene, auch Glaubensabspaltungen dort, du hast so viele kleine Regionen von einem kleinen Dorf angefangen, also wir hatten die Dörfer, mit denen wir super gut klarkamen, zwei Dörfer weiter, Luftlinie drei, vier Kilometer, war schon immer klar, okay, hier müssen wir jederzeit mit dem Angriff rechnen. Krass. Also so verschieden ist das da. Und klar, der islamische Glaube spielt natürlich da eine sehr, sehr große Rolle. Und per se sind eigentlich ja alle Glauben eigentlich auf was Gutes ausgerichtet. Also eigentlich kannst du jede Religion nehmen und jeder Religion kann jeder jetzt sich negative Sachen rausziehen, was bei uns bei einem Christentum passiert, was Schlechtes beim Islam passiert, was Schlechtes beim Judentum, also egal, was du nimmst. Ich glaube, jeder Glaube, also ich komme aus einer sehr gläubigen Familie, mein Bruder ist Priester tatsächlich in einem Orden in Wien. Krass. Und also für mich gibt es nicht, ja, das ist der eine Glaube, sondern ich kann jeden Glauben akzeptieren, ich kann auch jeden, das ist die Freiheit zu wehen. Genau, es ist jeder Glaube hat ja tolle Sachen, die auch da niedergeschrieben worden sind. Ob das, das ist ja auch die nächste Riesenform, also gut, kann man halt nie nachvollziehen, wir wissen nicht, gab es Jesus wirklich? Hat Murmuth den Koran geschrieben? Also, weißt du so, man glaubt es halt. Ich habe mich nur gefragt quasi, ob das quasi halt der Glaube auch ein Instrument ist, um Leute zu benutzen. Ja, natürlich. War ja schon immer so. Guck mal, Kreuzzüge, wie Hörn verbrannt. Im Mittelalter mit einem Gaul bis nach Israel zu reisen, um da gegen Sarazenen zu kämpfen, nur für so einen Berg. Also weißt du, da würden wir beide jetzt sagen, nee. Also ich glaube, ich finde, egal wo, da kannst du wirklich in egal welchen Glauben, glaube ich, reinschauen, wurde das immer schon genutzt, um die Leute zu instrumentalisieren und anzustacheln zu irgendwelchen Dingen, wo, das ist so meine Hoffnung, dass sich eigentlich ja die Menschheit immer weiterentwickelt. Also, weißt du so, dass das für mich ja oder für uns hoffentlich, oder für jeden ja unverständlich ist, Frankreich anzugreifen oder England und uns. Das ist ja, glaube ich, und genauso gehe ich eigentlich von aus, dass sich das hoffentlich immer so weiterentwickelt. Das ist vielleicht etwas Positives bei der Globalisierung und dass jeder sagt, ja, aber ich habe einen Kumpel, mit dem habe ich zusammen studiert, der ist halt aus Moskau oder eine Freundin von mir kommt aus Südamerika. Dass man sich, dass man gar nicht erst anfängt, überhaupt so einen Gedanken stehen zu lassen, also die muss ich jetzt aber angreifen. Vielleicht ist das auch nur noch ein schöner Gedanke. Ja, ich weiß nicht, das werden wir wahrscheinlich nie erleben, weil es immer irgendwelche, Despoten gibt, die irgendwo Leute unterjochen und versuchen dann, ihre Ziele durchzubringen. Ich hoffe auch, dass sich das durchsetzt. Wie war das bei dir mit zum Beispiel dann so Situationen, wo du dann in Schusswechsel warst oder schießen musstest oder so, weil du wirkst ja jetzt nach einem, sag ich mal, du hast ja sehr großes Verständnis, du bist sehr neutral, du hast ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden. Ist es etwas, was dann auch, wenn du sagst, ey, jetzt muss ich den Trigger pullen, ist jetzt... Na ja, in dem Moment will mir jemand ans Leder. Da kann ich einen Schalter umlegen. Gab es Situationen, wo du den Schalter umlegen musst, ohne dass jemand ans Leder musste oder wollte? Nee, zum Glück nicht. Also ich weiß von Situationen, wo das so war, da kann man, weiß ich mal, von anderen Leuten, aber nicht näher darauf eingehen, aber zum Glück hatte ich das nicht. Ich weiß auch nicht, also du schießt ja auch nicht einfach grundlos auf jemanden. Also wenn du jetzt jemanden sehen würdest, der sich jetzt im Betrieb gesagt einen Schwenkstoffgürtel anlegt und siehst im Häusereck auf uns zukommen, selbst dann würdest du den anrufen, den Warnschuss abgeben, in der Hoffnung, dass er einfach stoppt und stehen bleibt. Du würdest also nicht einfach hingehen und den erschießen. Das ist das so eine Sache, die geht nicht in meinen Kopf rein. Dass es sowas gibt, das ist richtig. Ja, da sind wir wieder beim Thema Glauben, zu sagen, okay, die Menschen, in dem Fall tut der mir dann da leid, weil es spricht ja kein logischer Grund dafür, zu sagen, ja, das ist jetzt eine gute Idee. Natürlich. Sein Leben dann dafür zu opfern. Also ich würde mein Leben opfern, ja, für Unschuldige. Das war ein anderer Grund, als zu sagen, ich blase mich jetzt hier in die Luft, und da denke ich immer an den einen Selbstmordentäter, der sich in die Luft gesprengt hat, obwohl da viele Kinder von seinem eigenen Volk im Hintergrund rumstanden. Also, was muss passieren, damit ich da denke, das ist eine gute Idee? Das ist echt schlimm. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ja, ich frage mich generell auf so einer, ich frage mich generell, was da passieren muss, also was sind so die, die menschlichen, wissenschaftlichen Lehren, die wir ziehen müssen aus diesen Kriegen und aus diesen Ursachen, die passieren, dass es zu solchen Konflikten kommt, dass die immer am Köcheln sind. Weil, man muss sich auch überlegen, jetzt, ich hätte alles gewettet, dass es mit Russland und Ukraine keinen Krieg gibt, weil ich sage, Mann, wir hängen wirtschaftlich so alle zusammen, das kann sich keiner wirtschaftlich leisten. Da war ich fest von überzeugt. Wirklich. Da kein Fall. Da kollabiert doch in der ganzen Wirtschaft. ist auch trotzdem passiert. Da war ich vielleicht wieder zu blauäugig. Eigentlich dürfte besonders etwas nicht passieren, aber da sieht man mal wieder, und das ist ja ein weitgehend, oder ein, ja, ein intelligentes, ein gebildetes Volk zu teilen bei den Russen. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, naja, die haben wir aber wussten von nichts. Bist du eigentlich noch aktiv? Herr Weide Bundeswehr? Machen wir wieder Reservedienst. Reservedienst heißt was? Geh bei mir in die Einheit für Übungen und auf Lehrgänge. Aber so wie ich bei mir Zeiträume reinpassen, klar, die werden natürlich gerade sehr rar, das Ganze. Aber du gehst jetzt nicht nach? Ich könnte noch in Einsätze gehen, ja. Ja? Mit einer gewissen Vorbereitung könnte ich das noch machen, ja. Willst du es noch machen? Wollen? Ich würde es machen, ja, was für ein Einsatz das wäre, ja. Krass. Wie lange dauert so eine Vorbereitung von einem Einsatz? Teilweise ein, zwei Jahre. Was? Das heißt, dann wäre YouTube tot, auf jeden Fall, und alles andere. Aber es ist eine Sache, die, keine Ahnung, wo das in mir schlummert. Ja, ja. Ja, du hast so echt extreme Vorbereitungen davor. Also das heißt dann, keine Ahnung, jetzt da ist ein Gebäude und da ist eine Geiselaktion und dann lernt ihr, gut, aber das kannst du ja ein, zwei Jahre vorher gar nicht wissen. Nein, nein, so große Einsätze, deswegen macht ja so Geiselbefreiung und das KSK, weil die immer so Dinge trainieren, 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 bis zum Abwinken. So, und wir, bei uns so Einsätze sind ja, meistens sind Einsätze ja geplant, da gibt es ja Kontingente. Das heißt, man weiß, okay, alle vier Monate, alle sechs Monate wechseln sich die Schutzeinheit von von Lagerkundus ab. Jetzt sind wir dran, dann die, dann die, dann weiß man genau, wir sind in anderthalb Jahren dran und dann hast du genug Zeit, dich vorzubereiten. Dann musst du ja mit deinen Jungs zusammen daraufhin dann trainieren. Wie machen wir Checkpoints, sag mal genauer, wie machen wir die Suchung von Personen, wie machen wir Aufspüren von Minen, wie machen wir diese Versorgung, wie machen wir die Rettungskette, wie machen wir Meldewesen, also das ist ja ein riesen Rattenschwanz, der daran hängt. Übungen dann, weißt du, so. Welche Rolle spielen so Söldner bei diesen ganzen Sachen? Für Deutschland ja gar nicht, für die Amerikaner oder generell gab es ja sehr viele, so eben auch im Bekanntenkreis, die mal als Private Contracture unterwegs waren. Das war mal eine Hochzeit im Irak-Krieg tatsächlich, da waren ja aber tausende Einsätzen davon, aber jetzt natürlich eher ausländische. Es sind ja Ex-Militärs, die sich das halt sehr, sehr gut bezahlen lassen, dass die sozusagen. Von bis, weil natürlich dann auch wieder, weiß ich nicht, und wenn sie den Bodyguard spielen, für irgendeine Baufirma oder für eine Bewachung von irgendwelchen Gebäuden, ja. Das finde ich irgendwie auch so einen verrückten Beruf, Alter, dass du so, du warst beim Militär und danach bist du quasi so, okay, jetzt, ja. Naja, aber das ist auch wieder der Bundeswehr, es gibt Einheiten, ein Freund von mir, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der war auch zwölf Jahre bei der Bundeswehr und war in Bonn bei einer, für die Cybersicherheit, hat da seinen IT-Master gemacht, das heißt, mit dem, was er bei der Bundeswehr gelernt hat, eins zu eins in Zivilleben. Mit dem, was ich gemacht habe, ich kann dir einen schweren Rucksack ganz weit tragen und kann aus dem Flugzeug springen und kann ohne Essen auskommen und navigieren. Wo wird das zivil gebraucht? Nirgendwo außerhalb seltener. Oder, ich meine, das Gute ist, du wirst ja nicht im Regen stehen gelassen, also wenn du dich für zwölf Jahre verpflichtest, kannst du nach zehn Jahren effektiver Dienstzeit schon gehen, wenn du, in der Zeit wirst du auch weiter bezahlt, noch für zwei Jahre voll und dann drei Jahre lang einen gewissen Prozentsatz, wenn du eine Umschulung machst, ein Studium machst, eine Weiterbildung, eine Lehre oder sowas. Und du hast eigentlich, wenn du, wenn du dich zwölf Jahre verpflichtest, hast du zehn Jahre Dienst eigentlich und dann fünf Jahre lang Zeit, wo auch alles an Weiterbildung und Lehrgängen bezahlt wird, um im Zivilleben anzukommen. So, muss man natürlich nur nutzen. Aber stark. Aber da gibt es natürlich auch manche, die das halt nicht nutzen. Aber fällt auch schwer, glaube ich. Schon, dem einen oder anderen. Mir fiel es nie schwer, weil ich hatte ja währenddessen schon meine Firma gegründet und habe dann eine Umschulung gemacht und habe dann rangehängt den Kaufmann für Groß und Ausnahmte. Verstehe. Also mir ging das super easy. Alter, das ist schon ein krasses Topic. In welchem Zustand siehst du das deutsche Militär? Also besser, als es oft dargestellt wird. Viel besser, als es dargestellt wird. Jetzt habe ich natürlich auch mit vielen Einheiten zu tun, die sehr gut sind. Natürlich knackst und knarzt es überall mal und es ist vielleicht nicht alles optimal, was manche Ausrüstung angeht. Aber ich kann mich bei mir in einer nicht, konnte mich nie beklagen, was Ausrüstung, Ausbildung, Personal und sowas angeht. Also Bundeswehr steht viel besser da, als die meisten denken. Auch Equipment-technisch? Ja. Und personell? Ja, personell könnte man natürlich noch ein bisschen was nachbessern, ja. Weil es aber auch... Kurz Werbung für die... Ja, du, tatsächlich komme ich ja manchmal vor, wir sind Werbemagnet dann sozusagen dafür, aber es muss... Du konkurrierst halt... Echt, du rekrutierst richtig viele Leute. Ja, du musst hier eine Provision kriegen. Naja, ich glaube, du konkurrierst halt mit der öffentlichen Wirtschaft. So. Und viele heutzutage sagen sich, ja puh, so und so lang verpflichten, ey, ich will erst mal gucken. Ich will erst mal schauen, ich will erst mal ein bisschen durch die Welt reisen, ich will mal hier was gucken und da mal gucken. Du musst es halt attraktiv gestalten, ne? Ja, ja. Also Verbesserungspotenzial ohne Ende da, die steht auch alles anders perfekt da, aber besser als, glaube ich, viele das annehmen, ja. Okay. Siehst du, was sind so Sachen, wo du jetzt sagen würdest, die muss man nachbessern in Deutschland? Ist es das Rekrutieren, ist es das Equipment, ist es die Wertschätzung der Bevölkerung, ist es die Attraktivität gegenüber dem normalen Arbeitsmarkt, ist es, hart gesagt, vielleicht auch mal eine Notsituation, wo Leute einfach mal wieder merken, ey, das braucht man halt? Ja, für mich wäre zum Beispiel, also ich glaube, fast alles, was du jetzt gesagt hast, also eine super attraktive, also mit dem Personal angefangen, besser, die beste, wie Christ, also richtig gute Leute zu kriegen, die musst du natürlich auch super bezahlen und gut ausstatten. Wertschätzung finde ich super wichtig natürlich in der Bevölkerung und da war eigentlich ein Paradebeispiel bei der Flutkatastrophe Ahrweiler. Also ich weiß nicht, da denke ich halt immer an einen alten Bundeskanzler zurück, der in Hamburg ja damals als, der Bürgermeister war, glaube ich, da irgendwie der halbe Militär eingesetzt hat. Man hätte da mit der Bundeswehr sich, also die haben ja viel gemacht, also viele Freiwillige, bei meinen einen auch, die sind mehr oder weniger freiwillig runtergefahren und das ist auch zivil organisiert. Aber da auch im Inland zu zeigen, bei so Katastrophen, ey, wir sind dann da. Also man hätte ja, Mann, ich habe ja mit einem Freund von mir wirklich tatsächlich viel damit geholfen, ein Maurer, der andere Baggerfahrer, auch mit einem Bagger da, zig Wochen geholfen. Man hätte ja mit der Bundeswehr sofort einen riesen Sicherheitsbereich schaffen können. Das halt nicht, was passiert ist, die bis Banden hingehen und sagen, geil, hier kannst du ja mal richtig abräumen. Sicherheitsbereich schaffen. Was ich, ein Modules Krankenhaus hinzustellen mit den Räumpanzern, also aufräumen. Also man hätte, glaube ich, da echt richtig einen raushauen können. Ja, auch generell aus, glaube ich, aus der Bundeswehr sind ja schon, ist ja ein krasses Skillset, was du dort gebündelt hast. Und die hocken dort ganz einfach auf Bereitschaft. Ja, klar. Du hast alles, du hast das Personal da, du hast das Material, die Fahrzeuge eigentlich da, du hast, also und die Jungs sind ja gewohnt, Zeltstadt aufbauen, okay, jetzt haben wir halt einfach mal tausend Leute dahin verlegt, die einen machen ein mobiles Satz. Das ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Einsatz, aber in Friedenszeiten, was ja eigentlich, Mann, das wäre so, innerlich dachte ich, okay, jetzt können die aber mal richtig zahlen. Also das wäre eigentlich schön, der Bevölkerung zu zeigen, cool, wir sind da. Gibt es ja auch überall auf der Welt. Genau. Es wurde ja auch, aber nur meiner Meinung nach damals halt viel zu klein. Also meine Hoffnung wäre jetzt bei so einem Verteidigungsminister das Fall, hoffentlich nicht natürlich, dass auch noch mal was passiert, aber dann, weil damit kann es so, kommt es auch wieder in der Bevölkerung an, dadurch, dass es keinen Wehrdienst mehr gibt. Sonst hat jeder irgendeinen Kumpel gehabt, der gedient hat und gesagt, aber mir war die Bundeswehrzeit cool. Dann hat er gesagt, ja, bei mir war er vielleicht nicht so cool, aber dann war das mehr in der Bevölkerung angekommen. Jetzt ein Soldat, mehr leider ein bisschen Fremdkörper. Ich finde es schade, dass dieser Wehrdienst abgeschafft worden ist. Auch wenn du kein Soldat werden willst, finde ich, gibt es einem, es ist wie eine Impfung für mich von diesem kollektiven Gedächtnis. Weil du verstehst, du kriegst dann halt in einem Jahr, kriegst du einmal diese Erfahrung ab. Du verlierst deine Berührungsängste. Es muss dir ja auch gar nicht gefallen, aber es ist halt so ein Teil des Lebens, der halt einfach da ist. Ich glaube auch, was dir gut tut für deine persönliche Entwicklung. Ja, einfach einmal was, also für viele, ich konnte ja viele Wählerdienstleistern damals ja auch sehen oder Jungs, die ich ausgebildet habe, mal weg von Mama zu kommen, lernen, dein Bett mal selber zu machen. Wie benutze ich einen Handfeger und wie reinige ich auch mal Toiletten oder sowas? Das ist ja natürlich jetzt nicht, also Stummerevierreinigung nennt sich das. Auch mal vielleicht Befehle entgegenzunehmen und nicht nur Mama, bring mir Essen. Ich bin gerade am Zocken. Ja. Also vielleicht aus dem einen oder anderen mal ein bisschen mehr eine selbstständige Person zu machen, finde ich goldrichtig. Sich auch lernen, vielleicht auch für das Berufsleben mal auch zu lernen, mal Befehle entgegenzunehmen unterzuordnen. Auf der anderen Seite auch über sich hinaus zu wachsen, zu merken, krass, das kann ich aber. Ich werde nie einen vergessen, der wurde eingezogen, stark übergewichtig, der hat unfassbar viel Gewicht verloren in der Grundausbildung, war Feuer und Flamme, wollte sich verpflichten, tatsächlich danach auch. Der ist so über sich hinausgewachsen, ich werde immer an diesen einen Soldaten denken, für den das genau das Richtige war. Und es hätte sich davor ja niemals ausgeliebt, wenn es das nicht gegeben hätte. Nee, genau. Und auch einen Teil zurückgeben, selbst wenn es nur ist ein Tu was für die Bevölkerung oder für unser Land und da finde ich ein Zivildienst genauso wichtig, zu sagen, nicht nur Wehrdienst, sondern Zivildienst, weil es auch völlig fein ist, zu sagen, ich habe keinen Bock an der Waffe zu dienen, zu sagen, mache ich aber Zivildienst, ja dann sehe doch mal, wie viel die Männer und Frauen draußen leisten, die im Krankenhaus sind, in Pflegeberufen, in was auch immer, das könnte man drehtisch auf der Feuerwehr ausweiten, keine Ahnung, das geht nicht, aber also einfach gib mal einen Teil zurück, weil du hast ja bis zu deinem 18. Lebensjahr jetzt eigentlich nur genommen. Ja. Du bist über die Straßen gegangen, du bist zum Kindergarten, zur Schule, Schulbildung, mit dem Bus von der AAB gekarrt, also hast du ja eigentlich bis dahin einfach zu gucken, auch für sich selber rauszufinden, ey, was will ich eigentlich mehr leben und einfach die Erfahrung mitzunehmen. Ja, was heißt denn so eine Gemeinschaft zu leben, weil keine Ahnung, so eine Straße, die gebaut worden ist, das sind ja dann auch Jahrzehnte davor, die, keine Ahnung, die, also nicht nur das Bauen, sondern es ist ja genau so, dass du zum Beispiel jetzt, also einmal, du entziehst ja dem Land auch die Grundlage, dann später wunderst du dich, okay, wieso haben wir keine Leute, die in dem einen und dem anderen Beruf arbeiten wollen, weil es halt unattraktiv ist und weil die keinen, nicht diese Gefühle haben in dem Beruf und weil ich glaube auch, wahrscheinlich, ich glaube, beide von, also beide diese Berufe, kriegst du erst die Faszination mit, wenn du halt dort bist und du halt merkst, oh wow, ich mache hier einen Unterschied, vielleicht ist jetzt das Gehalt in diesem Moment nicht das attraktivste der Welt, aber wenn ich halt sehe, dass irgendjemand, keine Ahnung, in einem Krankenhaus, dass dem halt besser geht und du siehst, ey, was du für halt einen dicken Impact hast auf Menschen. Und das ist halt die Grundlage für wie auch so ein Land und eine Gemeinschaft zusammen funktioniert und organisiert ist und auf der anderen Seite auch sowas wie, was du sagst, mit dem Soldaten, der halt da übergewichtig reingegangen ist und dann als selbstständiger Mann auch irgendwo erwachsen wird. Du, das war, da kriege ich immer noch fast ganz auf, wenn ich an denen denke, was das für denen einen Impact bewirkt hat. Oder einer meiner besten Freunde ist, die Eltern kamen als Flüchtling aus der Türkei hier rüber, Dennis, oder Dennis, eigenes Deutsch sozusagen, der war auch Werdinsleißner mit bei mir im Zug. Na, wie gesagt, einer meiner besten Kumpels, der war nur Werdinsleißner, hat sich danach vor zwölf Jahren verpflichtet. Kommt aus dem schönen Rosenheim, sieht immer so, also, wir, ja, wir decken uns immer so ein bisschen, ich sag mal, du bist ja also wie der absolute Paradetürke, aber dann spricht der wie der tiefste Urbayer. Weißt du, also immer wenn ich sehe, ich so, ich komme da immer noch nicht drauf klar. Jo, mei, wo ist der engste, was ist das? So, und der hat sich vor zwölf Jahren verpflichtet. Krass. Also, der hat für sich eigentlich hat dann gedacht, okay, ich mache das, ja. Ist jetzt, macht Prothesenbau für Kinder. Krass. Auch krass. Okay, das heißt, du siehst die Bundeswehr quasi stärker, als sie, als sie medial dargestellt wird. Wenn du jetzt in Gefangenschaft kommen würdest, was wären so jetzt, nicht aus dir konkret, aber generell, was sind so Informationen, die sehr viel wert sind, wo man sagt, deswegen wird gefoltert? Naja, alles was, im Grunde genommen ist alles interessant. Also, auf diesen Lehrgängen, wo man halt diese Resistance gegen Interrogation, also gegen Verhörmethoden, ist eigentlich fast alles interessant. Also, ich habe auch Wissen von Ausbildungen, die ich auch nicht preisgeben darf. Also, wo tatsächlich ist, wie, werden manche Sachen ausgebildet? Wie, geht man so vor? Wie wird das gemacht? Also, selbst das ist immer noch so. Kann nicht alle Tricks zeigen. Als Beispiel, selbst bei den Invictus Games, wo jeder hinkommen konnte, kein Eintritt, stand eine Chinook, so ein großer Helikopter, kennst du wie aus Filmen, mit so zwei Rotorblättern oben dran, die Rotorblätter und zwei Motoren. Und kein Foto vom Cockpit. Da leiden tausend Leute durch den Heli durch und da war halt immer ein holländischer Soldat dabei, der gesagt hat, nee, kein Foto vom Cockpit. Weil nicht nach draußen gelangen soll, wie irgendwelche Knöpfe oder irgendwelche anderen Sachen angeordnet sind. Krass. Und ein Heli, der gibt es seit den 60ern oder 70ern. Also, garantiert wird dieses Bild schon irgendwo vorhanden sein, wer auch immer was damit anfangen möchte. Aber, selbst so eine Sache wäre interessant. Okay, krass. Freunde, ich will euch einmal eins meiner absoluten Lieblingsprodukte zeigen und zwar ist es dieses Akkupressur-Matten-Set. Ich habe ja im August mal auf Instagram und so schon darüber gesprochen. Ich verwende die Dinger wirklich jeden Tag. Ich weiß nicht, kann ich mal meinen Rücken zeigen? Dann sieht man es wahrscheinlich. Sieht man es? Nicht mehr? Ja, okay. Ich war halt heute auf dem Ding, Mann. Ich benutze es wirklich täglich und ich kann es euch auch nur empfehlen. Aber ihr habt die Dinger wirklich kaputt, leer gekauft und wir kommen mit dem Produzier nicht hinterher. Wenn ihr eine haben wollt bis Mitte Dezember diesen Jahres, bestellt euch eine. Bis Mitte November können wir noch Bestellungen entgegennehmen und halt garantieren, dass ihr die bekommt noch bis Dezember. An alle, die Bock hatten, sich so eine Akkupressur-Matte zu kaufen und als kleines Dankeschön kriegt ihr nochmal gratis ein Morkissen obendrauf. Geht auf www.weibale.de und holt euch eine Matte, falls ihr Bock drauf habt, dann bin ich gespannt, ob ihr die ersten 10 Minuten durchhaltet, aber danach lohnt es sich. Hast du eigentlich Probleme bekommen mit der Bundeswehr und so? Nee. Ja, was ist Probleme? Ich habe mal ein Video gemacht, was ich wieder runtergenommen habe. Nicht, weil ich es musste, sondern weil wir gesagt haben, Otto, da sind ein paar Sachen drin, die sollte nicht die Allgemeinheit wissen. Ja. Recht am Anfang tatsächlich. Mittlerweile hat sie das Blatt, aber es ist gedreht. In dem Moment hatte ich vielleicht nicht richtig, dachte ich, okay, gut, das kannst du auch sonst übernachgucken oder sehen. Ansonsten eher durchweg positiv. Weswegen ich war zum Beispiel, es gab den Tag der Bundeswehr, da war ich dann sogar in Reserve versetzt, unten im tiefsten Bayern, ein sehr schöner Fliegerhorst. Die haben sogar einen Livestream gemacht, alle drei Minuten zum anderen Standort geschaltet. Da habe ich dann sozusagen auch so ein bisschen den Moderator gemacht, sozusagen. Also tatsächlich durchweg positiv, ja. Das ist jetzt das Feedback von allen. Deswegen auch, wie gesagt, jetzt Termine noch, die ich dann habe und auch die nächsten Wochen und Monate, weil mein Traum ist eigentlich, in die Bundeswehr einzutauchen, in dem Moment eigentlich als Zivilist, immer einen anderen Creator mitzunehmen und zu sagen, zum Beispiel, vier Tage bei den Kampffwimmern. Dann am besten natürlich jemanden mitzunehmen, der auch Bock auf Tauchen hat und Tauschen hat. Oder zu sagen, vier Tage bei den Hundeführern oder drei Tage das und so. Also einfach zu sagen, das ist richtig geil. Weißt du, was ich meine? Also reinzutauchen, das selber auf meinem Kanal spielen zu dürfen und das ist das große Ding. Also als Reservist kann ich alles machen. Ich könnte jetzt überall rum und könnte mir verschiedene Einheiten da mitüben, machen, tun. Aber um auch eine positive Resonanz zu haben oder eine Reichweite auch bei mir aufzubauen, die wird ja anders wahrgenommen, und wenn es auf dem Bundeswehrkanal gespielt wird, Content, dann ist es ja, okay, ist ja vom Verein. Ja, das ist dann so glatt gelegt. Genau. Wenn ich es bei mir mache. Hallo, willkommen bei der Bundeswehr. Genau. Du möchtest Soldat werden? Ja. Guck mal, wir haben heute ein Training mit den Hundefürf. So, dann steigst du, genau, perfekt, genau. Und dann steigt, denke ich, also, so, ist was anderes zu sagen. Hey Leute, herzlich willkommen zu dem Video. Ich bin heute hier mit dem Tim. Wir schauen uns an, die nächsten Tage, wie die Hunde arbeiten. Mal gucken, ob wir uns beißen lassen können im Beißanzug. Let's go. So, da wäre eine ganz andere Nummer, weil ich kenne den Verein. Natürlich nicht jede Einheit, gar keine Frage. Also auch Neuland für mich, aber dann brauche ich immer jemanden, der natürlich nie was damit zu tun hatte. Und dann könnte man, glaube ich, eine Hammerform. Da arbeite ich gerade dran und sieht ganz gut aus. Es muss aber von ganz oberster Ebene entschieden werden. Aber das ist für die voll schlau. Das wäre voll schlau für die, nur, ja. Aber guck mal, das ist ja im Endeffekt, wenn du dir so Top Gun anguckst damals, da hat ja die Militär ja super viel von diesen ganzen Military-Geschichten gesponsert, mit Gerätschaften, mit Basis, mit Drehlo-Cashes, teilweise auch mit Geld. Ja, ja. Das ist ja die größte Rekrutierungsveranstaltung überhaupt. Völlig. Die Amis haben da natürlich ein paar Exzellants drauf. Bei jedem Football-Spiel, bei mir reinfeiern, gehört mir mit das Team. Und da haben wir auch jetzt zweimal schon die Bundeswehr da gehabt, mit jetzt mit dem Finale, Spielball übergeben, Wachbataillon da. Geil. Also, da probiere ich so meinen Teil, zum Beizutragen, um das so ein bisschen mit in die Gesellschaft mit aufzunehmen. Und für die Bundeswehr wäre das natürlich smart, eine Reichweite zu nutzen von jemandem, der ein gutes Standing bei denen hat. Und dann in Verbindung mit jemandem, der sagt, ja, ich komme auf so drei, vier Tage Abenteuer, lasse ich mich mal ein. Und gucke mir das mal an. Vielleicht kommt dann der Wertdienst auch wieder zurück. Ich glaube, das wäre ein dickes Stück. Ich fände es schon gut, ja. Ich fände es auch gut. Eigentlich auch angemessen, das zu machen, ja. 100 pro. Wirklich 100 pro. Kann mich jetzt jeder hier haten, aber ich bin da, also wirklich stehe ich felsenfest dahinter. Ja, wir sind alle immer nur dieser Nehmer-Mentalität in Deutschland. Dann mach doch einmal die neun Monate. Du hast doch auch was davon, das zu machen. Natürlich. Also, eine Erfahrung, die du einfach nie wieder machen wirst und wirst auf jeden Fall Sachen davon lernen. Man muss natürlich open-minded reingehen. Also man kann ja, das gilt ja für das ganze Leben. Entweder gehe ich irgendwo hin und sage mir, oh, das, oder mal gucken, was ich davon lernen kann. Ja, ja. Aber das ist immer, das ist ja genau wie im Geschäftlichen. Ich habe ja mit einer kleinen Importfirma angefangen und ein Mann, klar, es gibt riesen Firmen da draußen, die seit 100 Jahren am Markt sind. Die haben natürlich ein ganz anderes Kapital und tausende Mitarbeiter teilweise. Aber ich bin da nicht hin, oh ja, das schaffe ich nicht, sondern was machen die, wovon ich was lernen kann, für mich umsetzen? Oder was machen die vielleicht nicht falsch, aber was können die vielleicht sogar besser machen als die? Oder was für eine Art von Markt bedienen die gar nicht? Genau. Die du bedienen willst. Nach einer Nische suchen. Aber da musst du halt so durch die Welt laufen und nicht hier so durch die Welt laufen. Anni, hast du ja mit ein paar Sachen da auf jeden Fall bewiesen. Bevor wir zu dem ganzen Survival-Zeug auch noch kommen, weil das finde ich auch extrem interessant, finde ich noch eine klassische hier so Quartettfrage. Du hast ja jetzt wahrscheinlich so verschiedene Militärs der Welt kennengelernt. Was würdest du sagen, welche haben dich so am meisten beeindruckt und was sind so die krassesten, ich sag mal, Einheiten, Nationalitäten, deren Herangehensweise, Equipment, die Leute, Mentalität, all die Sachen. Klar, du hast natürlich, wenn du jetzt an Spezialkräfte denkst, bei den Amis sehr, sehr viel, die natürlich Material bis zum Abwinken haben. Also ist krass, auch wenn wir, egal welche Übungen oder Lägen mit Amis denken, ist schon heftig. Also was Ausbildung, Unterstützung angeht, da ist auch so, wenn du da eine Spezialeinheit warst, gehst du viel früher in Rente, weil die sagen, okay, du hast einfach viel mehr geleistet und getan als andere. Also bei uns ist es so, ein Einsatz, es gibt einen Zuschlag pro Tag, steuerfreien, der lag damals bei uns bei, paar 90 Euro, knapp 100 Euro pro Tag. Den haben aber alle bekommen, alle gleich. So, das heißt, ob du jetzt in irgendeinem, im Lager warst und hast jetzt als Koch oder hast dort Material ausgegeben, also hast du das Lager nie verlassen, außer zum Reinkommen und rausfliegen oder ob du wie wir rausgefahren bist jeden Tag und hast dich halt anschießen, ansprengen lassen, alle kriegen dasselbe Geld. Finden, glaube ich, die wenigsten gerechtfertigt, aber ist halt so, finde ich aber nicht wirklich fair tatsächlich. Bei den Amis anders. Andere Zulagen und die sagen, okay, pass auf, dann gehst du mit x Prozent der Bezügen mit Mitte, Ende 40 in Pension, weil du so viel oder deine Einheiten so viel geleistet haben mit hoher Wahrscheinlichkeit verwundet zu werden, PTBS zu erleiden oder irgendwie auch eine Schädigung durch das Training natürlich zu haben. Dicke Rucksäcke tragen ist jetzt nicht wirklich, glaube ich, fördere ich von den Rücken, wenn du das ganz lange machst. Was Material und Ausbildung angeht, auf Möglichkeit natürlich die Amerikaner. Was mich krass beeindruckt hat, waren die Dänen tatsächlich. Kleine Armee, super professionelle Armee. Aber kurz zu den Amerikanern, wenn du sagst, ist jetzt so, dass du sagst, ey, die sind so professionalisiert, die haben so krasses Equipment, deswegen sind die so krass. Und wie ist es so menschlich? Auch Mindset-technisch. Die Amerikaner sind natürlich, wie viele Coachings ist auch da drüber zum Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, da sind die jetzt einfach ein paar Jahre voraus. gibt, das sind einfach andere Art von Typ Mensch, der dort ist. Wenn man im Spezialkräfte-Vergleich, wenn man Spezialkräfte fragt, also wenn ich jetzt Freunde von mir frage, die beim KSK sind, dann sagen die, wir spielen auf Spezialkräfte eben ganz oben mit, was das Training angeht, was die Menschen angeht, die Belastbarkeit. Also Deutsche schneiden immer sehr, sehr gut ab bei diesem ganzen internationalen Vergleich. Gibt es einen internationalen Spezialkräfte-Vergleich? Gibt es immer wieder sowas. Ja, auf Lehrgängen hast du ja alleine schon den Vergleich, wer wie gut abschneidet, wie viele Leute reisen an, wie viele fallen durch. Und es gibt auch verschiedene Wettkämpfe davon. Und wo bist du dann? Wettkämpfe hast du natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also es gibt auch ganz aufhörten DSO-Wettkämpfe, also Divisionsspezielle Operationen. Da ist natürlich dann Fallschirmspringen und sportliche Aktivitäten dabei. Und dann natürlich pickst du dir aus deinen 500 Hanseln die besten natürlich raus. Also das finde ich jetzt nicht so repräsentativ, aber auf Lehrgängen kannst du glaube ich mal sehr gut sehen. Und wo schneidet Deutschland da ab so auf der Welt, Ranking-mäßig? Ich kann jetzt nicht von 1 bis 10 ein Ranking nennen, wäre jetzt wie, aber das ist sehr, sehr weit oben. Also da braucht sich keiner verstecken davon. Und wo würdest du jetzt, wenn die zum Beispiel KSK-Soldaten sich mit irgendwie, was ist das Pendant Navy Seals? Das Navy Seals, da gibt es eigentlich die Death Group da, vergleicht. Immer schwerer, ich glaube, das kann ich mir gar nicht anpassen, da ein Urteil genau zu bilden, weil ich jetzt nicht so aktiv drin bin, dass ich sagen kann, ja, die hatten jetzt vor drei Wochen die Übung und wir waren so gut und die waren so gut. Ja, das ist so eine 2 Uhr Nachts Frage, die ich so gerade stelle. Ja, völlig. Ja, das ist so eine. Ein Bär gegen einen Gorilla. Genau. Ein Bär gewinnt. Aber ne, wir sind übelbreit. Ja, ja. Ne, wir brauchen uns nicht verstecken. Bei uns, dadurch, dass es so wenige bei uns sind, bei denen sind es natürlich immer schon sehr viele, deswegen kannst du von dieser breiten Masse, ich sag mal, unsere paar, ich sag jetzt einfach nur ein paar, schlagen 80, 90 Prozent von denen, sind mit den anderen 20 vielleicht gleich auf und ein paar Prozent sind drüber, ein paar Prozent sind drunter, also da sind wir schon sehr, 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 sehr gut, ja. Okay. Also wirklich sehr gut, ja. Und was wolltest du wegen den Dänen sagen? Sorry, da habe ich unterbrochen. Die haben mich echt beeindruckt, also auf Lehrgang, wo ich bei den Dänen war, unfassbare Maschinen, smart, ist eine sehr kleine Armee, eine sehr professionelle Armee, also die haben es irgendwie geschafft, war zumindest noch ein beeindruckt, bis jetzt immer, richtig geiles Personal zu bekommen. Ja? Ja. Was sind so Sachen, auf die du achtest, bei so Militärpersonal? Was beeindruckt dich da? Naja, schon natürlich was für ein, naja, auch was für ein Typ Mensch mir da gegenüber sitzt. Also ist das auch jemand, der zumindest mal eine ordentliche Grundbildung hat in verschiedenen Dingen, also auch so Zusammenhänge, mit denen man sich über die Welt antworten halten kann und jetzt nicht so, ach, wie lange seid ihr denn gefahren mit dem Auto von Deutschland nach Amerika? So, da kannst du nicht mit dem Auto fahren. Also so eine Frage sollte natürlich da nicht kommen, aber wo du merkst, okay, es ist ein intelligenter, fitter, smarter Typ, der mir einfach gegenüber sitzt oder Frau, weißt du? Also wo du merkst, okay, du hast jetzt sofort ein Gefühl, ist das jetzt ein dummes Brötchen, was mir gegenüber sitzt oder jemand, wo du sagst, oh, nicht schlecht. Unkörperliche Maschinen einfach, also ich weiß nicht, das war ein Lehrgang, wo ich gedacht habe, warum sind die Wikinger ausgegraben? Also, ich bin jetzt ja nicht klein, da waren aber gefühlt die meisten halt, Kopf größer als ich, 7000 Meter Gepäcklauf, ist so, die erste, wo du mal einschätzen kannst, wie gut sind die, die sind abends vorne laufen gegangen, ja, wo ist denn die Laufstrecke? Ich sage, da hinten, da und da lang, aber eben morgen frühes Gepäcklauf. Ja, ja, wir wollen nur die Gegend ein bisschen erkunden. Also, da weiß ich nicht, wo sind die Wikinger ausgegraben haben, aber das war schon krank, was da rum lief. Krass, okay. Aber waren auch deren Spezialkräfte, also, ja. Ah, okay, okay, okay. Gab es sonst noch irgendwas, was dir bei NUT hat? Also, bei anderen? Tatsächlich war ich mal auf einem Lehrgang, wo aus Griechenland welche dabei waren, wo es hieß, es sind deren Spezialkräfte, die hatten auch alles mögliche von irgendwelchen aufgeklebt, mit Patches drauf, und die waren halt leider alles andere als gut. Echt? Und da dachte ich so, boah, wenn das die Spezialkräfte sind, boah, gute Nacht. Und dann war ich in einem anderen Lehrgang, wo wieder Griechen dabei waren, ja, wir sind nur eine Sicherungseinheit für die Luftwaffe. Und die waren so krank gut drauf, also war so ein Medic-Lehrgang war das, der hat Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, sag mal, hast du vorhin ein Medizinstudium gemacht? Wie kommst du auf diese Fragen? Also, also, der hat Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, what the fuck, da auf diese Fragen kenne ich gar nicht. Das wäre einfach ein Arzt, der nur so ein paar Rückfragen stellt. Und da stellte sich heraus, weil zum einen habe ich immer noch guten Kontakt, weil mit dem, mein besten Freund hat es, also mit dem Mischer war ich gemeinsam auf diesem Lehrgang. Wir schreiben uns auch mal jedes Jahr, auch zum Rundum Todestag und haben immer noch einen Austausch. Und ihn hatte ich dann, weil er deutsche Freunde hatte, und hat in Deutschland mitgenommen zu den Freunden. Und im Auto hat er mir dann gesagt, nee, nee, pass auf, ich bin nicht diese Standardsicherungseinheit, sondern das griechische Fertilzeneinheit. Und da dachte ich so, aha, okay. Ist das dann immer so ein Ding, dass sie dann sagen, die sind in einer anderen Einheit? Eigentlich nicht. Eigentlich ist da, wo das war auf diesen Lehrgang, ganz klar, wo du herkommst, aber das war halt für mich so wie Tag und Nacht. Ja, bei dem einen, ich sag so, guten Nacht, wenn das die Spezieleinheiten bei denen sind. Und bei dem anderen, sag mal, was stellt, wie smart ist er denn bitte? Körperlich unfassbar fit und so. Alles klar, okay. Was ist so, welche, wie kann man sich so die Zusammenarbeit da bei euch vorstellen? Also ist es so, keine Ahnung, arbeitet ihr da viel mit den Geheimdiensten zusammen? Seht ihr die, seht ihr die nicht? Gar nicht. Also bei uns gar nicht so wirklich zusammenarbeitet. Ja, es gab Schulungen natürlich für Einsätzen zu den jeweiligen Regionen mit Informationen, aber so richtig Geheimdienstsamarbeit nicht. Also ja, wir hatten mit dem afghanischen Geheimdienst zu tun gehabt, aber jetzt nicht irgendwie, dass man da ein und aus geht und Informationen zu bekommen. Da ist aber auch mein Level, muss man sagen, dazu zu niedrig gewesen. Das sind dann die obersten und Kommandeure und Chefs, die dann wahrscheinlich ihre Briefings bekommen. ja, 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 ich finde, Alter, diese ganze Militärsache, das ist schon ein interestinges Fuck, aber gut. Ja, ich merke dich mal vor, wenn das da klappt mit der Bundeswehr und ich irgendwo ein Praktiker machen darf oder wie auch immer das nennen wollen, dann, Rucksack tragen, bis der Rücken bricht. Wie ist das mit Frauen? Also ist das, ist ja viel auch körperlich und dann kommen ja Leute und sagen, jo, okay, ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt was für Frauen. Was sind da so die, wie viele Frauen gibt es bei der Bundeswehr? Boah, Prozentsatz kann ich gerade gar nicht sagen, im guten zweistelligen Bereich. Man möchte natürlich immer mehr Frauen haben. Warum? Und, tja, weil es natürlich auch für eine, also hilft natürlich auch in Einsätzen. Zum Beispiel, als Mann dürfte ich niemals einen Muslimer kontrollieren, also abtasten und sowas. Frau zu Frau geht natürlich. Auf der anderen Seite hilft das ja nach, weiß ich auch, dem sozialen Gefüge, dass halt nicht nur jeder hier mit seinen dicken Eiern durch die Gegend läuft und sagt, ich bin ja der Tollste, sondern okay, jetzt muss ich mich benehmen. Und ich habe, es gibt super viele positive Beispiele von richtig, richtig starken Frauen, die auch extrem gut anerkannt sind. Also muss man sagen, wir hatten, Hundezug denke ich da immer dran, die hat den Zug geführt tatsächlich, von allen akzeptiert, aber du musst natürlich auch eine passende Leistung dazu bringen, aber das gilt für Männer ja genauso. Also wenn du jetzt ein Lappen bist, dann kommst du als Mann nicht weiter und als Frau auch nicht. Hast vielleicht in manchen Stellen, ja, hast du noch Nachteile als Frau, das ist eigentlich irgendwie schwer zu sagen, eigentlich steht ja alles offen. Also auch eine Frau kann sich beim KSK bewerben. Es gibt noch keine Frauen dabei, aber weil die Tests einfach so, weil es einfach körperlich, Mann, wenn du 40 Kilo im Körper trägst. Ja klar, also. Wie? Es wird die Frauen geben, irgendwo gibt es sie natürlich, wahrscheinlich. Aber ich finde es gut, weil es auch immer dazu beiträgt, einfach noch mehr in der Bevölkerung anzukommen, ob jetzt Männer oder Frauen. Das ist eine vielleicht unangenehme Frage, aber so wie das vorhin klang, war das ja auch so, dass du dann wahrscheinlich halt auch Menschen da erschossen hast? Ja, das ist so eine Frage, das ist am besten nicht zu beantworten. Ja. Aber wie ist denn das für euch, ja, auch mental irgendwo, weil das ist so eine, ich weiß nicht, ich kann mich da vielleicht gar nicht so, egal wie empathisch man versucht zu sein, es ist halt, es ist ja eine Sache, die nimmt man mit. Auf der anderen Seite ist man in einer Gefahrensituation und das eigene Leben steht auf dem Spiel oder das von Kollegen oder von anderen Leuten. Und ja. Du handelst halt in so Situationen, also, weil, du hast ja auf der anderen Seite auch mal die Frage gestellt, ne, also, man würde ja nicht einfach hingehen und sagen, oh, den erschieße ich jetzt. Niemals. Da hättest du ein riesen Verfahren am Hals und bist einfach als Mörder dann da. Gar keine Frage, ne, aber in Situationen, wo dein Leben, wo es einen Feuerkampf gibt, wo das von deinen Kameraden bedroht ist, geht es ja ums blanke Überleben. Dann denkst du da nicht dran. Also weiß ich nicht, wenn jetzt einer auf uns schießt, klar, dann würdest du sagen, bevor ich jetzt auch sterbe oder er noch stirbt oder sonst irgendwer oder ich sterbe, dann würdest du sagen, klar, schieß zurück, Mann, ich muss mein Leben schützen. Das ist, das ist natürlich unvorstellbar, wenn man so Situationen nicht erlebt hat und auch so eine wirklich krasse Frage, weil du einfach so denkst, okay, was gibt es da drüber, außer, ja, um dein Überleben quasi zu kämpfen oder, um das zu sichern, jemanden eventuell zu töten. Aber ist das, sorry, ich muss mich kurz, weil mein ganz scheiß Bein ist drauf, wie, wie, wie ist es, wie ist es so für den Kopf? Also, keine Ahnung, macht man sich dann Vorwürfe, sagt man sich, hätte man das anders lösen können, war das dann, weil gibt es ja auch viel Grau irgendwo, weißt du was, also, ja, klar, ich verstehe das vollkommen, also ich bin da keiner, der urteilt oder, aber, ich frage, also, auch das ist ja eine Sache, vielleicht gucken jetzt andere Soldaten zu, die vielleicht so eine Situation hatten und dann sagen, ey, vielleicht habe ich zu früh oder vielleicht, oder, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht mit dealen oder. Du, das wird ja immer, jeder muss ja damit leben, mit seiner Entscheidung, die er getroffen hat. Und ich glaube, da gibt es natürlich welche, die da sagen, boah, ich weiß nicht, also, die damit nicht leben können, zum Beispiel. Und die sagen, ich hätte das vielleicht anders regeln sollen, die Situation, aber man hat ja in dem Moment irgendeine Entscheidung gefällt, das und das so zu tun. Also, das ist, ich meine, was soll ich sagen, das ist einfach eine ultra extremen Situation, wenn man tatsächlich schießen muss. Ist es dann viel hinten ran, was man dann irgendwie so an, sage ich mal, keine Ahnung, Militärpolizei-Stuff dann hat auch so mit, warum? Wird jedes Mal untersucht, sowas. Es gibt auch, auch nachgelagert, ob es jetzt Anschläge sind oder egal was es ist, viele Psychologengespräche natürlich, viele psychologische Betreuung, die du auch brauchst, weil jeder das anders natürlich verkraftet. und das war mit angefangen vom Militärgeistlichen, egal welche Glaubensrichtung, wie gesagt, Psychologen, Psychologinnen, egal was, um natürlich auch, ob in der Gruppe das versuchen, in Gruppengesprächen, in Einzelgesprächen, Situationen aufarbeiten und das brauchst du auch, weil es jetzt nicht, wie gesagt, das ist eine ultra belastende Situation, die viele Leute da erlebt haben. Jetzt mal weg von diesen ganzen Militärsachen, beziehungsweise, du musst ja nicht mal weg sein, aber was mich interessiert ist, das hat mir Sascha zu dir gesagt, dass du mental auf einem anderen Level stabil bist. Der hat gesagt, das, was für ihn die krasseste Grenzerfahrung war, war für dich irgendwie ein Spaziergang. War für dich halt Kindergarten. Nachvollziehbar, zwei komplett unterschiedliche Lebensweisen, unterschiedliche Erfahrungen, denen ihr ausgesetzt wart, aber was gibst du dann so Zivilisten, Leuten halt, sag ich mal, auf einem Training und so weiter, also was hast du da gelernt, weil du bist ja, also du hast ja Sachen geschafft in deinem Leben oder war es Situation ausgesetzt, wo andere, also vielleicht auch andere Soldaten psychisch schon gebrochen geworden wären. War kein Deutsch, aber scheiß drauf. Was kann man denn mitgeben? Also ich glaube, das eine ist wahrscheinlich, wie werde ich groß, wie werde ich erzogen, wie früh bin ich schon über Grenzen hinausgegangen oder probiert, wo ist jetzt eigentlich meine Grenze? Viel dreht sich wahrscheinlich auch so ein mentales Training. Also ich glaube, einmal bringt man eine Grundausstattung mit sozusagen oder einen Grundsockel an Genetik, keine Ahnung, wie ich groß werde. ist einfach da und dann ist aber auch wichtig, finde ich, sich persönlich mit auseinanderzusetzen, wie kann ich das denn verbessern? Zum Beispiel, wie mache ich das? Mein Sohnemann, acht Jahre, ich lese ihm abends vor und dann sagen wir uns immer drei Dinge, für die wir dankbar sind an diesem Tag und eine Sache, auf die wir uns freuen. Um einfach mit einem guten Gefühl einzuschlafen, weil wenn am Anfang tagsüber irgendwas passiert, weiß ich nicht, Rechner ist kaputt, du wolltest eigentlich streamen. So, jetzt kann man sagen, deswegen riesig austicken oder total schlecht drauf sein oder sagen, naja, ruhig halt morgen anderen oder streamen woanders und lasse ich mir jetzt von denen ein paar Sekunden meinen Tag versauen und schlafe mit scheiß Gedanken ein. Und ich finde, also, damit gebe ich ihm, meinem Sohnemann, das mit an die Hand, dieses, sehe das positiv im Leben. Mir hilft das allerdings auch enorm, weil ich dann von meinem Sohnemann, Papa, ich finde es schön, dass du mich heute vom Fußball abgeholt hast. Jetzt bin ich vielleicht auf der Arbeit gewesen, super stressig, scheiße, das noch, das noch, das noch, das noch, abgehetzt und denke, jetzt muss ich den noch schnell abholen. Aber für ihn war das ein ganz tolles Erlebnis, dass ich ihn abholt habe. Und dadurch hole ich mir so ein bisschen dann diese kindliche Freude wieder rüber über diese Kleinigkeiten, dass wir hier so leckere Nüsse futtern können oder diese komischen Schokodinger, die leider immer noch welche von da sind. Also erfreuen an Kleinigkeiten, weil wir ja so im Mührfluss leben, dass es mir sehr wichtig ist, an Kleinigkeiten uns noch zu erfreuen. Und eine Sache, für die wir dankbar sind und eine Sache, auf die wir uns in der Zukunft freuen. Ich freue mich, dass ich am Wochenende mit meinen Kumpels endlich wieder eine Grillparty machen wollte. Den einen habe ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Also wirklich gezielt das wahrzunehmen, also in dem Moment zu leben und auch zu sagen, ich bin wirklich dankbar dafür. Also Dankbarkeit in seinem Leben zu erfreuen. So, das ist eine Sache. Also wirklich mal das bewusst zu sehen, wie, welche tolle Sachen wir um uns herum haben. Und nicht nur die negativen Sachen, was jetzt gerade alles schlecht läuft. Finde ich super wichtig. Also das ist eine Übung, die jeder machen kann. mit deinem Lebenspartner zu Hause selbst für einen selber. Oder ein Erfolgsjournal zu führen. Also in einem Buch, ein Büchlein aufzuschreiben. Geil, ich habe heute das und das und das geschafft. Oder ich bin, also einfach sich vor Augen zu führen, was für Dinge gut laufen. Und nicht, was für Dinge schlecht laufen. Also nicht abends mit Nachrichten anschauen, wer wo, was wieder alles Wildes passiert ist in Deutschland, sondern mit positiven Dingen einpennen. Zum Beispiel. Das versuche ich auch immer umzusetzen. Deswegen liebe ich halt auch so Outdoor-Touren, mich gezielt zu beschneiden mit Dingen, die wir als Luxus um uns herum haben. Deswegen liebe ich halt solche Touren wie jetzt mit Fabio 30 Tage durch Kanada. Ohne Dusche. Ein Stück Seife mit dabei gehabt. Zahnpasta, Zahnbürste. Hat's gereicht für den Monat. Das hat gereicht für so ein großes Stück hier. So eine Bio-Seife, die sich abbaut in der Natur. Um danach oder in dem Bett zu schlafen danach wieder. Eine Dusche zu haben. Ein richtiges Essen mit Gewürzen zu haben. Deswegen gehe ich auch immer gezielt in solche Länder, wo das nicht da ist. Oder mache solche Touren, wo ich sage, und jetzt habe ich das nicht. Um danach zu sagen, geil, wie dankbar ich eigentlich für so ein Bett bin. Wie war diese Kanada-Nummer? Das ist ja noch nicht draußen. Beziehungsweise es kommt ja raus, wenn der Podcast rauskommt. Ungefähr so gleich in Zeit. Aber es sind ja einige Folgen. Das sind einige Folgen. Also Kanada war mega. War immer, ich habe immer als Kind Bücher diese Bücher gelesen. Der Lederstrumpf, Wolfsblut, also die ganzen Sachen, die sich um diese 17. 18. Jahrhundert da irgendwo in Kanada, Amerika abgespielt haben. Und ich wollte immer so als Trapper, Einsiedler, keine Ahnung, durch die Wildnis. Und das war eigentlich diese Kanada-Tour, die ich schon lange im Kopf gehabt. Fabio wollte es auch mal so was machen. Dann haben wir uns einfach gesucht und gefunden. Und du musst dir absolut vertrauen, man hat es mit einem Menschen, mit niemandem anderen sonst, so in so einer extremen Situation. In einer unfassbar atemberaubenden Natur, wo niemand ist. Kein Handyempfang, keine Straße, gar nichts. Wir haben einmal ein Flugzeug im Himmel gesehen. Einen großen Flieger, keine Ahnung, warum der rumlang gefogen ist, aber so ein Passagierjet, der keine Ahnung, wo der rumlang gefogen ist. Also wenn das dein Highlight war, musst du dir mal überlegen, Alter. Das war das einzig Menschliche, was wir gesehen haben in der Zeit. Och. Ja. Und das war, also ich bin einfach dankbar drum, dass ich durch YouTube so was umsetzen kann. Dass ich damit meine Familie ernähren kann, mir, darüber hinaus natürlich noch, aber einfach die Träume verwirklichen kann, wo ich sage, das wollte ich immer mal in meinem Leben erleben. Und da war Kanada jetzt, ich liebe dieses Land einfach, ich war wirklich schon echt oft dort, war so echt so eine Tour, die ich einfach im Traum immer schon gedacht habe, das muss ich umsetzen. War das für dich, also wie viel Überwindung kostet dich so was? Also ich weiß, dass du dich freust drauf und so, aber war das dann schon so, dass du denkst, oh, du willst ja auch irgendwo immer krasser machen? Ich weiß nicht, muss es immer krasser sein? Oder sagst du, es war für dich easy? Tja, jetzt wenn es rauskommt, sehen wir es noch nicht, aber es war schon sportlich. Grenze noch nicht erreicht. Ja, es muss nicht immer krasser sein. Ich frage jetzt mal halt, was ist krass, weißt du? Also, ich glaube, wenn du tauchen gehst und deine Atemdruckregler versagen, du bist aber gerade im Hüllentauchen, ist das, glaube ich, eine andere Situation, als jetzt zu sagen, jetzt esse ich halt ein paar Wochen weniger und habe vielleicht eine Gefahr durch Bären und Wölfe und sonst irgendwas. Ja gut, aber das ist ja auch nicht gut. Durch das ist auch eine Gefahr, ja. Es muss nicht immer krasser werden. Das hatte ich nur im Kopf, weil ich mal so einen langen Zeitraum einfach weg sein wollte und nicht dieses, weil ich sage mal, alles so, was eine Woche geht oder zehn Tage oder so, das ist, das machst du halt easy. Leon, dann isst du halt nicht eine Woche oder zehn Tage. Dann nimmst du halt in der Zeit x Kilo ab, verbrennst halt Reserven und ist halt so. Also, weißt du, das regelt mich ja schon nicht mehr. Deswegen habe ich auch nicht so dieses, viele gehen ja irgendwie für einen diesen Overnighter raus, wie es so schön heißt, kann ich gar nicht im Begriff bis vor einem Jahr. Was ist das? Ja, eine Nacht, 24 Stunden rauszugehen und das, das reizt mich zum Beispiel gar nicht, weil das mache ich mit meinem Sohn schon seitdem der drei oder vier ist. Ich hatte den in Finnland auch dabei, also nach dem Arctic Warrior kam der alleine hochgeflogen nach Finnland von Düsseldorf in Helsinki umgestiegen. Da war der sieben und ist dann nach Ivalo hochgekommen und dann haben wir drei, vier Tage da oben in Finnland verbracht. Dann sind wir mit den Hundeschlitten raus, haben uns absetzen lassen, mit Schneeschuhen weiter, ein Lager gebaut und dann haben wir minus 25 Grad draußen gepennt. Da haben wir Sippchen gehofft. Der hat Holz mitgemacht und ein Lager mit aufgebaut. Alter, das ist, ich glaube, da sind viele neidisch auf so eine Kindheit. Ich glaube, er nimmt das noch gar nicht so richtig wahr, tatsächlich. Weil es für ihn so ja cool, er schlaft wieder draußen ist. Aber ich bin natürlich da auch wieder extrem dankbar, auch durch YouTube, dass ich sowas wieder machen kann. Dass ich meinem Sohn um an auch da die Welt, was ich liebe, dieses Draußensein und Sachen entdecken, ihm mitgeben kann. In der Hoffnung, dass es bei ihm halt auch, der muss ja nicht machen, was ich mache, gar keine Frage, das womit er irgendwann glücklich ist. Aber ihm vielleicht ein bisschen rüstzeug auf den Weg zu gehen und sagen, ja, habe ich schon gemacht, habe schon schlimmere Sachen gemacht. Weißt du so? Krass. Dass, wenn in seinem Leben mal Situationen sind, er als Baum schon so gewachsen ist, dass er sagt, ja, vor der Klassenarbeit brauche ich jetzt keine Angst haben. Ich habe auch, bin auch den Baum auch geklettert, oder bei ihm ist 25 Grad draußen gepennt. Gab's da, wie stelle ich jetzt die Fragen, ohne dass ich die Kanada-Sache zu sehr spoilere. Ich meine, ich weiß es ja selber nicht. Ich habe nur im Trailer diese Bären gesehen. Konntest du ein paar streicheln? Konnte ich ein paar streicheln, ja. Sehr nah dran an streicheln, ja. Ja? Also wir haben Grizzlies gehabt, wir haben Wölfe gehabt, wir haben, also die beiden Top-Predatoren haben wir da oben gehabt, aber ein magisches, also bei Wölfen war es einfach magisch, das zu sehen, so Wölfe, die als Wolfsrudel langstreifen und uns anschauen und man beobachtet sich so gegenseitig, das war einfach dieses Gefühl, so ein absolutes Wildtier in seiner natürlichen Umgebung. Hammergefühl. Wie hat der reagiert auf dich? Die Wölfe haben erst blöd geguckt, die haben wir noch nie Menschen gesehen. Ja, aber erklär mal, wie war das da geguckt? Wie viele Wölfe waren da dann in dem Rudel? Wir hatten mehrere, was haben wir da, drei, vier, glaube ich, waren das mit dem einen, ja, und die sind einfach stehen geblieben, uns angeschaut, dann die anderen beiden weitergetrabt, stehen geblieben, uns angeschaut und wir die angeschaut und dann, ja, die wussten, glaube ich, nichts anzufangen mit uns so richtig und dann, das war so eine, also, ja, die haben ja nicht angegriffen, nix, weil die wahrscheinlich auch, ja gut, die sind groß, keine Ahnung, kennen wir nicht, also Wildtiere halten ja eigentlich eher Abstand, weil die, selbst der große Bär ist eher so, kenne ich nicht, nur mal sicher, ein Bär läuft ja nicht durch die Gegend sagt, ich töte ja alles, weil, das ist ja völlig unbekannt, unbekannt, kann ja auch gefährlich sein. Ein bisschen versucht, die Wölfe zu holen, ein bisschen streicheln und so? Ich hätte es gerne gemacht, sie hätten sich wahrscheinlich nicht streichen lassen, bin ich mir sehr sicher, das war aber echt der schönsten Momente da, muss ich sagen, Wölfe so nahe zu sehen, also wirklich so ein eindrucksvolles Tier oder Tiere so nahe zu sehen, ja. Ja, hast du irgendwie, das wird jetzt nicht so super dumm, hast du irgendwie versucht, mit denen so zu kommunizieren, oder so? Nee. Nein, also, verstehst du, was ich meine? Nein, du siehst das ja so ein bisschen an der Körpersprache, wie die da dann sind, machen die einen Schritt auf dich, haben die Schiss, weiß nicht, vergleich es ein bisschen wie eine Katze am Straßenrand vielleicht, vielleicht bist du gerade komplett dumm. Ich glaube, so ein Wolf würde, wahrscheinlich würden die, wenn wir ihr auf die zugegangen wären, wären sie wahrscheinlich weggegangen, aber sie waren weder in Panik, sondern waren ganz entspannt, blieben stehen, guckten uns, der eine kam so ein bisschen in so einen Pfaden in unsere Richtung und dann wieder ein bisschen weg, also die waren neugierig, wirklich vorsichtig. Aber die sind ja keine, kein domestiziertes Tier, wenn du jetzt machst, dass sie ankommen. Also, glaube ich nicht, dass die da einen Schwanz wedelt, huh, wir haben sie ein Stöckchen gemacht hätten, also, nee, ich glaube, dann wären sie wahrscheinlich abgedüst. Und wie ist es mit, wie ist es mit den Bären gewesen? Da hat man ja mehrere Begegnungen. Oh Gott. Kann ich noch nicht zu viel zu sagen, aber von mittelgroß bis sehr, sehr groß tatsächlich. Was ist sehr, sehr groß? Ich konnte mich ja nicht daneben stellen, um ihn zu messen, aber es war schon ein wirklich fetter, großer Grizzly. Das war schon so, okay, da ist ein Grizzly. Denke ich würde mir in die Hosen scheißen. Ich habe meinen Puls nicht gemessen da, aber, ja, der wird schon hochgegangen sein, also bin ich mir sehr sicher, ja. Ja, ist der dann, kommt der auf euch zu? Also, so wie kann ich ja sagen, der Bär war auf dem Weg zu uns, ja. Weil er uns aber auch nicht gesehen hat. Nicht gerochen, die sehen aber auch sehr schlecht, die riechen aber sehr, sehr gut. Und er konnte es nicht riechen, weil der Wind passend stand für uns und nicht für ihn. Oh, shit. Und dann ist der auf euch zu? Ja. Ihr hattet ja Waffen dabei. Ab wann, was ist dann da deine Regel? Ab wann schießt du? Würde ich ja nur machen, wenn ich wirklich angegriffen werde. Ich erschießt ja nicht einfach so ein Tier. Ja, nein, aber wie kannst du das jetzt, ich weiß nicht, was, wenn er leicht, langsam näher kommt? Ja, dann würdest du immer, was sagen die Kanadier, anrufen den, also anbrüllenden Bären, wilden Heckmeck machen, also denken, wow, was da, und verdünnisiert sich oder du kannst halt bis hin zu einem Warnschuss geben. Aber ich würde auf ein Tier wirklich schießen, nur in allerletzter Sekunde, wenn er wirklich im Attacke-Modus ist. Also nur, weil er jetzt 30, 50 Meter langsam da lang trottet und mich dann erst wahrnimmt, dann, der ist ja nicht in Lichtgeschwindigkeit, also sehr schnell, Bären sind unfassbar schnell, also du musst schon extrem vorsichtig sein. Aber solange ein Bären nicht angreift, würde ich ja niemals drauf schießen. Ja, aber wie ist das so mit Lager und so, so, keine Ahnung, jetzt pennen gehen und dann kommt einer und leckt da kurz an dir ran, während du pennst? du machst halt Feuer und hoffst, dass das sehr lange brennt und sehr lange raucht und der Bär das sehr früh riecht und sich denkt, oh, Feuer mag ich nicht und einen Bogen umgemacht. Ist das so, also der wird, also das Feuer hält den so weit die Theorie? So weit die Theorie, ja. So weit, was die Kanadier uns gesagt haben. Und das habt ihr dann probiert und man wird dann herausfinden, ob das wirklich so war. Genau. Also vor allem nicht leben noch, also weggesnackt wurden wir jetzt nicht, ja. Alter, krass, bei so einem Bär würde ich mich schon in die Hosen scheißen, Alter. Ja, ist halt einfach... Also bei einem Wolf schon sehr unangenehm, aber irgendwie da hätte ich noch so das Gefühl, da könnte ich mich noch verteidigen gegen... Ja, aber Bär ist halt einfach der absolute König. Klettert schneller, schwimmt schneller, läuft schneller, ein Hieb, du bist tot, wenn er dich richtig trifft. Also das war als Mensch keine Chance. Hättet ihr das rausgecuttet, wenn ihr da einen erschießen müsstet? Hätten wir das rausgecuttet? Kann ich dir gar nicht so beantworten. Ich komme auf die Situation an. Wenn jetzt angenommen, wir wären im Schlaf, würde man jetzt überrascht werden und riesen Boah, man muss sich da wehren. Glaube ich, könnte sowas in der Community verstehen, ich weiß es nicht. Ja gut, du hättest wahrscheinlich immer Leute, die sich über Aufreden und sagen, ja, warum seid ihr da, wo die Bären sind? Das kann man nachvollziehen. Auf der anderen Seite auf diesem gigantischen Gebiet, ich weiß nicht, wie viele tausende Bären da leben. Naja, man möchte auch selber überleben und gerne wieder nach Hause kommen. Also ich glaube, dass keiner gesagt hätte, ja, dann lasst euch doch fressen, ihr seid da selber schuld. Keine Ahnung, das hätte auch rausgekommen. Also ihr wart 30 Tage dort. Ihr hattet quasi seit einer Strecke gelaufen? Genau. Einmal quer durch? Ja, quer durch Kanada, 300 Kilometer ist ja nur so ein kleiner Wimpernschlag in Kanada. 300 Kilometer ist von hier bis nach Köln? Ja, aber das ist da nichts. Das ist ja gigantisch groß. Unvorstellbar groß. 300 Kilometer, das heißt, ihr seid dann quasi jeden Tag 10 Kilometer. schon nicht schlecht. Ja, was waren da so, keine Ahnung, gab es so Sachen, wo du nicht damit gerechnet hast, dass die so schwierig werden oder dass die... Ja, auf jeden Fall. Also ich mag bei sowas immer mich auch gar nicht bis zum Abwicken vorbereiten. Also ich mag tatsächlich immer dieses, keine Ahnung, was das ist, ja okay, ich glaube, ich habe das im Griff oder beziehungsweise ich lasse gerne Situationen auf mich zukommen, weißt du? Okay, gut, dann, ja, weil auch bei der Bundeswehr ist es so, man sagt immer so schön, nichts zu beständig wie die Lageänderung. Du trainierst irgendwas? Okay, wir haben eine Übung jetzt, ihr habt hier das Dorf besetzt und wartet auf die Angreifer. Lageänderung, Dorf wird bombardiert, in 15 Minuten neue Stellung suchen, da, okay, alles über den Haufen geworfen. Und genauso hast du das ja auch, in so Situationen mag ich das, einfach zu sagen, ach, was hilft das Wald, da habe ich mich auch nicht vorbereitet. So gesagt, gucken, was passiert. Ah, das war ja ein Spaziergang. Das war schon sehr entspannt, ja. Wie entspannt war, für die Seven vs. Wald? Ich habe es wirklich, nein, ich fand es wirklich, es klingt immer so, ich will nicht, dass es blöd klingt, aber das war halt wirklich schön. Ich habe es genossen, sieben Tage konnte mich niemand erreichen. Ich hatte einen wunderschönen Strand, abgesehen von dem scheiß Müll, der da rumgelegen hat und die Haiköpfe, habe ich es wirklich genossen da. Ich fand es wirklich schön. Ich habe mich richtig drauf gefreut, ja. Crazy, du hast da, das war ja easy dann, also du hast ja einfach einen Spot gesucht und ja, dann ein bisschen Wasser geschlürft, guckt, dass ich nicht so oft den Sonnengang bin wie ein Sonnenbrand, ein bisschen Mangroven erkundet und so, ja. Nein, es war wirklich, es war schön, also es hat mir jetzt einfach richtig Spaß gemacht. Das heißt, also nächstes Mal Seven vs. Wald dich einfach so als kleinen Coach kurz engagieren davor. Ja, ich habe, jetzt war ja Staffel 3, es hieß ja, es gibt ja keine Seven vs. Wald, dann doch und dann auch Kanada und dachte ich so, boah, cool, jetzt habe ich mal Bock mitzumachen, weil ich bin Fritz natürlich ewig dankbar, dass er mich da eingeladen hat tatsächlich, also es war wirklich, da kann man echt nur Danke sagen, weil es auch die Chance war für mich ein breites Publikum zu erreichen und wo auch vor allem nicht nur das, aber eigentlich noch viel mehr so ein Abenteuer erleben zu dürfen und so viele tolle Menschen drumherum, weil das muss ich auch sagen, mit YouTube ja nie so Berührungspunkte so viele gehabt, jeder für sich so eine Art Künstler ist, also ich sage mal so schön, ich habe meinen eigenen Fernsehsender mit meinem Kanal und kann ja überlegen, was spiele ich, was mache ich und wie viele coole Leute ich kennenlernen durfte, hätte ich nicht gedacht und das war da auch, so Sam vs. Wald war echt eine unfassbar tolle Erfahrung, wenn es nochmal eine Staffel gibt, keine Ahnung, Staffel 4, könnt ihr bei Sam vs. Wald Hardcore Edition machen, nur mit hier euch Ja, aber es wird langweilig, glaube ich. Denkst du? Ich glaube, es wird langweilig, ja, ja. Aber wenn es auf dem Niveau ist, wo quasi ihr alle, Folge Challenged werden, ja, dann wäre es eine andere Nummer wahrscheinlich, ja. Aber die Frage ist halt, in was das dann sein muss, das kannst du dann schon wieder nicht auf YouTube zeigen. Ja, aber auch selbst dann ist die Frage, weil wovon leben ja solche Formate, dass du natürlich ein bisschen Drama und Emotionen hast. So. Ah, mein Bein ist weg. Scheiße. So. Weiter geht's. So. Wenn du dann natürlich Leute hast, die generell nicht für Drama sind und das Motto ist, heul leiser. Ich würde es mir angucken. Dann, ja. Aber das ist dann, glaube ich, nicht mehr für den Normalen so greifbar. Weißt du, so war jetzt natürlich, das ist ungewollt, aber das war ja mein natürliches Verhalten, genauso wie von einem Knossi oder von einem Joris oder sonst was in Truffle 2. Jeder hat ja, dadurch, dass du dann irgendwie weg bist aus der normalen Zivilisation, sein natürliches Verhalten an den Tag gelegt. Und dann hast du natürlich ein Gefälle von, wo du sagst, ja, warum holt denn der nur rum, warum holt der nicht rum? Und ich glaube, dieses hättest du bei diesem, wenn du recht identische Typen reinpacken würdest, wäre das, glaube ich, langweilig. Weil so, ja, okay, mir ist jetzt scheiße kalt, boah, okay, es regnet, es schneit, keine Ahnung, okay, oh, ich glaube, jetzt bin ich völlig unterkühlt. Okay, jetzt geht wirklich nichts mehr, ich hole den Rätelschubschrauber. So, dann wäre weniger Drama. Überleg mal, was ein Knossi aus so einer Situation machen würde. Der würde ja drei Folgen damit füllen, wie kalt es ihm jetzt ist und könnte dir das bildlich so darstellen, wenn du woanders das klapperhalten, weitermachen, weißt du so. Oder Stefan, der dann sagt, oh ja, ich habe hier bei Active Warrior meine Finger verloren. Genau, guck mal, wie sieht das aus? fuck, ja. Der ist auch so ein Typ, obwohl der ist auch sehr unterhaltsam dabei, das muss man auch schon sagen, tatsächlich, aber genau, wenn du nur so Typen hast, dann fehlt dir, glaube ich, als normaler Zuschauer dieses, oh, das könnte ich sein. Weißt du? Ich fände es schon krasse. Ja, dann scheidet der halt direkt aus am Anfang, der normale. Okay, und weg. Oder jeder von euch kriegt noch einen normalen an die Hand, wie bei dir. Genau, und deswegen würde ich auch überlegen, wie machen wir es in Zukunft für so ein Desert Warrior, was ansteht, bleibe ich bei den Zweierteams, mache ich vielleicht eine Gruppe und die kriegt einen Profi dabei oder einen Trupp, die kriegt einen Profi dabei oder vielleicht irgendwie, das ist, ich weiß nicht, ob das mit den Zweierteams, ich fand es schon cool, jeder hat so seinen Profi an der Hand, weil da hat es halt untereinander die Kommunikation. Man fühlt sich auch sicherer. Ja, und um in Lassland musstest du das machen. Das ging gar nicht anders. Du hättest ja nicht zwei, ich schau mal vor, ich würde jetzt ein Sascha und ein Knossi in den Team packen und sagen, viel Spaß bei minus 30 Grad. Das wäre unverantwortlich. Das war deine letzte Verabschiedung von den beiden. Genau, das wäre unverantwortlich, das zu machen. Das würden die doch aber niemals überleben. Die Gefahr, dass was passiert, ist einfach extrem hoch und ich möchte nicht, dass was passiert. Also keiner will ja, dass irgendwas passiert bei so einem Format. Wann macht ihr Desert Warrior? Anfang nächsten Jahres irgendwann. Krass. Hast du schon deine ganzen Leute, also habt ihr schon Teams gepickt? Nee. Ich habe ein paar auf dem Zettel, wenn ich gerne hätte, aber jetzt ist erst mal Erkundung noch, tatsächlich, und Feindplanung und dann gucke ich, wenn dann Entscheidung gefallen ist, was mache ich, dann stelle ich zusammen, würde ich dann anfragen, wer Bock drauf hat. Ob ich es mal so mit Nominieren machen sollte, ich möchte ja auch nicht immer, dass es heißt, ich lese mal jetzt recht wenig Kommentare bei YouTube. Ach so, ja, du Fotze, komm doch. Nee, weil manche sind dann so mit, ja, das haben wir es bald nachmachen und so, aber man, warum soll man nicht Dinge nehmen? Ich könnte ja auch sagen, ja, jetzt haben die Zweierteams gemacht. Ich war der Erste, der Zweierteams gemacht hat. Das ist ja ein Bullshit. Genau, weißt du, also, oh, die gehen auch raus. Oh wow, ist ein Outdoor-Format. Ja, was soll ich sonst machen, außer rausgehen? So, also, es überschneidet sich immer was, aber ich fand das mit der Nominierung, so wie Fritz das gemacht hat, einfach geil, weil natürlich, wie willst du Community auch mitnehmen und anheizen oder mit den Wildcarts, einfach Hammer, über 1000 Leute haben sich beworben für einen Active Warrior mit ihren Videos, einfach krass. Krass. Ja. Krass. Ich komme wieder auf dieses Sascha-Ding zurück. Du bist jetzt dort bei minus 25 Grad und wie kriegst du dich mit, also da hilft dir jetzt zum Beispiel, du hast ja gesprochen von Dankbarkeit und worauf freust du dich? Ja. Glaube ich dir, ich glaube es auch für das normale Leben ein richtig, richtig guter Ratschlag und ich, also, versuche das tatsächlich auch zu befolgen, aber, wenn du da bei minus 30 oder minus 25 Grad bist, dann... Ja, dann sage ich mir, da leben ja auch Natur-Einwohner, die haben da oben seit Tausenden von Jahren und die haben jetzt nicht eine Highspeed-Gucci-Shit-Carintia-Jacke an für 1300 Euro, sondern haben sich früher irgendwelche Fälle umgebunden, keine Ahnung. Also haben ja schon Leute vor uns gemacht, geht also. Plus, mir hilft das halt immer weiter zu sagen, sowas wie 100 Kilometer am Stück gelaufen, habe ich schon, Haken dran, so viele Kilometer Gepäck, habe ich schon. Also zu wissen, ja okay, in Relation gesetzt, ja, es ist scheiße kalt, ich weiß, ob ich Feuer ankriege, ich weiß, wie ein Schilder bohr, ich weiß, wie die Leute warm, also dann sagst du, ja okay, so wild ist das ja nicht. Ich finde das so krass. Weißt du, das ist ja, deswegen meine ich mir dieses Wachsen, also möglichst viele Dinge außerhalb der Komfortzone schon mal sammeln, wo du sagen kannst, ja, ja okay, so hart wie das damals ist das nicht. Wie viel hast du da improvisiert? Also improvisiert im Sinne von, dass du da ohne Vorbereitung reingegangen bist, einfach gesagt hast, ja okay, ungefähr, ich weiß wie das, das, das funktioniert wegen den Erfahrungen von vorher. Ich kannte das ja viel von den Lehrgängen schon, war ja schon in Lappland schon mal vor gewesen, auch im Winter, hab ja für Trimax und so das Nerd in the Dirt oben gemacht, da war es nicht ganz so kalt und nicht so viel Schnee, leider. Ich wusste ja schon, wo so auf mich grob einlasse. Schnee, Kälte, Wassergewinnung, vorwärtskommen. Krass. Ey, es geht, also ich finde es, ich finde es, ich finde es krass, so, ich finde es geistesgleichen faszinierend. Also da einfach hingehen zu können, zu sagen, ich gehe da jetzt hin und ich mache Panda fünf Tage. Ja, klar. Ja, wie gesagt, das haben alle Leute schon mal vorher gemacht. Es gibt die Ausrüstung dafür, also ich weiß, ich verstehe es in Deutschland nicht, deswegen finde ich es auch so schön zu sehen, gerade wie viele junge Leute ich irgendwie dazu kriegen kann, also gerade so Kids in Grundschulen oder Schulen, die sagen, geil, wollen wir auch machen und hoffentlich macht der Papa mit oder die Mama, Leute nach draußen zu bringen, weil in Deutschland haben so viele, ja, nee, hier im Schwarzwald, ich weiß auch nicht, hier mit den Füchsen oder mit Wildschweinen, in Deutschland ist keine Gefahr draußen zu pennen, null. Du brauchst auch keine teure Ausrüstung. Kannst mit den Klamotten rausgehen, ja, die werden dann ein bisschen dreckig. Nimmst halt einen Schlafsack mit, ich habe einen Sommerschlaf, glaube ich, seit Jugendlicher schon, so ein billiger Ikea-Schlafsack war das. Da brauchst du einen Schlafsack, nimmst ein bisschen Plane mit, falls es regnet, wenn du was zu essen mitnimmst, gehst in den Supermarkt, kurz davor ein paar Nüsse und Bananen mit, fertig, schauen kannst du nach draußen pennen. Aber wie war das bei euch jetzt zum Beispiel da in der Kälte, also wie hast du da sichergestellt, dass ihr da nicht abkackt, von der Kälte her? Indem ich das Lager passend baue, das Feuer. Worauf kommst du an? Also erst mal beim Schlafen, Isolationsschicht natürlich, weil wenn du einen dicken Schlafsack hast und der liegt auf dem platten Schnee auf, drückst du Isolationsschicht platt und liegst dann natürlich nur durch dieses bisschen Stoff auf dem Schnee. Das heißt, du machst erst mal eine Schneefläche, die verdichtest du, damit du nicht irgendwie einbröckelst oder einsinkst. Dann haben wir da Zweige drüber gelegt, also erst mal wieder für Luft gesorgt, dann haben wir eine Isomatte drüber gelegt, dann haben wir ein Rätefell dabei gehabt, dann der Schlafsack oben drauf, also du hast schon mal eine Luftpolster. Also dass du quasi Luft nimmst als, weil das quasi nicht kalt wird. Als Isolation, genau. Als Isolationsschicht, das ist ja genauso wie mit Schuhen, die ganzen Winterschuhe haben ja allermeisten solche dicken Sohlen, damit du einfach nicht auf dem mit dünnen Sneakern wird das sofort super kalt, dann fühlst du dann kalt. Extremitäten werden als erstes eisekalt. Ein paar Grundregeln, einfach nicht nass geschwitzt in den Schlafsack reingehen, wenn du jetzt unterwegs warst, weil sonst die Feuchtigkeit gefriert und du unfassbar schnell auskühlst. Das heißt, ich bin hingegangen und habe erster Abend zum Beispiel Feuer gemacht und habe die ganzen Sachen getrocknet. Sascha ist nur früher eingeschlafen, als er war. Sonst hätte ich gesagt, bau auf, gib meine Socken, die du im Körper hast, auch her, damit ich auch trocken kann, weil die waren noch leicht feucht bei ihm. Sie haben auch kalte Füße gehabt in der ersten Nacht. Und danach die Nächte bin ich dann hingegangen. Ist gut, das muss ich mir aus Saschas Perspektive zeigen, wie kalt seine Füße waren. Der hat gesagt, Alter, der ist gestorben da. Ja, dann lernt es halt nicht zusammen zu kuscheln und irgendwie, versuchen, so gut zu schlafen. Und danach bin ich halt hingegangen. Bei ihm ja abends immer von uns beiden halt die Sachen getrocknet am Feuer. Also aus dem Schuh, diesen Innenschuh, Filzschuh rausgenommen, am Feuer getrocknet, die Socken getrocknet. Also alles gucken, dass du alles trocken bekommst. Zieht er sich dann halbnackt aus und ist dann... Ich habe da nur Unterwäsche drin gepennt im Schlafsack, ja. Echt? Ja. Ist das warm genug? Ja. Ja, viele... Da gibt es nur so zwei Meinungen drüber. Ein Schlafsack muss ja eine Wärmepolster auch drin entwickeln. Das kann er nur entwickeln durch deine Körperwärme. Das kann aber auch nur dann deine Körperwärme in den Schlafsack abgegeben werden, die er reflektiert, wenn dazwischen nicht nur andere Zehenschichten sind. Weil sonst bist du in deiner Jacke drin und hast nur dieses Wärmepolster. Also eigentlich ist es nicht gut, mit fetten Klamotten in den Schlafsack reinzugehen. Okay, krass. Ja. Also immer Boxershorts und... Ich habe da gut lange Unterhose hatten wir angehabt, T-Shirt hatte ich angehabt und ich nehme meist die Anziehsachen mit in den Schlafsack unten ans Fußende, damit die auch nochmal ein bisschen Polster bilden und dann bleiben die auch warm. Dann ziehst du morgens früh eine halbwegs warme Hose an und nicht eine eiskalte. Wenn du die rauslegst und dann gehören die gefriert und du so eine eiskalte Hose anziehst oder eine Jacke. Es gibt ein paar kleine Kniffe, die man da achten sollte, gucken, das Lager aufzubauen, nicht voll im Wind, dass du halt windgeschützt bist, dass du mit dem Tarp habe ich so in der ersten Nacht, was im Augenblick sehr gut das Lager fand ich tatsächlich, so schräg gebaut, dass das Tarp so leicht und dann nicht übers Feuer ging, aber die Hitze halt ins Tarp rein und hier haben wir gelegen, dann so ein bisschen da rotiert hat. Ah, okay. Klar geht irgendwann das Feuer aus, aber ein paar Stunden Schlaf sind immer schon besser als keine. Wie lange ist das Feuer an? Keine Ahnung, ich habe ja auch nicht Holzlosenfluss draufgepackt, bin ja auch eingepennt. Wie brennt das Feuer dann noch? Drei Stunden? Zweieinhalb Stunden? Boah, krass. Und dann wachst du auf, weil dir einfach arschkalt ist? Ich bin nicht aufgewacht, aber ja. Machst du vielleicht auf, ja. Was ist es dann, worauf wirst du so in der Wüste achten müssen? Also wirst du, wenn du jetzt auch schon mal dort fährst? Ja, da ist vor allem Wasser das Thema. Du brauchst halt immer genug Wasser, damit du nicht Dehidre hast. Und im Gegensatz zu Arktis hast du halt Wasser ohne Ende in Form von Schnee. Da brauchst du viel Energie, weil du musst immer ein Feuer machen. Also um da an Wasser zu kommen, brauchst du immer Feuer. In der Wüste musst du gucken, dass du dich, wenn du dich bewegst, so bewegst, dass du immer irgendwo erstens genug Wasser mitnimmst, falls Reserven zu Ende gehen oder weißt, wie du Wasser gewinnen kannst. Also da wird das Thema Wasser sein. Tagsüber vor Sonneneinstrahlung schützen, was so Klamotten angeht. Wilde Tiere. Echt? Was hast du in der Wüste? Skorpione, Schlangen? Schlangen, Skorpione hast du immer. Je nachdem, wo man in der Wüste ist, könnten es auch größere Raubtiere sein. Echt was zum Beispiel? Wenn du weiter Richtung Südafrika vorwegst, dann hast du auch durchaus mal Löwen und sowas. Da hättest du ja theoretisch die potenzielle Begegnung. Woher weißt du, wo du Wasser findest, zum Beispiel in der Wüste? Gewisse Pflanzen kannst du Wasser von gewinnen. Bachläufe, wo du weißt, okay, die vom Seen her haben vielleicht oben drüber sind sie vielleicht trocken, aber unten drin ist noch Wasser, wenn du buddelst. Ja? Und dann fängst du dort an zu buddeln? Man sollte wissen, an welchen Stellen, aber ja. Aber auch das würden wir dann wieder mit in die Ausbildung reinnehmen, damit das alle wissen. Okay. Und damit der Zuschauer auch wieder merkt, ah, cool, wusste ich nicht. Aber ihr testet das dann quasi auch im Test, bevor es mit dem Ding losgeht. Nicht, dass ihr da, okay, weil, aber das kann ja auch, also sowas wie Wüste, da frage ich mich halt, ich war noch nie in der Wüste, ich habe noch nie sowas probiert, aber das kann ja auch krass nach hinten losgehen. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, gibt es ja sicherlich auch Pflanzen, die giftig sind. Ja, du hast ja immer eine Gefahr. Oben hat sie es, nackt ist die Gefahr, Erfrierungen, einbrechenden Eis und Schnee, das sind einfach so die beiden größten Gefahren oder Verletzungen. Stimmt, du weißt ja gar nicht, wo vielleicht unter dir ein See ist oder sowas. Oder am Bach oder sowas. Nicht so gut. Also Gefahren hast du überall. Aber, ja. Ist halt so. Ist so. Ja, da leben ja auch Leute seit tausend von Jahren. In der Wüste? Ja klar, da gibt es auch Uhren vorne. Die jagen da seit tausenden Jahren. Die leben auch noch so. Und die haben jetzt nicht eine gepanzerte S-Klasse als Fahrzeug. Ja, aber ist es nicht leichter so, die Temperatur zu regulieren, wenn du irgendwo bist, wo es halt kalt ist, als irgendwo, wo es so 50 Grad hat? Ja, komm, wie es nimmst. Aber wie, was machst du jetzt, wenn es draußen 50 Grad hat und die Sonne einmal richtig fett reinbrettert, ziehst du eine Mütze an und? Na ja, guck dir an, wie die ganzen Völker leben. Die haben alle eher lange Klamotten an. Afghanistan ist auch mal lang bedeckt getragen. Also weil sonst ist einfach hier knalle Sonne auf die Haut, das ist Sonnenbrand und das kann auch echt super gefährlich sein. Also jede Klimazone bringt zu ihr es mit. Weißt du, das ist ja das Geile bei diesen Klimazonen. Deswegen will ich all diese Klimazonen machen. Also Arktis haben wir jetzt schon, jetzt kommt Wüste und dann kommt Dschungel. Ich frage Sascha, ob er Wüste mitmacht. Ja, ich weiß nicht, ob er dafür so, ich glaube, ihm reicht die eine Erfahrung, auch wenn ich sehr viel Spaß wieder hätte mit ihm das nochmal so ein Abenteuer zu machen. Alter Wüste. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade viel schlimmer vorstelle, als es ist, aber ich stelle mir das so beinahe unmöglich vor. Ja, also es gibt verschiedene Arten von Wüsten natürlich. Wir werden jetzt nicht Sahara-Wüste nehmen, weil das langweilig ist. Was ist das Ganze so Sandwüste-mäßig? das wäre völlig langweilig. Das ist ja nur Sand. Ja, weil da frage ich mich, wie willst du da überleben? Die Leute, die da seit Ewigkeiten leben, pilgern oder tingeln da von Oase zu Oase. Aber das ist natürlich sehr langweilig. So wie keine Tiere, keine Abwechslung in der Natur. Also es soll schon Struktur mit Steinenwüste, richtig, und Fischen, Räumen auch. Okay, okay. Ich habe gerade wirklich an das so Extremste gedacht. Sandwüste. ist auch langweilig, das zu machen. Okay, weil da, keine Ahnung. Gut, man kennt das so ein bisschen aus Filmen, aber da kannst du ja nicht wirklich da, findest du nichts zu essen, findest du auch nichts zu trinken, ist eigentlich das Noase. Ja, das ist dann leider sehr schnell vorbei, sowas dann, ja. Und Dschungel dann als nächstes? Ja. Was ist da so, das ist ja, sag ich mal, das ist ja kunterbunt. Ja, ich habe immer so ein paar Sachen im Kopf schon vorher. Alter, Dschungel ist Horror. Was ich mir so vorstelle, ich denke auch immer an Verbringungsart, wie verbringt man die Teilnehmer? Jetzt hat man bei Arktis gesehen, Helikopter, Hundeschletten und Skido. Wüste sag ich noch nicht. Luft, Land oder Wasser. Ach so, quasi du, jeder kommt anders ran? Vielleicht, oder alle mit einem. Falsch. Wäre ja denkbar, ne? Ey krass, aber hast du mal Dschungel durchgezogen, also warst du mal im Dschungel? Ja, schon mehrmals. Wie ist das? Weil das ist ja, alter, keine Ahnung, wenn du auf einmal neben dir irgendwie so eine fette Vogelspinne ist oder so ein Schicksal. Schlange hatte ich ja schon mehrmals gehabt, tatsächlich, eine Venezuela. Und? Es sind erstaunlich weniger Schlangen da, als man denkt. Man denkt ja so, gehst in den Dschungel rein und alle Schlangen springen nicht an. Du siehst, außer Kleinkrabbelzeug, meine Erfahrung bis jetzt, nicht so viel Viechzeug, wie man denkt. Weil auch da leben ja auch Ureinwohner seit Ewigkeiten und die sind auch nicht alle tot. Hast du so richtig im Dschungel? Ja. Aber wie leben die dort? Wenn du die Ureinwohner siehst, die haben dann ihre Holzhütchen, die sie gebaut haben, meist erhöht auf Stelzen oder sowas, damit halt die Schlangenkrabbelzeug nicht so leichter in die Hütten reinkommen. Die kennen natürlich alles, die kennen jedes Blatt, jeden Baum und wissen, was sie anpacken sollen, was sie nicht anpacken sollen. Wie war das für dich mit den, konntest du mit den Sprechnamen, die dich da aufgeben? Ich hatte mir einmal einen Guide tatsächlich mit, der Englisch konnte, gebrochen und die verstanden hat. Das ist immer spannend, für mich ist es spannend, von so Naturvölkern zu lernen, wie die das machen. Das ist ja extrem, die leben ja m.d. so. Total. Und das würde ich halt gerne auch in Zukunft noch mehr einbinden. Das war jetzt oben in Lapland nicht ganz so möglich, wie ich mir vielleicht erhofft habe, weil die Samen da natürlich auch mittlerweile westeuropäisch, also die haben ja, die haben ja eher Rentierherden überall, oder die Rentierherden, die einfach herumlaufen natürlich, aber sind jetzt nicht wie so ein richtig Ur-Ur-Einwohnerfolg, was sie jetzt vielleicht in Afrika irgendwo hast oder in Südamerika. Und das finde ich cool, das mit einzubinden. Damit man auch von denen, das sind ja für mich Profis, alle sagen mal, ja, du bist ja der Survival-Profi, nee, würde ich mich nie bezeichnen. Für mich sind das im Dschungel die Typen, die da groß geworden sind und der seit 60 Jahren da lebt, der ist für mich da vor Ort der Survival-Profi. Weil der weiß, pack den Bomben nicht an und den Bomben nimmst du, wenn du Kopfschmerzen hast. Ey, weißt du, was krass wäre, wenn du, wenn quasi einer von dort mit einem normalen YouTuber gepaart ist im Dschungel. Oh Gott, der Arme, da tut der mir immer leid. Also nicht der YouTuber, der andere tut mir leid. Ja, mir auch, aber... Der denkt sich auch so, wie konnte, wie konnten die so weit kommen? Der weiß ja gar nichts, ja. Aber sowas wäre für mich tatsächlich, das ist immer auch immer überlegen, ob man nicht das, das ist natürlich nicht so einfach, wie kann man das in so eine Ausbildung mit einfließen lassen? Weil wenn ich zum Beispiel denke an Pferden lesen, fortbewegen, jagen, von Leuten, die das da machen, das wäre der Knaller. Sind die da offen für? Weil ich höre immer diese Storys, dass die verschlossen sind, dass die so Probleme haben mit moderner Zivilisation. Verständlicherweise, glaube ich. Aber das ist... Weil die wollen ja auch nicht, dass ihr zu Hause zu einem Tourist-Spot gemacht habt. Nee, natürlich nicht. Das check ich auch. Ja, völlig, natürlich. Die wollen ja auch so leben. Wenn das irgendwie gehen würde, fände ich das schon, wäre das richtig mega, ja. Wie viele haben jetzt die Leute oder der Stamm oder die Leute, die du dort gesehen hast, gecheckt von modernen Handys, bla bla bla? Waren die so komplett isoliert? Nee, die waren nicht komplett. Die hatten auch Gummistiefel. Ah, okay, okay. Also die waren so... Ja, ja, so semi im Dschungel gelebt, aber trotzdem mit schon so ein bisschen eine Art Hütte und also schon mit westlichen Sachen, na ja. Okay, krass. Aber ich würde das gerne mal zu so richtigen Naturvölkern. Die so gar nichts kennen? Ja. Das würde mich mal reizen, da mit denen zu leben und da lernen zu dürfen. Das wäre krass. Ja. Also, wenn sie jemanden respektieren von uns, dann dich. Keine Ahnung. Also es gibt zum Beispiel eins, das habe ich immer noch im Kopf, das habe ich mal als Kind, glaube ich, gesehen in der Reportage, da gibt es irgendeine Ureinwohnerfolge in Südamerika, da gibt es ein Ritual, da gibt es ein Mannwurst, da musst du dir die Hände, steckst hin, das sind so geflochtene Handschuhe sozusagen und da kommen Feuerameisen drauf, die sie vorher betäubt haben und da musst du da irgendwelche Tänze vollführen und dann wachen diese Ameisen auf und stechen dich halt so. Also das muss wohl brutal zu Schmerzen sein und du musst diesen Tanz irgendwie zu Ende führen und diese Schmerzen sozusagen ignorieren und so. Keine Ahnung. Das wäre fett. Ja. Aber das würde ich dir zutragen. Vielleicht sagen die auch, du weich ey. Keine Ahnung, aber mich reizen so Naturvölker, weil die für mich einfach da so im Einklang mit der Natur wäre schon geil davon lernen zu dürfen. Ey, das wäre richtig krass. Oder? Das wäre voll geiler Content auch. Ja. Ey, das wäre so Seven vs. Wild Next Gen Shit. Schon, ne? Das wäre so komplett krank. Ja. Einen Monat mit so einem Naturvölker. Ja, voll. Aber Dschungel, wenn du sagst Viecher, ist es jetzt, keine Ahnung, redest du da auch von Spinnen und weißt ja geil was, da hast du ja viel Zeug, also da hast du ja so viele Tiere, dass du gefühlt gar nicht weißt, was ist da jetzt giftig, was nicht. Nö, also ich glaube, das wissen wahrscheinlich irgendwelche Naturforscher, Biologen wissen das vielleicht, aber lass im Zweifel von allem die Finger, was du nicht kennst. Aber es ist viel dort. Genau. Also am besten von allem. Und Früchte, nur das essen, was du kennst. Oder halt irgendwas mitnehmen, wo du sagst, okay, ich kann das identifizieren. Oder halt einen Local zu haben, der dir sagt, die Frucht kannst du essen, die andere nicht. Ja, wie viel ist es dort? Also, als du dort warst, ist es dann so, dass du sagst, ey, da ist so viel Zeug, das du gar nicht kennst? Ja, unfassbar viel. Da war es so viel Zeug, was ich nicht kannte. Also, wo ich Sachen, die lecker aussehen, wo du sagst, okay, ich kenn's nicht, ich lass die Finger davon. Hast du dann irgendwas als giftig herausgestellt? Hast du dann so gefragt, so ey, ist jetzt... Eine Sache war es auf jeden Fall war giftig, bei dem anderen habe ich es leider nicht so ganz genau verstehen können, aber er meinte, das wirkte für mich so ein bisschen nutzen die, um ab und zu auf so eine Art Trip zu kommen. Und ich mir so, ey, ich lass die Finger davon. Schick dann da drauf und du nimmst irgendwas aus Hunger und dann bist du auf einmal... Und dann tanzt du mit so einer Spinne und dann so, huh, eine coole Schlange und so, ja, keine Ahnung. Ey, das ist komplett krank. Ja. Ich weiß nicht, also mich, ich glaub, also, wenn ich, ehrlich, wenn ich jetzt alles das durchgehe, für mich klingt Wüste und, 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 Arktis attraktiver als Dschungel. Dschungel. Dschungel ist für mich das Schlimmste. Ich glaube auch, dass Dschungel für die meisten, bei Arktis könnten denken, mehr vielleicht so ein Skiurlaub, so ein bisschen vielleicht. Bei Wüste an Urlaub in Ägypten. Aber Dschungel ist, glaub ich, für alle, ich mein, das ist die artenreichste Vielfalt hast du da von allem. Von Pflanzen, also ob jetzt, ja, Pflanzen und Tieren. Ich glaub, weil das für uns das Unbekannteste ist, so wirklich im Dschungel zu sein. Jetzt hätte da geisteskranke Schiss vor. Hast du, was hast du... Geräusche ohne Ende? Ja? Lauf. Stimmt. Da gibt's irgendwelche, keine Ahnung, Insekten, die geben Geräusche von sich. Keine Ahnung, wie diese Lautstärke entstehen kann. Das wirkte für mich immer wie so eine Stromleitung, die sich so auflädt. wo ich dachte, also eine Lautstärke, im Dschungel ist immer eine Lautstärke, das ist einfach krass. Ey, weißt du was, was ich mir richtig gottlos vorstelle? Das sind so Sumpfgebiete. Ja, gut klar. So mit Alligatoren und so. Ja, Alligatoren sind nicht mehr so schlimm wie Kogodil, aber... Echt? Wo ist das? Also da ist ein Unterschied, aber wieso? Sind die aggressiver oder größer? Ja, Alligatoren sind nicht so gefährlich wie Kogodile. Also gefährlich sind einfach so, weiß ich nicht, Salzwasser, Leistenkogodile oder sowas. Das ist einfach dann, ob jetzt Australien oder hier so den Nil runter. Keine Ahnung, da gibt's auch noch. So ein bisschen von der Schnauzform ab anders. Alligatoren sind ziemlich breit. Ich hätte genauso Schiss vom Alligatoren wie vom Großen Alligatoren wie Großkogodil. Aber... Ich hätte mich vom kleinen Cayman schon einscheißen. Ja, ich glaube so, das sind halt alles so Dinge, die kennt man nur aus Zoos meistens oder aus irgendwelchen Büchern und man denkt sich nur so, man siehst so die Zähne und denkst so, ja gut, wenn ich jetzt da im Wasser bin und seh nix und lauf bis hier durchs Wasser durch, vor allem packt mich Wasser an den Bein. Das, aber das würdest du noch nicht machen. Also ich würde jetzt nicht freiwillig durch so ein Sumpfgebiet durchlaufen und so, ah ja gut, cool, dass der Kopf noch draußen ist. Naja, das würde ich auch nicht machen. Das wäre ja komplett krank. Genau, bei Seven of the Wild, wenn man seine Mangroven sieht, da war ja dann das Wasser aus dem Fluss raus oder viel davon. Ich wäre da jetzt nicht durchgeschwommen, weil ich habe ja Krokodile gesehen. Auf der GoPro konnte man ja nur nichts wirklich erkennen, der GoPro ist da einfach leider schlecht dafür. Das war ja genau da, wo Dave bei der Erkundung zwei große Krokodile gesehen hat und ich bin ja mehr in dem Schlamm gewartet. da wäre ich nach Hause gegangen. Ja. Also da hätte ich wirklich gesagt, hey, Fritz, echt alles schön und gut, aber geht euch alle ficken, ich gehe weg von diesen Krokodilen. Nee, da war für mich, ich wollte das erkunden und ich habe mich da nicht gefährdet gefühlt, weil ich bin zu einem Schlamm gewartet und so, aber so ein Monster-Krokodil, was mich fressen kann, taucht ja nicht versunken aus dem Schlamm auf mit Lichtgeschwindigkeit auf mich zu. Da gehst du natürlich sehr langsam vorwärts und guckst überall, sieht irgendwo, du hast nach einem Krokodil aus. Hätte ich da Krokodil gesehen, hätte ich geguckt, okay, wie kann ich mich das aus sicherer Entfernung beobachten, weil die kommen ja nicht so klingerig. du hast Elefanteneier. du hast ein Krokodil, also, das schwamm aber, da bin ich aber nicht rein. Aber du wusstest, dass da welche sind? Ich ging da, ich wusste das nicht, nee, ich ging stark davon aus, ja, und wollte eigentlich eins filmen und auf Kamera festhalten, na, am liebsten. Und bist ja auch so durch den Schlamm und alles. Genau. Alter Digga, dir ist nicht mehr zu helfen. Ja, aber das war, Alter Digga, also ich. Und einmal ist ja Wasser, das ist sogar auch Video drauf, irgendwas reingeplatscht ins Wasser, wo ich bis heute nicht weiß, was es ist, so ein richtig lauter Platscher war das. Da filme ich, filme ich da glaube ich gerade und dann gehe ich nach oben, ein cooler Vogel, dann sieht man so, gerade beim Runterschwecken wieder so diesen Wasserplatschen. Weiß nicht, ob es, dafür war es vielleicht zu laut, keine Ahnung, oder war es auch eine Schildkröte, das kann ich jetzt heute nicht sagen. Dann bin ich ja noch ins Wasser ran, habe die Kamera so unten rein, um zu gucken, vielleicht sieht man dann irgendwas im Wasser, ja. Aber das finde ich irgendwie, so Krokodile, fände ich irgendwie noch, also noch mal eine fette Spur, hätte ich mehr Schiss als von einem Bären. Nee. Krokodile kann nicht auf den Baum klettern. Okay, stimmt. Gut, auf Land können die sehr schnell sein. Die sind echt nicht langsam. Nee, also Wasser ein bisschen unterlegen, aber du kannst ein bisschen auf den Baum klettern, beim Bär kannst du nicht auf den Baum klettern. Der kommt auch hoch? Ja, klar, viel schneller, zu, ein bisschen ganz oben. Shit, Mann. Also beim Bär ist einfach Zero Chance und du kannst zumindest auf den Baum klettern. Ja, okay, doch. Und ein Bär ist halt einfach mal, weiß nicht, wie schnell kann ein Bär laufen? Ich glaube, 40 oder 50 kmh oder sowas. Also ein Bär ist richtig schnell. Krass. Und so ein, aber Krokodile sind auch nicht langsam, ne? Nee, überhaupt nicht. Aber da musst du irgendwie zickzack, oder wie war das? Keine Ahnung. Ey, aber kennst du diese, kennst du diese Bilder von so Krokodilfarmen oder so, wo dann so auf einmal Nacht so drei Millionen Augen rausgucken? Ja, so ruhig und guckst da rein, siehst du so ein Leuchten in den Augen und denkst, nein, andere Richtung. Das ist echt krass. Gibt diesen Verrückten, kennst du diesen einen Typen auf TikTok, der die ganze Zeit irgendwie durch Dschungel geht und dann irgendwie auch so Krokodile anfasst und so dummen Scheiß macht? Nee, noch nicht gesehen. Ey, du, kennst du den? Ey, das musst du ja das zeigen später. Der ist komplett krank. Also der geht da auch hin und fasst die auch an und so. Anfassen müsste ich das, glaube ich, jetzt nicht zwingend. Also ich habe Bilder von mir, meine Mutter, der Tierarztin ist, da war ich, glaube ich, vier oder fünf. Da hattest du irgendwen betreut, der Schlangen hat. Und da habe ich so ein Bild, da habe ich so eine Schlange um den Hals gewickelt. Vor mir steht mein Bruder, mein Jüngerer. Und er macht so und die Schlange haut die ganz an. Ich fand die Tiere immer schon faszinierend. Ich müsste jetzt nicht zwingend streicheln, aber ich fand die immer schon faszinierend. Ich glaube, so ein Krokodil ist halt für uns so eine Urzeitechse, die ja eigentlich gar nicht in die Zeit passt. Du läufst durch die Stadt, hast halt solche Hunde, die da langlaufen und Katze vielleicht und Tauben. Dann hast du da so eine Echse liegen, die es schon seit Millionen Jahren gibt. Ich glaube, als Einziges überlebt aus der Steinzeit, keine Ahnung. Und die dann eigentlich, ja. Ich weiß, ich finde die faszinierend das Fuck, aber da wäre es echt genug. Krass, 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 krass. Also, ich muss sagen, du hast mir auf jeden Fall meinen Kopf gefickt. Im positiven Sinne? Nein, schon krass im positiven Sinne. Irgendwo, ich meine, ich merke ja jetzt gerade so allein schon im Denken darüber, zum Beispiel das mit dem Dschungel wäre für mich so eine harte Grenze, würde ich niemals machen, weil ich viel zu viel Schiss habe vor, bei Schlangen so ein bisschen, aber so eher Spinnen. So Spinnen finde ich so ultra eklig, ich habe so Kaltphobie dann, wenn ich so dicke Spinnen sehe oder so, so vor Schlangen geht eigentlich, also klar giftig, ist Gottlos und so, das würde ich jetzt nicht wollen, aber vor denen habe ich jetzt nicht so viel Angst. Aber, was du da alles gemacht hast, Alter, das ist komplett crazy. Das ist komplett crazy. Wir haben, das wurde nie gezeigt, vor Samuelswald hatten wir in so einer Auffangstation für Schlangen und Spinnen eine Schulung bekommen über Schlangen und Spinnen und auch mit verschiedenen Sachen, die wir gezeigt bekommen haben und dann so ein paar Giftschlangen und verschiedene Arten von Giften und so. Da habe ich gesagt, ja, pass auf, da gerinnt doch das Blut, ja, ja. Und dann haben die, habe ich gesagt, pass auf, wenn die nicht beißen. Genau, können wir nicht sehen, wie das Blut gerinnt. Da habe ich gesagt, pass auf, habt ihr ein Besteck da? Und dann habe ich dem Johannes von Samuelswald Blut abgenommen und dann hat einer von denen eine Giftschlange genommen und irgendwie das Gift in so ein, also haben wir das Blut in so ein, ja, so ein, nicht Reagenzglas, wie heißen die, diese Teller, Petrischalle, Petrischalle, genau. Und dann haben wir dann Gift drauf geträufelt und dann wurde das voll zu einem Wackelpudding sofort, ja. Direkt so gesehen, wie das so verkrustet und so? Total, sah krass aus. Boah, das macht richtig Angst. Das macht wirklich Angst. Ich denke, so, okay. Ja, meine Mutter wurde meistens jünger von der Schlange gebissen. Das ist denkbar, ihr Opa dann hat direkt Raussaugung und so. Aber es hat auch direkt so die Haut weggeätzt und so, die da eine dicke Narbe und so. Da gibt es verschiedene Arten von Gift und manche sind dann irgendwie Nervengift, andere geht voll aufs Gewebe und also, es ist schon krass, finde ich, mit was manche Tiere ausgestattet sind. Welche kleinen Tiere, weißt du, gibt da diese kleine Krake, diese blaue da, in Australien, sieht total süß aus, aber höchst giftig, kippst einfach rum. Ja, ey, ich finde das, ich finde das übel faszinierend. Ich explore das gerne mit einer VR-Brille und mit vielen simulierten Gefühlen, dass ich so deeply immersed as possible bin, aber immer, immer schön meine Sicherheitslinie habe und ansonsten gucke ich mir das gerne in Videos an, wie Profis das machen, aber, nee, also ich glaube, so ein bisschen muss man, also ich glaube, es geht dann auch schnell in so eine Richtung, wo das verantwortungslos wird und wo du ja selber auch Probleme hättest, das irgendwie verantwortungsvoll selbst zu machen. Nein, dann geht es ja auch. Du musst ja, also im Hüteformat das so machen, das macht es ja aus, damit du auch eine Allgemeinheit mitnehmen kannst, dass es für alle möglichst sicher ist mit einem guten Rettungsnetz und Ablauf und allem. Ansonsten kannst du sowas ja nicht machen. Alter, ey, es ist, ich bin, ich bin gerade, ich bin gerade echt baff, aber naja, äh, ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Äh, wird was kommen. Du, danke dir hier für die Zeit und auch für den super interessanten Austausch. Ja, also ich bin gerade, Digga, ich bin, ich bin gerade richtig, äh, also mir hast du den Kopf gefickt, sag ich dir ehrlich. Also mir hast du richtig den Kopf gefickt. Mir hast du, ich bin, Freunde, ich danke dir, Otto, also war echt krass. Guckt auf jeden Fall bei Otto vorbei, werdet ihr eh schon gemacht haben und, äh, ich werde jetzt, glaube ich, erst mal noch so ein, zwei Stunden brauchen, um das so ein bisschen zu verarbeiten, was ich hier gehört habe, weil mich das auch ein bisschen kitzelt, muss ich sagen. Aha, dieses Arctic Warrior Ding, muss ich sagen, das wäre jetzt schon interessant, also sowas, so, aber ja, ich muss mal gucken, ich muss erst mal, jetzt einen Tag mal draußen, müssen mal schlafen gehen und dann schauen wir mal. Dann gucken wir weiter, genau, dann gucken wir weiter. Dann traue ich einen Start. Ja. Perfekt. Freunde, für das nächste Mal, schreibt mir in die Kommentare, was euch interessiert, was ich hätte noch fragen sollen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Check.